So, ich begrüße Sie ganz herzlich zum neunten Kurs für Lamelläre Hornodchirurgie. Das hat schon eine große Tradition. Wir haben sehr viele Anmeldungen, was für dieses Spezialthema wirklich ungewöhnlich ist, aber letztendlich der Bedeutung und dem revolutionären Umbruch in der Hornodchirurgie auch Rechnung trägt. Erstens liegen, denn so ein Gewebeverlust mitten in der OP und der Patient liegt vielleicht schon intubiert da. Ja, und auch die ethischen Aspekte einer Fehlpräparation und der finanzielle Aspekt der Fehlpräparation sind natürlich Backdraws, die es zu vermeiden gilt. Und da haben wir viele Tipps und Tricks, traditionell sehr viele Videos mit allen Pearls und Pitfalls, wo wir aus dem Nähkästchen plaudern werden. Und nachmittags haben wir dann ein tolles Spezialthema, nämlich die minimalinvasive Keratokonuschirurgie. Da tut sich tatsächlich gerade eine Menge und die perforierende Keratoplastik ist inzwischen nicht mehr Firstline-Therapie. Das ist jetzt auch keine Überzeugung, eine Spezialüberzeugung von Sulzbach oder anderen hochspezialisierten Hornodt-Zentren, sondern das ist auch die Empfehlung der internationalen Fachgesellschaften. Und nicht nur das Ersetzen der perforierenden Keratoplastik durch eine Dalk oder ein Femto-Dalk ist Teil dieser Revolution, sondern wir haben auch andere, noch weniger invasive Techniken, die ähnlich wie das Crosslinking vor vielen Jahren inzwischen auch die Hornodt-Chirurgie revolutionieren. Und da freue ich mich, dass wir zwei wirklich tolle, international renommierte Referenten haben. Einmal der Professor Gerald Schmiedinger, der Leiter der Hornhautambulanz Keratoplastik und der Hornhautbank am AKH Wien, also Uniklinik Wien. Für uns ist das hier sehr wohlig, weil wir auch das mit Freude vorantreiben, dass wir einen sehr, sehr intensiven Austausch gerade mit Wien haben. Und das wird auch hier zum Ausdruck kommen in den Vorträgen. Und zum anderen Dr. Susan Jacob aus Chennai in Indien am Agarwal Hospital, die uns heute Nachmittag die wirklich super innovative und noch sehr, sehr junge Technik der Femto-Cares zeigen werden. Wir werden dann auch diskutieren über die eigenen Ergebnisse. Das ist etwas, was wirklich sich noch nicht proliferiert hat, was aber in zwei oder drei Jahren, da bin ich mir sicher, auch zum absoluten Standard sein wird. Und Susan Jacob ist die Entwicklerin, auch von mir aus Mitentwicklerin, aber eben der Spiritus Rektor von der Femto-Cares, die allseits geachtet ist und uns eben zeigen wird, wie aus einer Idee wirklich eine innovative Technik geworden ist. Nicht umsonst ist sie in die Powerlist der 100 einflussreichsten Persönlichkeiten in der Ophthalmologie gewählt worden. Und da bin ich sehr freudig, dass sie dann nachher sich zuschalten wird mit fünfeinhalb Stunden Zeitverschiebung. Wir haben natürlich auch tolle interne Referenten. Die meisten sind traditionell schon dabei, allen voran die Privatdozentin Anne-Kathrin Rickmann, die wieder bei uns ist, die Sektionsleiterin für Hornhaut. Der Privatdozent Philipp Roberts, der ebenfalls in der Hornhaut und auch in der Gewebebank seine Expertise mitbringt. Wir werden Ihnen nachher noch ein bisschen vorstellen. Die Frau Dr. Wahl, unsere nichtärztliche Leiterin der Gewebebank, der Professor André Messias, der einen Lehrauftrag in Brasilien hat und der jetzt ein Jahr bei uns war, auch für ein Cornel Fellowship. Wird sich nachher noch zuschalten. Und natürlich nicht zu vergessen, unser Urgestein, Privatdozent Karl Boden. Ja, Urgestein heißt alt, in der Tat. Auf jeden Fall statt Ewigkeiten dabei. Hallo André. Und wird dann auch heute Mittag die Live-Chirurgie direkt aus unserem OP betreuen. Er wird zwischenzeitlich dann eben verschwinden und unten im OP nach dem Rechten schauen. Und dort zeigen wir Ihnen eben live eine DMAC mit Präparation. Was haben wir noch? Wir bedanken uns natürlich bei den Sponsoren. Blenden wir nachher auch nochmal ein. Die Goldsponsoren bekommen traditionell ihre Two Minutes for the Industry, wo sie ihre innovativen Produkte, die auch passend zu diesem Thema sind, vorstellen werden. Dann für die englischsprachigen Teilnehmer oder umgekehrt auch die Deutschen, die nicht im Englisch zuhören wollen. Wir haben nachmittags eine simultane Übersetzung. Vormittag läuft alles komplett auf Deutsch. Nachmittags sind die Vorträge entweder auf Deutsch oder auf Englisch. Und die Diskussion und Moderation wird auf Englisch sein. Das heißt, wenn Sie profitieren wollen von der Übersetzung des Simultandolmetschers, dann geht das nicht, indem Sie Zoom über die Web-Anwendung, also einfach über den Browser anschalten, sondern Sie müssen es über die Zoom-App machen. Das dauert 30 Sekunden, das runterladen. Und dann haben Sie unten eine Weltkugel als zusätzlichen Button. Und dort können Sie draufklicken und zwischen den beiden Sprachkanälen wählen. Ansonsten zwei organisatorische Sachen, wie immer. Einmal die Zertifikate, die kommen innerhalb von zwei Wochen. Es dauert auch zwei Wochen. Also bitte nicht rückfragen. Und wenn Sie hier Fragen stellen wollen, dann stellen Sie die bitte über F und E. Also Fragen und Antworten. Nee, F und A, glaube ich. Stellen Sie die. Dort werden wir dann Ihre Fragen aufnehmen und zwischen den Vorträgen dann auch an den Referenten stellen. Gut, dann sind wir organisatorisch durch, auch genau in der Zeit. Dann würden wir jetzt mit dem Einführungsvortrag beginnen. Der ist on the screen. Kann man das sehen? Ja. Gut. Okay. Also, ja, man erschreckt sich. Neunter Intensivkurs. Aber es spiegelt eben wieder, dass die DIMEG 18 Jahre Forschung und Entwicklung hinter sich hat. Und wir haben versucht, unseren bescheidenen Beitrag neben vielen anderen innovativen Forschergruppen auch zu leisten mit unserem KERI-Forschungsinstitut. Und wir schauen uns einmal die Historie an und was die Entwicklungen an Verbesserung gebracht hatten und warum man diese Entwicklungen überhaupt braucht. Es war ja wirklich so, das ist eines meiner Lieblingsworte, die alte Tante-Horner-Transplantation war eben bis vor ein paar Jahren und seit 100 Jahren weitgehend unverändert. Also außer vom viereckigen Transplantat von Castroviejo aus den 50ern zum runden Transplantat heute. Und auch die Nähte haben sich ein bisschen verbessert. Aber darüber hinaus gab es eigentlich keine Innovation. Während sonst die Ophthalmologie ja wirklich brennt vor lauter Innovationen in jedem Teilbereich. Von der Katarakt-Glauchom-Chirurgie, in der Netzhautchirurgie, überall war der Trend zu minimalinvasiven. Nur eben die Tante-Horner-Transplantation nicht. Und es gibt auch sehr wohl Gründe, warum das so war. Aber letztendlich hat sie ja funktioniert. Und auch heute wird immer noch in 15 Prozent aller Transplantationen aus bestimmten Gründen eine Volltransplantation benötigt. Aber die Nachteile sind eben auch frappierend. Wir brauchen eine sehr, sehr lange Einheilphase. Wir haben ein viel höheres Abstoßungsrisiko von ungefähr 10 Prozent. Die Astigmatismen sind ein ganz generelles Problem. Und ganz unabhängig haben wir natürlich eine Wartezeit, die in Deutschland durchschnittlich ein Jahr beträgt, was nicht tolerierbar eigentlich ist. Die Astigmatismen werden immer noch total unterschätzt. Das linke Transplantat ist wirklich sehr schön geworden. Und trotzdem sieht der Patient nicht so, sodass die Diskrepanz zwischen der Begeisterung des Augenarztes und der Begeisterung des Patienten häufig auch ernüchternd ist. Also der Astigmatismus und auch die Verbesserung des Astigmatismus im Langzeitverlauf, nachdem die Fäden entfernt wurden, sind Teil der Strategie. Es ist also nicht mit der OP getan. Man kann auch diese Astigmatismen verbessern. Und vor allem braucht man OP-Techniken, die diesen Astigmatismus von vornherein reduzieren. Man muss einfach auch sich dessen bewusst sein. Aber wir wissen sehr wohl, dass lamelläre Techniken natürlich viel schonender sind. Und das hier ist eine der ersten DMAC, die wir gemacht haben. Das war 2007 oder 2008. Und wir hatten in dem Sinne das Glück, dass gleich die ersten Fälle alle gut geklappt haben, was ja jetzt nicht zwingend war. Gerade vor 18 Jahren, wo die Techniken noch nicht so evolviert waren. Sodass wir wirklich erkannt haben, was das für ein gigantisches Potenzial hat. Dieser Patient, der hatte nach einer oder zwei Wochen einen Visus von 1,0. So etwas habe ich vorher noch niemals bei einer Hornhauttransplantation gesehen. Auch nicht mit anderen lamellären Techniken. Und deswegen haben wir uns eben herangesetzt, das Ganze zu verbessern. Und tatsächlich kann man im sprichwörtlichen Sinne dabei zugucken, wie die Hornhaut aufklart. Am ersten Tag ist die Hornhaut schon besser, aber man sieht noch, dass die Hornhaut verdickt ist. Typischerweise nach 48 Stunden beginnt die Hornhaut aufzuquellen. Ich glaube, Philipp Roberts wird darüber berichten, über den Donut-Effekt und was man sehen kann. Und nach spätestens drei Tagen ist eben dieser Anspring-Effekt da. Also das ist wirklich so wie bei einem Auto, wie von früher, wo man rödelt und rödelt. Und irgendwann springt der VW-Käfer an. Und genau das ist bei der DMEG auch. Nach 24 Stunden passiert in 80 Prozent nichts. Und nach 48 Stunden sieht man, wie innerhalb von wenigen Stunden die Hornhaut aufklart und dünner wird. Das ist etwas, worauf wir immer warten. Und sobald wir diesen Effekt sehen, geht der Patient auch nach Hause. Typischerweise am zweiten Tag nach der OP. Und nach zwei Wochen ist es aufgeklart. Die Endothelzellen-Nikroskopie ist ein entscheidender Faktor. Der Normalbefund ist natürlich jedem bekannt. Bei der Fuchschen-Endothel-Dystrophie sind die Zellen meistens unter der Nachweisgrenze, wenn wir operieren. Und nach der DMEG hat man wieder ein intaktes Zellmuster. Also innerhalb weniger Jahre hat sich die DMEG zu einem Standard entwickelt. Und wir könnten eigentlich damit jetzt auch zufrieden sein. Aber wir haben vergessen, wie so oft, genauso wie wir auch vergessen haben, wie steinig der Weg zur FAKU war. Und wie schwierig das für die ersten FAKU-Operateure war, überhaupt durchzudringen. Weil es eben nicht so eine On-Off-Innovation war, sondern das hat viele Jahre gedauert. Letztendlich weiß man seit 40 Jahren aus den Publikationen, dass bei den meisten Transplantationsindikationen nur das Endothel die Ursache ist. Aber das Problem ist, dass das Endothel eben total dünn ist. Es ist ein einschichtiges Epithel, das auf einer ganz dünnen Descement-Membran liegt, die ungefähr die Dicke eines Zwiebelhäutchens hat. Also nicht eine Zwiebelschale, sondern diese glasigen Häutchen, die man auf dem Finger sich ausbreiten kann. Und die haben auch noch die Tendenz, sich wie Hulle einzurollen. Und da hatte man eigentlich keine so richtige Idee, wie man das macht. Und es war eben das Verdienst von Gerrit Melles, der zum ersten Mal die Machbarkeit zeigte, dass man die als alte Descement mit den kaputten Endothelzellen runterkratzen kann und es eben gegen eine neue austauschen kann. Aber ich will es noch mal plakativ sagen, wo die Innovation lag. Also eine gute Idee im Kämmerlein ist natürlich die eine Sache, aber man muss es eben ja auch in ein technisches Refinement bringen. Man wusste halt, dass man irgendwie das runterkratzen soll. Ja, dann wusste man, dass man irgendwie diese neue Descement-Membran in das Auge reinbringen muss. Die musste man irgendwie ausrollen, in die richtige Orientierung bringen, auch zu wissen, wie rum es richtig ist und es dann irgendwie zu befestigen, in dem Fall mit einer Gasblase. Das war der entscheidende Merit von Gerrit Melles, der hierzu einen revolutionären Vorschlag gemacht hatte. Und trotzdem war es so, dass der Weg von 2006 bis heute auch wirklich immer noch sehr weit war. Gerrit Melles hatte die ersten Implantationen mit einer Faltpinzette gemacht und wir hatten über 50 Prozent Endothelzellverlust. Kein Wunder, Sie haben das mikroskopische Bild gesehen. Wenn Sie da einmal mit der Pinzette draufpatschen, dann stubbt dieses einschichtige Epithel in alle Richtungen und ist dann auch für immer fort. Das heißt, wir brauchten ein langwieriges Refinement mit Verbesserung der Instrumente, Verbesserung der Techniken, um dorthin zu kommen, wo wir heute sind, mit einer eleganten Präparation, die innerhalb von wenigen Minuten mit 98-prozentiger Wahrscheinlichkeit das hochspritzt. Wir brauchten eine standardisierte Präparation in spezialisierten Reinraumgewebebanken und wir brauchten eine spezialisierte No-Touch-Technik zur Implantation, wo Sie zu keinem Zeitpunkt die zu transplantierenden Endothelzellen berühren. Und der Weg war weit. Letztendlich sind es eben diese drei Schritte. Das heißt, man spritzt das Ganze hoch, dann bringt man das in eine spezielle Implantationskartusche, dann injiziert man das ins Auge und befestigt es mit einer Gasblase. Das, was sich abgezeichnet hat, ist, dass der Schritt von der perforierenden Keratoplastik hin zur DMEC, die einfach viel kleinteiliger ist. Die hat schon viele Schritte. Es ist nichts, was total schwierig ist oder was von einem versierten Vorderabschnittsoperateur nicht gelernt werden kann. Aber es hat halt viele Schritte und jeder von denen kann auch kritisch sein. Und das hat erkennbar in Deutschland dazu geführt, dass wir weggehen von 40, 50, 60 Transplantationszentren, sondern dass sich immer mehr das konzentriert auf fünf, sechs, sieben von mir aus mehr spezialisierten Zentren, die früh damit begonnen haben. Weil so eine DMEC macht einfach keinen Sinn, wenn man das nur zweimal im Monat macht. Dann hat man auch zu viele Komplikationen. Und ich hatte ja eingangs erwähnt, dass wenn Sie zum Beispiel bei der Präparation Probleme haben und dann jedes 15. Transplantat verworfen werden muss, das ist finanziell ein Problem, logistisch ein Problem, weil Sie ja im OP präparieren. Es ist ethisch ein Problem, weil wir eh eine große Gewebespenderknappheit haben. Und das ist der Grund, warum auch viele sehr, sehr gute und geschätzte Operatöre darauf oder davor zurückschrecken. Aber wir in Sulzbach glauben ja fest daran, dass Techniken sich nur durchsetzen, wenn sie auch in der Breite sich durchsetzen. Techniken, die nur einzelne Spezialzentren vorbehalten werden, haben sich noch nie durchgesetzt. Und die DMEC ist einfach zu wichtig und zu revolutionär, als dass man das jetzt einfach so sang- und klanglos als Nischenindikation weiterführen kann. Gut, ich sagte, dass auch wir mit unserem KERI-Forschungsinstitut und unserem Team einen bescheidenen Beitrag versucht haben zu leisten, zum Refinement. Unser KERI-Forschungsinstitut ist ja genau dafür da. Ja, wir machen ja, ich sage es immer, wir untersuchen nicht das kleine Mäuseschwänzchen-Gen, sondern wir sind translational. Und translationale Forschung bedeutet, dass wir ein ganz klares klinisches Problem bei einem Patienten aufnehmen. Ein Unmet-Need, etwa eine Erkrankung, die nicht gut behandelbar ist, oder eine OP-Technik, die verbesserungswürdig ist, gehen dann zurück ins Labor und verwenden grundlagenwissenschaftliche Techniken, um das zu entwickeln. Also es ist eben keine klinische Forschung, sondern wir haben Biologen, Materialwissenschaftler, die das Ganze mit grundlagenwissenschaftlichen Techniken behandeln. Aber anders als klassische Grundlagenforschung haben wir immer den Zug zurück ans Krankenbett, zum Patienten, zur Erkrankung, zum OP-Refinement. Und das ist eben dieses Kennmerkmal von dem KERI-Forschungsinstitut. Und da berichte ich Ihnen kurz über ein paar kleine Meilensteine, die wir versucht haben, zur Verbesserung beizutragen. Letztendlich hat die DMEG fünf Schritte. Und die helfen uns in der Gliederung, Präparation, Beladen, die Andor, die Destimetorexis und die Implantation. Und die geben wir jetzt eben auch durch. Bei der Präparation kommen einige von diesen Entwicklungen zum Tragen. Einmal das DMEG-Set, das war das weltweit erste spezialisierte Set, OP-Set mit spezialisierten Instrumenten für die DMEG. Es gibt natürlich inzwischen auch andere, aber in diesem Set ist alles, was Sie brauchen, um eine DMEG von Standard bis schwierigen Situationen auch zu metrisieren. Die Liquid Bubble Technik, die wir 2014 publiziert haben, setzt sich zunehmend durch, auch und vor allem international und die Scharkmarkierung. Das sind die drei Sachen, die wir hier bei der Präparation zeigen. Begonnen hatte das nämlich mit der Scraping-Technik nach Mellis. Und tatsächlich höre ich, dass immer noch vereinzelte Zentren noch mit dieser alten Technik arbeiten. Das dauert ungefähr fünfmal so lang. Und wir haben ja auch in einer Publikation gezeigt, dass der Outcome sowohl vom Visus als auch vom Transplantatüberleben als auch von der postoperativen Endothelzahl direkt linear korreliert mit der OP-Zeit. Das heißt, aufwändige Präparation, schlechte Endothelzellen, drei Minuten Präparation, gute Endothelzellen. Es ist ja nicht immer so, dass eine schnelle OP gut ist. Gerade bei der FACO wird die Schnelligkeit auch manchmal überbetont. Das will ich gerne sagen. Aber bei der Gewebeschonung von diesem ganz delikaten Descimit-Gewebe ist eben das smooth, zügige Voranschreiten Teil des Erfolgsgeheimnisses. Und auch wir haben die ersten drei, vier Jahre damit gearbeitet. Und das war eine ganz andere Welt. Das hat wesentlich länger gedauert. Wir hatten Transplantateinrisse, mussten auch das Endothel anfassen an Stellen, die wir später transplantieren wollen, um es nochmal nachzuziehen. Und das hat sich eben geändert. Wir hatten 2012 publiziert, aber die Ergebnisse waren von 2007 bis 2009, haben wir versucht, von außen ranzukommen. Und das hat tatsächlich lange nicht funktioniert. Ich erkläre Ihnen auch, warum, also was wir lernen mussten. Wir haben es probiert, eben das Abkratzen ist links, dann rechts oben mit Luft es hochzuspritzen, links unten dann mit BSS hochzuspritzen und rechts unten mit Hilon hochzuspritzen. Und wir konnten zeigen, dass die Bubble-Technik, wenn sie funktioniert, auch total schonend ist. Das war schon mal ganz wichtig, aber es hat am Anfang halt noch nicht gut geklappt. Und heute lächelt man, also die jungen Fellows lernen das innerhalb kürzer Zeit, die Präparation. Wir schauen uns das einmal an. Der Karl Boden wird nachher auch nochmal die Fallstricke zeigen und wirklich der ganze Mist, der eben auch passieren kann. Und das soll ja auch nicht als Schönwetter-OP schön geredet werden. Aber trotzdem ist es so, dass es einfach in 95 Prozent der Fälle eben so ungefähr verläuft, wie es hier gezeigt wird. Das heißt, man geht eben vor dem Trabickel-Maschenwerk rein, präpariert durch die Schwalbe-Linie hindurch, geht dann mit einer normalen Sauter rein und spritzt das Ganze mit Trypan-Blau hoch. Das hat verschiedene Vorteile. Einerseits haben Sie eine unglaublich elegante Präparationslinie. Das heißt, die Flüssigkeit findet Ihren Weg. Das Zweite ist, dass Sie das Endothel anfärben von der Deszemet-Seite aus. Das heißt, der Farbstoff, der ja nicht hochtoxisch ist, aber Trypan-Blau ist eben nicht ungefährlich, sondern ist zeitabhängig, sehr wohl toxisch. Und zu keinem Zeitpunkt kommt er in Kontakt mit dem empfindlichen Endothel, was hier oben liegt, sondern der Farbstoff färbt nur die Deszemet-Membran. Und zum Dritten bei der Präparation ist das eine komplette No-Touch-Technik. Das heißt, Sie haben es gesehen, das zu transplantierende Endothel und die Zellen werden zu keinem Zeitpunkt angefasst. Gut. Die Tricks sind, dass wir gelernt haben, dass es keine Schwalbe-Linie gibt. Das war etwas Neues und es hat wirklich bis zu drei Jahre gedauert, bis wir das kapiert haben, sondern wir sind immer nur bis zur Linie C vorgelaufen. Also B ist das Trabekel-Maschenwerk und der Schlemmsche-Kanal, der drunter ist. Und C ist die Schwalbe-Linie, der untere Rand der C. Und wir dachten, wir sind jetzt so in den Schlemmschen-Kanal durch und gehen dann direkt in den Subdeszemet-Raum hinein. Das ist aber nicht der Fall, sondern die Deszemet baut sich beginnend bei der Schwalbe-Linie, was man gonioskopisch sieht, über ungefähr zwei Millimeter Richtung Horner-Zentrum erst langsam auf. Das heißt, am Anfang ist das gar keine distinguierte, anatomisch gut abgrenzbare, halbwegs dicke Deszemet-Membran. Und wenn Sie eben in C schon hochspritzen, dann findet das keine richtige Deszemet-Membran, die man abheben kann, sondern Sie müssen eben statt Schwalbe-Linie, hier nennen wir das eben Schwalbe-Zone oder Zone der verstärkten Adherenz. Sie müssen durch ganz C hindurch und erst wenn Sie in D sind, können Sie hochspritzen. Und das ist auch nicht theoretisch, sondern man sieht das tatsächlich. Das sind drei verschiedene Patienten. Bei allen dreien sieht man das unterschiedlich. Und trotzdem kann man bei allen dreien sehen, dass nach dem Trabekel-Maschenwerk und dem Schlemmischen Kanal, wo es stärker pigmentiert ist, eine eher aufgehellte Zone ist, von ungefähr zwei Millimetern. Und erst zentral davon beginnt tatsächlich die Deszemet-Membran. Wenn man das verstanden hat, plötzlich ist die Präparation relativ einfach. Wir haben das Ganze publiziert, haben das mit manueller Präparation. Verglichen und haben das auch weitergehend untersucht. Wir haben eine mikroskopisch und auch Transmissionselektronen-mikroskopisch eine völlig saubere Cleavage-Plane. Wir haben auch keine Dua-Membran gefunden, haben das auch publiziert. Das kennt man ja von der DALG, die Diskussion, ob die Ablösung mit oder ohne Dua-Membran ist, wobei kein Mensch weiß, was das eigentlich ist, haben wir nicht. Wenn man es ab interno präpariert, gibt es keine Dua-Membran, sondern wirklich die ausschließliche Deszemet-Membran mit dem Endothel. Da hängt eigentlich keine einzige Kollagenfaser dran. Also die Vorteile der Liquid-Bubble-Technik auf einen Blick sind, dass es eben eine sehr kurze Präparationszeit ist. No-Touch-Technik, eine ganz saubere Cleavage-Plane, eine selektive Anfärbung, nur der stromalen Seite. Das heißt, die Endothelzellen haben keinen Kontakt zum Farbstoff. Was haben wir noch? Eine kleine Sache, die Shark-Markierung. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu markieren. Man kann natürlich auch direkt aufs Endothel draufmalen. Mit dem Farbstift ist alles okay, haben wir auch gemacht. Aber die Shark-Markierung ist am elegantesten. Der linke Teil ist so, wie man es anlegt. Und am Ende der Operation muss man das so sehen, wie es rechts ist, weil es ja umgedreht wird. Das ist ja up, so down. Dann liegt es mit den Endothelzellen nach unten. So ist es dann im Auge, während bei der Präparation die Endothelzellen nach oben sind. Das zeige ich Ihnen. Drei Tropfen Wasser. Dieser Halterring mit einer Spezialkuhle ist auch im Goider-Dimex-Set drin. Dann rutscht das nicht so rum. Und Sie müssen einfach nur, also auch sehr sauber, das unterschätzt man. Eine hingehuschte Shark-Markierung sieht man dann, wenn die Hornhaut trüb ist vielleicht, oder es irgendwie im Kammerwinkel halb verschwindet, sieht man es dann nicht so gut. Und hier ist ein Beispiel, hier vorne, wo der Asterisk ist. Da sieht man die Shark-Markierung. Also Sie sehen, unter Luft plötzlich ist das Ganze nicht mehr so eindeutig. Und deswegen müssen Sie auch eine saubere Markierung machen. Der häufigste Grund für ein Transplantatversagen ist nicht, dass es während der Präparation zu gewebestressig ist. Das ist der zweithäufigste Grund. Sondern der häufigste Grund ist eine Upside-Down-Position, wo Sie es verkehrt rum drauf haben. Und im Alltag, im Auge, wird es plötzlich dann nicht mehr so einfach, wie es auf den Videos und den Bildern aussieht. Also Vorteil haben wir gerade genannt. Schritt zwei ist das Beladen der Kartusche. Da kommt eben das Mikroinjektorsystem ins Spiel, das 2011 eingeführt wurde. Das war damals das weltweit erste DMAC-Transplantationsset. Komplett no touch. Davor hatte man das mit irgendwelchen Plastik-IOL-Shootern gemacht, wo man dann auch das Transplantat anfassen musste. Und eben das Beuder-Set. So sieht diese patentierte Kartusche aus. Das haben wir zusammen mit Goide und der DGFG, also der Deutschen Gesellschaft für Gewebetransplantation, entwickelt. Aus Borosilikat. Es ist also von innen ist das komplett glatt. Anders als Plastik-Kartuschen. Und man darf nicht vergessen, dass die Endothelzellen in dem Injektor ja außen sind. Die rollt sich ein und die Endothelzellen sind außen, würden also an dieser scharfkantigen Plastik-Kartusche entlang schrappen. Das heißt nicht, dass es nicht geht, aber es ist natürlich auf dem Weg zum Refinement sinnvoll, auch eine besonders glatte Innenwand des Injektors zu haben. Am Ende spielt alles eine Rolle. Und ich zeige Ihnen nochmal das Beladen der Kartusche. Das ist die Olivenkanüle. Es wird von unten hochgelöffelt. Unten ist die Descimet. Die Endothelzellen waren ja oben. Das heißt, da berührt man die nicht. Und dann wird das mit der Kartusche von hinten beladen. Also es ist eine Hinterlade-Kartusche. Nicht durch die dünne Öffnung, wo es dann injiziert wird. Dann wird hinten die Injektionsspritze aufgesetzt. Man sieht die perfekte Einrollung der Descimet. Und dann ist das bereit zur Präparation. Wir sehen viele Sachen nachher nochmal. Also das ist die ideale Lage in der Kartusche. Noch idealer ist es, wenn man die Scharkmarkierung sieht. Dieses Bild ist aus der Zeit noch vor der Scharkmarkierung. Und dann ist das bereit zur Implantation. Alle Instrumente, die Sie brauchen, sind auf unserem Goida-Set. Das werden wir nachher auch in der Innovation Session von Goida kurz hören. Meines Wissens sind es inzwischen über 80.000 Transplantationen weltweit. Was mit der, mit unserer Kartusche stattgehabt haben. Auch in Japan, auch in Brasilien. Die wird überall verwendet. Es gibt inzwischen auch andere Kartuschen, die auch gut funktionieren. Also es ist kein Alleinstellungsmerkmal. Und ich will auch gar nicht sagen, dass das jetzt immer noch der Goldstandard ist. Aber es war halt damals und auch für längere Zeit das einzige System, das so eine Komplettlösung hatte. Also die Dimeck-Kartusche hat den Vorteil, dass es ein komplett berührungsloses Beladen erlaubt über die Aspiration von hinten. Ja, Sie haben zu jeder Zeit eine visuelle Kontrolle der Position. Sie müssen es schon auch bei der Injektion in der richtigen Lage haben. Denn im Auge noch einen Transplantat-Flip zu machen, ist wieder Manipulation. Und Sie werden es in der Nachsorge dann sehen. Weil das Aufklaren länger dauert, weil die Endothelzellen schlechter werden. Und mit der Dimeck-Kartusche der Vorteil ist, berührungslose Implantation über den Flüssigkeitsstrom. Und Sie haben zu keinem Zeitpunkt irgendeine Berührung. Der dritte Schritt ist, Sie brauchen eine Andoiridektomie. Nämlich bei 6 Uhr, das kennt man aus der Silikonölchirurgie in erfagten Augen. Das brauchen wir hier auch. Wir empfehlen, das zu machen mit einer Irrigationsinfusion. Dann haben Sie einfach eine viel sauberere Sache. Dann dauert das Ganze nur 40 Sekunden. Nicht zu groß machen, aber sie muss halt richtig sein. Und das ist der Grund, warum wir auch das nicht mit JAK-Iridotomie machen. Wir mussten das eine Zeit lang machen. Aus bestimmten Gründen der Lieferschwierigkeiten. Und haben eben auch das zu einer Studie genutzt. Und konnten zeigen, dass die Komplikation der JAK-Iridotomie höher ist. Die ist jetzt nicht hoch, aber die ist signifikant höher mit einem Winkelblock postoperativ. Als mit einer geschnittenen. Und wenn Sie einmal so einen Winkelblock gesehen haben, wie dramatisch das ist. Das ist ja ein Popilarblock durch die Gasblase. Dann wollen Sie das nicht nochmal. Also wir sind komplett wieder zurückgekehrt auf die geschnittenen. Der nächste Schritt ist die Descimethorexis. Ein Trick ist, dass Sie es eben markieren. Diese Hornot-Marköre mit Tinte sind nicht so gut. Das verschwimmt. Dann sehen Sie es gar nicht genau. Es ist viel besser, das mit einem relativ stumpfen Mehrfachtrepan zu machen. Eine Viertelumdrehung. Das stanzt nur das Epithel an. Am nächsten Tag sieht man das gar nicht mehr. Dann haben Sie eine haarfeine Linie. Und können es ganz genau ausschneiden. Das ist auch wichtig. Weil wir wissen, dass ein Overlapping. Das Transplantat überlappt die Ränder des alten Endothels. Das führt eben zu Ablösungen in diesem Bereich. Nicht immer, aber kann. Und auch das gehört eben zum Refinement, dass Sie jeden Schritt sauber halten. Hinhuschen funktioniert bei dieser OP nicht. Eigentlich bei keiner OP, aber bei der DMEC ist es aussichtslos. Es muss also jeder Schritt komplett sauber sein. Dann ist das bereit für die Implantation. Da ist eben die Mikroinjektortechnik, spielt eine Rolle. Wir hatten noch verglichen die Injektorkartusche, die Glattheit, habe ich Ihnen erwähnt, mit dem Erlanger Endoject aus Plastik. Man sieht den Unterschied in der Rauheit. Wobei nochmal, ich will nicht sagen, dass das deswegen im Alltag ein messbarer Unterschied ist. Aber der Gedanke des Refinements stellt eben schon dar, dass es alles perfekt sein soll. Und es hat uns auch geehrt, dass eben nicht wir, sondern andere, eine internationale Gruppe, die Injektoren untersucht hat. Und hat eben auch unsere Kartusche mit untersucht. Und kam zum Schluss, dass wir eben mehr signifikant weniger Endothelschäden durch die Injektion haben, als andere kommerzielle Produkte, die eben nicht dieses Refinement mit spezieller Borosilikat-Kartusche haben. So, bei der Implantation gibt es eigentlich nur noch einen Trick, nämlich kontrolliert zu jedem Zeit. Dazu gehört, dass Sie schon zu dem Zeitpunkt wissen, dass die Lamelle so rumliegt, dass, wenn sie injiziert wird, sie richtig rumzulegen kommt. Das heißt, Sie müssen es kontrolliert injizieren. Und das bedeutet, nicht ins Auge reinschießen. Das sieht man immer wieder. Dann müssen Sie nämlich erst mal überlegen, wie rum die ist. Die ist dann eingerollt. Nein, das Ideale, was nicht immer, aber in 85 Prozent der Fälle gelingt, ist das Abholen der Lamelle. Die Lamelle liegt tausendprozentig richtig rum. Sie kann sich gar nicht gedreht haben. Wir haben ja schon im Injektor gesehen, dass sie richtig liegt. Und sofort haben wir sie stabilisiert. Das ist jetzt gerade ungekürzt. Nicht immer ist das so, keine Frage. Aber das ist ungekürzt. Und zu keinem Zeitpunkt lag die Lamelle verkehrt rum. Oder es gab Unsicherheiten. Links oben ist die Scharkmarkierung. Und wir sind uns hundertprozentig sicher, dass die Lamelle richtig rumliegt. Und dann kommt die Gasblase und die OP ist fertig. Nochmal, das ist ein Idealfall. Aber Sie sollten diesen Idealfall anstreben. Weil diese Augen sehen für immer besser aus. Nicht nur für eine Woche, sondern für immer, weil Sie weniger Endothelschäden haben. Gut. Ganz schnell nur, weil das sind andere Themen, die noch kommen. Spezialisierte Rheinraum haben wir 2016. Das war damals die modernste Rheinraumbank nach neuesten EU-Vorgaben. Rheinland-Pfalz ist zertifiziert. Es macht ja auch Sinn, die Präparation auszulagern. Wir haben ein eigenes Gewebespendernetz. Alle Knappschaftskliniken bundesweit nehmen daran teil. Aber auch noch viele andere Kliniken, auch hier im Saarland, sind wir weit proliferiert. Und in Rheinland-Pfalz. Es ist eben nach den modernsten EU-Richtlinien. Der ganze Herstellungsprozess ist zertifiziert und wird vom Paul-Ehrlich-Institut regelmäßig überwacht. Und wir sind ein Partner der Deutschen Gesellschaft für Gewebetransplantation. Wo wir eben in diesem Netzwerk der Gewebebanken der DGFG die SOPs alle gleich verfolgen. Und es ist eben eine spezialisierte Gewebebank für Pre-Cut und Pre-Loaded. Da wird dann auch Frau Rieckmann und Frau Wahl noch darüber berichten. Nur eben ein Satz zur Pre-Cut. Es ist halt gut, wenn die Präparation ausgelagert wird. Weil das ist schwierig. Da macht es Sinn, das an Leute auszulagern, die das nicht fünfmal im Jahr und noch nicht mal fünfmal im Monat machen, sondern fünfmal jeden Tag. So wie das unsere Technicians machen. In der Gewebebank, die machen nichts anderes, als von morgens bis abends für ganz Deutschland die Lamellen vorzupräparieren. Und der Operateur bekommt dann eine vorpräparierte Lamelle. So sieht der Herstellungsprozess bei uns in unserer Gewebebank aus. Inzwischen stimmt das nicht mehr, dass nur zwei Banken die Herstellungsgenehmigung hat. Meines Wissens hat auch Schwerin und Aachen, die auch. Es sind aber auch beides. Nee, Schwerin ist Gewebebank der DGFG und Aachen, glaube ich, nur Kooperationspartner. Aus Ihrer Sicht ist es so, Sie beauftragen es bei der DGFG, also die zentrale Anmeldestelle. Sie rufen nicht bei uns an. Die DGFG beauftragt uns, zu einem festen Zieldatum zu präparieren. Wir bereiten das vor. Und exakt zu dem Datum, das Sie Wochen vorher schon genannt bekommen und den Patienten dafür einbestellt haben, bekommen Sie ein vorpräpariertes Transplantat, das Sie dann nur noch in die Dimeck-Kartusche aufziehen müssen und dann injizieren. Aber Sie haben es schon gerade gehört, eben aufziehen. Das heißt, der nächste logische Schritt wäre, dass man es schon direkt preloaded macht. Das heißt, dass wir es in der Gewebebank auch aufziehen, so wie Sie es auch von einem IOL-Shooter, der vorgeladen ist, kennen. Da legen Sie die Linse auch nicht mehr ein und Sie würden alles standardisiert komplett ready to use für die Injektion bekommen. Das haben wir ebenfalls patentiert mit Goida und der DGFG und hat die PEI-Zulassung 2021 und wird jetzt europaweit eigentlich verwendet. Zwei Gewebebanken machen das, wobei der größte Teil weiterhin in Sulzbach läuft. Das heißt, wenn Sie bei der DGFG anrufen und eine preloaded bestellen, dann wird die eben mit größter Wahrscheinlichkeit in Sulzbach geliefert. So ist der Schritt. Sie bekommen es direkt in einer Kartusche fertig vorgeladen. Und die Frau Dr. Wahl wird Ihnen nachher das Video nochmal zeigen. Sie können bei uns die Broschüren bestellen, einmal Indikation und Nachsorge. Aber es gibt noch eine spezielle Broschüre auch für die Operatöre. Das können Sie sich alles bei uns bestellen. Live-Chirurgie, das nächste Mal ist jetzt Herr Boden. Auf unserer Homepage, auf unserem YouTube-Kanal finden Sie ausreichend Beispiele. Gut, dann bin ich am Ende. Ganz lieben Dank. Und ich nehme meine Freigabe zurück. Und würde gleich sagen, dass wir weitermachen. Und zwar mit Philipp Roberts, der nicht nur den Vortrag hat, sondern ich würde jetzt erst einmal die Moderation abgeben. Denn heute Vormittag wird Privatdozentin Anne-Kathrin Rieckmann sie durch den DIRMIG-Kurs leiten und wird auch den Vortrag anmoderieren. Ich bedanke mich. Ja, vielen Dank. Von uns auch aus dem sonnigen Saarland. Schöne Grüße. Wir haben von Prof. Schurmann jetzt einen schönen Überblick, wie immer, bekommen, gehen jetzt aber ins Detail. Insbesondere wird Privatdozent Dr. Roberts nun wirklich praktische Anwendungen für unsere wertvollen Kollegen in der Mitbetreuung der Patienten geben. Philipp, leg los. Ja, vielen herzlichen Dank für die freundliche Anmoderation. Ich hoffe, man kann die Präsentation sehen. Nur ganz kurze Rückmeldung, ob man mich hören kann oder ob man die Präsentation sehen kann. Okay, wunderbar. Ja, also mein Name ist Philipp Roberts. Ich freue mich sehr, dass ich ein bisschen über die Indikation und Nachsorge bei DIMEC-Operation sprechen kann. Und ich würde ganz gern wirklich das Wichtigste auf einen Blick mitgeben, also die Fragen, die man von den Patienten am häufigsten hört und die Fragen, auf die man dann schwer eine Antwort findet, aus dem Stehgreif. Ganz kurz nur zu Indikationsstellungen von DIMEC. Mittlerweile sind 80 Prozent aller Indikationen zur Hornhauttransplantation mit einer DIMEC gut behandelbar. Prinzipiell kann jede Form der endothelialen Hornhauterkrankung, die zu einer Hornhauttrübung führt oder zu einem Ödem mit einer DIMEC geheilt werden. Und das ist in erster Linie in Deutschland die fuchsische Endotheldystrophie. Das ist die häufigste Indikation für eine DIMEC. Wo man auch mit einer DIMEC helfen kann, sind Hornhautdekompensation nach vorhergegangener Augenchirurgie. Meist handelt es sich hier um komplizierte Katarakt-OPs mit hoher Ultraschallenergie, die zu dem Endothelzellverlust geführt hat. Bei Vorderkammerlinsen, die sieht man nicht mehr so häufig, da empfiehlt es sich, die Linse zu explantieren, bevor man die DIMEC durchführt, weil sie ja sonst wieder zu einem Transplantatversagen führen würde, wenn man die DINSE dort belässt. Außerdem kann man eine DIMEC anwenden bei druckbedingten endothelialen Hornhautdekompensationen, wie zum Beispiel Posner-Schlossmann-Syndrom oder bei PEX. Sekundäres Transplantatversagen nach PKP oder nach vorangegangener DIMEC, das hat jetzt in den letzten Jahren mehr zugenommen und das Spektrum der DIMEC erweitert. Also man kann eine zuvor klar gewesene PKP, die vielleicht nach 10, 15 Jahren plötzlich beginnt, ödematös zu werden, durchaus mit einer DIMEC behandeln und muss nicht das gesamte Transplantat wieder austauschen. Wo man aber aufpassen muss, sind stromale Narben. Die lassen sich durch eine DIMEC nicht heilen. Also Trübungen im Stromer, Umbauten, die bei langem bestehend mit dem sich bilden können über längere Zeit, die werden nicht mehr ganz zurückgehen. Wenn das recht dichte Narben sind, wo man im Vorauss schon abschätzen kann, dass die auch nicht besser werden, wenn man das Endothel austauscht, dann sollte man vielleicht auch über eine PKP nachdenken. Das heißt, die PKP hat auch in der heutigen Zeit ihren Platz nicht ganz verloren, wird aber nach und nach durch die DIMEC eben abgelöst. Was ist jetzt der richtige Zeitpunkt für die Indikation zur DIMEC? Das ist eine sehr gute Frage und oft nicht so leicht zu beantworten, weil es sehr davon abhängt, wie stark die Patienten sich gestört fühlen durch die meist eben Fuchsthystrophie oder durch den Endothelzellverlust. Sie klagen meist über Brennung oder reduzierte Kontrastwahrnehmung. Und was ein klares Indiz ist für ein Endothelzellversagen, ist, dass es Schwankungen gibt im Laufe des Tages. Das heißt, in der Früh ist es am schlechtesten. Die Patienten haben in der Nacht die Augen zu beim Schlafen. Der Tränenfilm und die Flüssigkeit aus der Hornhaut können nicht evaporieren. Und die Hornhaut ist in der Früh sehr geschwollen. Dann tagsüber verdunstet die Flüssigkeit und die Hornhaut wird ein bisschen klarer. Die Patienten sehen besser. Das kann man auch nachmessen in der Pachymetrie. Die Hornhaut tatsächlich morgens dicker als abends. Manche Patienten helfen sich, indem sie die Augen föhnen in der Früh oder im Auto. Das Gebläse von der Klimaanlage direkt auf die Augen lenken. Aber die kommen dann so auch ganz gut durch den Alltag. Aber es muss auch nicht sein, wenn man ihnen mit einer Timic helfen kann. Was jetzt neben der Hornhautschwellung, neben dem Ödem, auch noch eine Ursache ist für das schlechte Sehen bei diesen Patienten. Und das ist oft in einem Gegensatz zu dem, was man klinisch sieht, weil es vielleicht nicht ganz so imposant ist oder recht moderat aussieht, ist die Cornia gutata. Also guta ist ja lateinisch für Tropfen und das trifft auch ganz gut das Erscheinungsbild, dass man klinisch sieht. Es sieht aus, als wären kleine Tropfen auf der Rückseite der Hornhaut zu sehen. Das sind Verdickungen des hinteren Antreides der Teste mit einem Bann. Und man kann sich vorstellen, dass auf dieser irregulären Oberfläche das Licht gestreut wird. Und das führt dann zu Aberrationen höherer Ordnung. Das heißt, die lassen sich auch durch eine Brille nicht mehr ausgleichen. Und die Patienten haben ein störendes Blendungsempfinden. Sehr zum Leidwesen manchmal nach einer erfolgreichen Katarakt-Operation, weil man als Kataraktchirurg, wenn man eine wunderschöne Pseudophakie hat und eine milde Cornia gutata, dann ist man natürlich verärgert, wenn die Patienten dann unglücklich sind mit dem Sehen. Aber in dem Fall kann man mit einer T-Meg-Operation dem Patienten helfen. In der Endothelzellmessung sieht man diese Cornia gutata auch sehr gut. als dunkle Flecken in einem Endothelzellbild, das ansonsten relativ gesund aussehen kann. Aber was auch sehr eingeschränkt sein kann und gestört sein kann. Und da gibt es zwei Schlagworte, die man oft hört im Zusammenhang mit Fuchsdystopie. Das ist Polymorphismus und Polymegatismus. Polymorphismus und Polymegatismus. Und Polymorphismus bedeutet, dass die Zellen eine unterschiedliche Form bekommen. Normalerweise haben Endothelzellen eine hexagonale Form. Und das hat die Ursache, weil in der Natur eine möglichst hohe Zelldichte auf zweidimensionalem Raum mit einer sechseckigen Formation einhergeht. Deswegen sind zum Beispiel auch Bienenwaben immer sechseckig, weil man damit auf engeren Raum möglichst viele Zellen unterbringen kann. Wenn jetzt die Endothelzellen nachlassen, dann versuchen die Zellen diesen neu entstandenen Platz wieder gut zu machen und werden größer behalten, aber in einem gesunden Auge ihre sechseckige Form bei. Wenn das nicht der Fall ist, dann können die ihre Form verlieren und haben dann zum Beispiel vierecke- oder siebeneckige Zellen, fünfeckige Zellen. Also kein typisch hexagonales Muster mehr. Da spricht man von Polymorphismus. Und Polymegatismus bedeutet, dass Zellen unterschiedlich groß sind. Das heißt, dass es eine große Variabilität gibt zwischen den Zellgrößen. Und rechts unten im Bild sieht man ein gutes Beispiel für eine normale Endothelzellzahl mit gleichzeitig bestehendem Polymegatismus und Polymorphismus. Und das sagt eben aus, dass man nicht nur auf die Endothelzellzahl schauen sollte, sondern auch ein bisschen das Muster sich anschauen soll. Und es gibt tatsächlich auch einen Trick, wie man an der Spaltkrampe mit, das weiß ich aus eigener Erfahrung, mit viel Übung. Und braucht man auch sehr ruhige Patienten dazu. Da kann man auch das Endothelzellmuster so ungefähr nicht so genau wie mit der Maschine. Aber man kann es tatsächlich bestimmen. Und man sieht auch damit die Cornea Cutata sehr, sehr genau und kann die Oberfläche der Hornhautfläche gut bestimmen. Da muss man den Spalt relativ eng stellen. Das Licht maximal hell. Und man muss sich ein bisschen spielen, um den richtigen Spiegelbezirk zu finden. Und dann kann man tatsächlich diese Kutte mit hoher Auflösung sehen und auch die einzelnen Endothelzellen. Wenn das Endothelzellmuster ergeben muss, dann erkennbar ist und die Patienten ruhig genug schauen können und mitmachen. Was richtungweisend ist und wirklich hilfreich in der Entscheidung, ob man die Patienten jetzt für eine DMEG indiziert, ob man sie aufklärt oder nicht, ist die Parfymetrie. Und typischerweise beginnt die Hornhautschwellung bei Fuchsdystrophie im Zentrum und breitet sich Richtung Peripherie aus. Das ist bei anderen Erkrankungen nicht der Fall, beispielsweise bei PEX-Keratopathie oder bei sekundärer oder pseudopharkabulöser Keratopathie. Also das ist die Keratopathie, die postoperativ entsteht, wenn die Hornhaut nach komplizierter Kartopäde dekompensiert. Da ist es von außen nach innen. Da sind die Endothelzellen zuerst außen geschädigt und dann geht dieses Ödem Richtung Zentrum. Und man sieht das hier ganz gut. Da ist eine Pentacam, also eine Scheinblutaufnahme von einem Auge vor und nach der DMEG. Man sieht, dass zentral die Schwellung ziemlich eindrücklich ist mit 643 Mikrometer Dicke und postoperativ 538. In der Peripherie sieht man nicht so einen großen Effekt. Deswegen kann man ausgehen davon, dass es sich hier mit einem Fuchspatienten gehandelt hat. Wann ist jetzt der richtige Zeitpunkt für die Operation? Im Moment ist es so, dass die meisten Patientinnen und Patienten einen präoperativen Visus haben von 0,2 bis 0,6. Man sollte jetzt nicht zu früh operieren, ein Visus von 0,8 oder besser. Da werden die Patienten keinen großen Benefit haben, haben aber trotzdem das Risiko möglicher Komplikationen. Das Risiko ist gering bei der DMEG-Operation, aber es ist halt nicht null. Man sollte jetzt trotzdem nicht zu lange zuwarten, weil es eben sonst Umbauten im Stromer geben könnte, die zu einer Vernarbung führen, die auch nach einer DMEG-Operation bleiben. Und dann ist das Sehen leider nicht optimal. Gut. Ein paar Fragen, die wirklich gehäuft kommen von Patienten. Und für die Planung der Operation, das wollen die vor der OP verständlicherweise auch gerne wissen, welche Narkoseformen sind möglich. Man kann in Tropfanästhesie, Parabolbäranästhesie oder in Tollnarkose operieren, wobei die beliebteste Form in Sulzbach Parabolbäranästhesie ist. Das Auge ist dabei ruhig, bewegt sich nicht, die Patienten sind ruhig, spüren nichts. Es ist eine entspannte Atmosphäre für alle, für die Chirurginen und Chirurgen und für die Patientinnen und Patienten. Tropfanästhesie sollte man die Patienten ganz gut selektieren, weil auch Dr. Andres aus Sulzbach in einer rezenten Studie gezeigt hat, dass die Patienten, die in Tropfanästhesie operiert werden, gehäuft, dann während der Operation pressen und dadurch ein Visatergo entsteht, das macht die Operation schwieriger und die Entfaltung der Dimeclamelle auch schwieriger. In derselben Studie wurde aber gezeigt, dass es keinen Einfluss auf den Visus hat und dass auch das Komplikationsrisiko dadurch jetzt nicht signifikant erhöht war. Das heißt, alle drei Anästhesieformen sind absolut legitim und möglich. Man sollte nur für die Tropfanästhesie, weil die Patienten das Auge noch total bewegen können und eben gegebenenfalls auch etwas mehr spüren als bei Parabulbärenästhesie, sollte man sich die Indikation gut überlegen. Müssen Blutverdünner abgesetzt werden? Nein. Das Blutungsrisiko ist sehr gering. Dauer der Operation ungefähr 20 bis 30 Minuten. Das hängt natürlich von dem Zustand des Auges ab und von der Erfahrung der Chirurgin oder des Chirurgen. Wenn man das kombiniert mit Kataraktoperationen operiert, dann gegebenenfalls eben 10 Minuten länger ungefähr. Wartezeit auf ein Transplantat. Im Moment ist die durchschnittliche Wartezeit für eine T-Meg in Deutschland neun Wochen. Wenn man also dem Patienten sagt, es wird circa zwei, wenn man auf der sicheren Seite sein will, drei Monate dauern, dann ist das eine ganz gute Abschätzung. Also drei Monate Wartezeit deckt sich auch ganz gut mit den Erfahrungen, die wir haben. Und bezüglich Kataraktoperation erscheiden sich die Geister, ob man die Katarakt vor, während oder nach der T-Meg operieren sollte. Also prinzipiell richtet sich das nach dem Linsenstatus. Jedoch sollte man für eine Fak-T-Meg die Indikationsstellung sehr eng belassen. Also wirklich nur junge Patienten mit sehr, sehr klarer Linse sollten ihre Linse auch behalten. Das hat mehrere Gründe. Einerseits macht es die Operation schwerer, wenn die Patienten Fak sind. Das erhöht das Risiko von einem postoperativen Druckanstieg. Und die Linse kann durch die Gasbase, die im Auge bleibt, ohnehin eintrüben. Deshalb ist die Indikationsstellung, da kann die Schwelle relativ niedrig sein, die Fak gleichzeitig mitzumachen. Allerdings haben die Patienten, die eine Fak-T-Meg hatten und klare Linse danach behalten haben, teilweise einen sehr, sehr guten Visus von 1,0 oder teilweise drüber. Also da ist der Anteil der Patienten mit herausragenden Visus-Ergebnissen höher als bei dem Pseudophagen-Demix. Wie ist der Verlauf kurz nach der Operation? Die Patienten, das werden wir dann in der Live-Chirurgie noch sehen, verlassen den Operationssaal mit einer vollen Gasfüllung der Vorderkammer, werden auf dem Rücken liegend auf die Station gebracht und sollen dort möglichst strenge Rückenlagerungen einhalten für die ersten 48 Stunden. Sie dürfen selbstverständlich auf die Toilette gehen und natürlich was essen. Das wäre sonst barbarisch, aber es ist wichtig, dass sie viel am Rücken liegen, damit diese Gasblase die Lamelle gut tamponiert. Das Aufklaren der Hornhaut ist ganz typischerweise von zentral nach peripher. Professor Schurman hat das schon erwähnt. Und man sieht das hier ganz gut in diesem Beispiel, dass ein Patient vier Tage nach DMEG links und nach sieben Tagen auf der rechten Seite, man sieht auf dem linken Bild zentral schon eine dünne klare Hornhaut mit einem peripheren Ring umgeben von stromalen Ödemen und epithelödemen. Und auf der rechten Seite ist die gesamte Hornhaut schon aufgeklart. Und das eine Woche nach der Operation. Welche Therapie bekommen die Patientinnen und Patienten nach der Operation? Profloxazin, also ein Antibiotikum für eine Woche bis zehn Tage, viermal täglich. Das kann man absetzen dann nach zehn Tagen, muss man nicht ausschleichen, sofort aufhören. Topisches Steroid, zum Beispiel Pretensolonacetat, initial sechsmal täglich und dann kann man es monatlich um einen Tropfen reduzieren. Das kann man über sechs Monate oder auch über zwölf Monate machen. Es gibt Studien, die gezeigt haben, dass auch nach einem Jahr, wenn man weiterhin den Tropfen noch einmal wöchentlich gibt, dass es das Auftreten von Abstoßungsreaktionen reduzieren kann. Es ist aber absolut legitim, wegen dem geringen Abstoßungsrisiko bei T-Mec nach sechs Monaten die Therapie auch schon auszuschleichen. Gut, und dann wichtig noch den Ersatzmittel, weil die Augen nach der Operation alle trocken sind. Wir haben schon von Prof. Schumann ein schönes Video gesehen über die Scharkmarkierung. Man sieht da diese Markierung im linken Bild dort, wo der weiße Stern ist. Das ist drei Tage nach der Operation, so wie hier, oder eigentlich einen Tag nach der Operation schon wieder gar nicht mehr sichtbar. Auch an der Spaltkrampe muss man wirklich genau suchen, um das zu finden, selbst wenn man weiß, wo es liegt. Hat auch für die Klarheit des Transplantats und für den visuellen Eindruck jetzt keiner mehr relevanterweise erleichtert, eindeutig während der Operation die richtige Position des Transplantats, um sicherzugehen, dass es nicht upside down liegt. Haben periphere Descimate-Falten einen Einfluss auf den Visus? Nein, also wenn das Transplantat anliegt, die Hornhaut klar ist und man sieht, wenn es jetzt nicht gerade mitten in der visuellen Achse ist, eine kleine Falte, dann kann man sich zurücklehnen und entspannen, weil das vollkommen harmlos ist. Das wird nicht zum Ablösen dieser Transplantat-Lamelle führen und die Hornhaut wird auch hier klar bleiben. Eine periphere Dehiszenz allerdings, da sollte man eine erneute Gaseinbringung, ein sogenanntes Rebubbling machen. Da sieht man, dass die Hornhaut in dem Bereich ödematös ist. Wenn man an der Spaltklappe einen Spalt ganz eng stellt, das Licht maximal hell macht, sieht man oft relativ klar diesen Spalt zwischen der Hornhaut und der Descimate-Lamelle. Es ist nicht immer ganz leicht, weil die Hornhaut da natürlich ödematös ist. Aber was hilft, ist ein Vorderabschnitts-OCT. Da sieht man sehr eindrücklich diesen Spalt. Und man sieht auch, dass in dem Bereich, wo die Dimmel-Lamelle nicht anliegt, die Hornhaut geschwollen ist und ödematös. Und hier hilft ein Rebubbling in den allermeisten Fällen. Worauf man auch noch achten kann, das sieht man allerdings nicht an der Spaltenampe, sondern nur im Vorderabschnitts-OCT ist eine Upside-Down-Position. Und man sieht das anhand der Einrollung des Transplantats. Die Dimmel-Lamelle rollt sich immer mit dem Endotel nach außen ein. Die Ursache sind die elastischen Fasern in der Descimate-Membran. Also die ziehen das Transplantat sozusagen nach innen. Und wenn man jetzt auf dieses Vorderabschnitts-OCT sieht und man sieht die Einrollung nach unten, dann ist es verkehrt herum. Die Einrollung muss immer nach oben sein. Und da sind zwei ganz gute Beispiele mit peripheren Deheszenzen. Man sieht, dass hier die Einrollung nach oben ist, aber peripher ist das Transplantat noch nicht anliegend. Wenn das jetzt weniger als ca. 20% der Oberfläche der Descimate-Lamelle ausmacht, kann man das auch beobachten. Das wird sich in den allermeisten Fällen anliegen. Wenn das mehr ist als 20%, meist akzeptiert ist so ein Wert von ca. ein Drittel, also 30%. Man kann es auch ein bisschen konservativer machen und auch bei 20% schon ein Rebubbling machen. Aber auf jeden Fall, wenn ein Drittel des Transplantaters abgehoben ist, dann muss man nochmal Gas nachfüllen. Und eine komplette Deheszenz, so wie hier, da muss man das Transplantat leider austauschen. Da hilft jetzt kein simples Rebubbling, sondern man muss, wenn es schon länger besteht, die Transplantat-Lamelle entfernen und eine neue Dimmel-Lamelle implantieren und mit Gas andrücken. Für ein direktes postoperatives Ödem gleich nach der Operation ein fehlendes Aufklaren gibt es eigentlich nur drei Gründe. Das sind ein primäres Transplantatversagen, zum Glück sehr, sehr selten. Das ist im Bereich von ca. 1% oder darunter sogar eine Upside-Down-Position. Upside-Down-Position haben wir vorhin gesehen. Das kann man ganz gut richten, indem man das Transplantat im Augeninneren einmal flippt und dann mit einer Gasblase wieder zamponiert. Und ein verlängertes Anspringen, was uns die liebste Ursache ist, weil sich das von selbst reguliert. Typischerweise ist nach ein bis zwei Wochen das Transplantat schon aufgeklart. Die Hornhaut ist klar und abgeschwollen. Es kann in manchen seltenen Fällen aber auch bis zu vier, fünf, teilweise sechs Wochen dauern. Da sollte man viel befeuchten, Cortison-Tropfen geben und das Ganze weiter beobachten, aber nicht zu früh für eine erneute D-Meg einteilen. Also unter vier Wochen Observanz würde man jetzt nicht noch einmal transplantieren, sondern es kann ruhig sein, dass in manchen Fällen das Transplantat erinnert wird. Dann müssen die Patienten jetzt notfallmäßig wieder vorgestellt werden. Wenn das Sehen das initial gut war, zum Beispiel nach zwei Wochen war das Sehen gut und die Patienten bemerken sechs Monate postoperativ eine Sehverschlechterung oder haarlos um Lichtwellen oder eine segmentale Trübung oder das Auge ist gar gereizt, gerötet, tut weh, dann müssen die Patienten gleich kommen, weil sich so eine Abstoßungsreaktion handeln könnte. Und zum postoperativen Verlauf, also wie es dann weitergeht, auch noch ein paar häufig gestellte Fragen und die Antworten dazu, welche Visusentwicklung ist zu erwarten. Im Schnitt erreichen Patienten ein Visus von 0,8, die Hälfte der Patienten sogar ein Visus von 1,0. Das muss man den Patienten jetzt nicht unbedingt sagen vor der OP, dass sie 100 Prozent sehen können. Das kann dann auch wieder zu nicht eingehaltenen Erwartungshaltungen führen. Das ist schlecht. Aber ein durchschnittlicher Visus von 0,8 ist tatsächlich erreichbar. Ab wann ist mit einer Refraktionsstabilität zu rechnen? Circa sechs Wochen. Nach sechs Wochen sollte sich an der Refraktion nicht mehr viel ändern. Es gibt seltene Fälle, da kann es drei bis sechs Monate dauern, sind aber absolute Einzelfälle. Abschlussungsrisiko ist sehr gering, insbesondere im Vergleich zum PKP oder DSEC. Ungefähr ein bis drei Prozent. Dann, wann wird das Partnerauge operiert? Wenn es ein recht symmetrischer Befund ist, fragt man sich, wann kann man ein DIMEC am zweiten Auge machen? Da sollte man auch mindestens sechs Wochen abwarten, bis das erste Auge auch reparativ schon stabil ist. Und wie lange hält ein DIMEC-Transplantat? Das ist jetzt auch die letzte Frage. Damit bin ich gleich fertig. Dazu gibt es wenig verlässliche Langzeitdaten. Allerdings weiß man, dass zumindest nach fünf Jahren, das kann man schon ziemlich genau sagen, sind über 90 Prozent der DIMEC-Patienten noch eine klare Umwandlung und man muss das nicht nochmal transplantieren. Also die Re-DIMEC-Rate ist unter zehn Prozent, sogar acht Prozent nach fünf Jahren. Gut, und zu all diesen Fragen und Antworten gibt es diese Folder, die kann man auf der Homepage der Augenklinik Sulzbach bestellen. Und damit will ich mich gerne bedanken für die Aufmerksamkeit und stehe gerne für Fragen zur Verfügung. Vielen Dank, lieber Philipp. Da hast du uns schon eine große Hilfe an die Hand gegeben. Und wir haben fleißig nebenbei die Fragen der vielen Teilnehmer schon beantwortet, sodass wir direkt zum chirurgischen Teil gehen können. Lieber Karl, du wurdest... Ah, ja. Ich möchte noch kurz eine Frage stellen, weil das ist eine Besonderheit bei dir, Philipp. Du hast ja deine Ausbildung in Wien am AKH gemacht, warst dann der Fellowship in Melbourne, da kennst du die australische Variante, dann hattest du die Professur in Wien und jetzt kennst du auch den Sulzbacher-Style in der Indikation und Nachsorge. Was gibt es da für Unterschiede? Ja, das ist eine gute Frage. Also insbesondere bei der Präparation ist Sulzbach sicherlich voraus, insbesondere in Australien, wo hauptsächlich sogar noch D-Sec durchgeführt wird im Vergleich zu D-MEC und die Präparation noch immer nach der alten von außen nach innen Methode, indem man die D-MEC mit der Pinzette peelt, durchgeführt wird. Ansonsten von der Nachsorge ist sicherlich der stationäre Aufenthalt der Patienten in Sulzbach auch ein Merkmal, das es aber den Patienten auch erleichtert, die Rückenlage einzuhalten. Therapie ansonsten ist tatsächlich international sehr ähnlich. Das musst du sagen. Gut, nur eine Sache wollte ich noch sagen. Also du hattest in einem Nebensatz gesagt, die Wartezeit in Deutschland sind neun Wochen. In dem Sinne ist es, glaube ich, wichtig zu korrigieren, dass die Wartezeit, also wir haben ja immer noch eine riesige Spender-Shortage, und die Wartezeit ist extremst unterschiedlich. Auch wir haben vor acht, neun Jahren noch ein Jahr Wartezeit auf die D-MEC gehabt. Das heißt, es gibt tatsächlich Zentren, die sich professionalisiert haben, eine große Gewebebank haben, da sind wir ja nicht die einzigen, die eben auf diese neun Wochen gekommen sind. Aber gerade diejenigen, die keine eigene Bank haben oder nur so, ich sag mal, ihr eigenes Haus zur Rekrutierung der Gewebe hat und kein großes Gewebe-Spendernetz, die haben immer noch lange Wartezeiten. Also man kann sich halt auf die Wartezeit nicht verlassen, sondern jeder hat ja ein Zentrum, mit dem er zusammenarbeitet. Und da werden sie natürlich dann auch wissen, wie die Wartezeiten sind. Und um die zu reduzieren, gibt es nur einen Weg, spenden, spenden, spenden. Öffentlichkeitsarbeit, auch wir haben mit dem Landesministerium hier mehrere Initiativen zur Verbesserung der Gewebe-Spende gehabt. Und ich halte es auch für die Verpflichtung eines jeden Transplantationszentrums, nicht einfach nur eine Honor zu bestellen, die irgendwo herkommen soll, sondern sich auch aktiv darum zu bemühen, die Spendeakquise in der Bevölkerung, in der Lokalen zu verbessern. Auf Krankenhäuser zuzugehen, die dafür zu gewinnen und Ähnliches. Das ist ein ganz wichtiger Punkt von dir. Ja, herzlichen Dank für die Klarstellung. Das war, also da habe ich mich berufen auf den Report von der diesjährigen DOC, aber da gibt es selbstverständlich große Schwankungsbreiten und das ist lediglich ein Mittelwert. Völlig richtig. Vielen Dank. Okay, jetzt kam doch noch eine Frage rein, die tatsächlich relevant ist, nämlich bei der Zielrefraktion. Es gibt ja durchaus Patienten, die eventuell auch eine Cognagutata haben, aber noch keine dekompensierte Hornhaut und bekommen beim niedergelassenen Kollegen eine Kataraktchirurgie. Sollten diese schon direkt die Zielrefraktion aufgrund des zu erwartenden Hyperobenschifts auf minus 0,75 zum Beispiel legen, was ist eure Meinung? Das ist eine ausgezeichnete Frage. Also wenn eine Cognagutata vorliegt und wenn auch in der Scheinfluguntersuchung schon Änderungen in der Dicke zu sehen sind, dann würde ich tatsächlich auf eine Zielrefraktion zwischen 0,5 und minus 0,5, Entschuldigung, minus 0,5 und minus 0,75 zielen. Das ist das, was empfohlen wird. Wenn es noch keine ÖDM gibt und wenn die Hornhaut bis auf eine ganz minimale Cognagutata noch keine Veränderungen zeigt, würde ich vielleicht etwas in Richtung Myopie zielen, vielleicht nicht ganz so hoch. Ja, das sehe ich auch so. Darf ich ganz schnell die Gelegenheit nutzen? Der Professor André Messias ist jetzt auch dabei. André, kannst du was dazu beitragen? Er ist ja, abgesehen davon, dass er ein toller Hornhautoperateur ist, auch ein super erfahrener Kataraktchirurg. Zielrefraktion, hast du noch einen Satz hinzuzufügen? Ja, ich bin auch der Meinung von Philipp. Hallo, danke, dass ich mitmachen darf. Wenn man die Hornhaut misst und die ÖDM hat, natürlich hat man danach ein bisschen hyperopische Shift. Deswegen macht man diese myopische Zielrefraktion bei der Facodimec. Ich finde es auch, dass wenn kein ÖDM dabei ist, dass man diese Zielrefraktion auch Richtung Hemetropie haben könnte. Aber ich würde nie auf Null ziehen mit weder minus 0,5 oder minus 0,75. Vielen Dank. Aufgrund der Zeit würden wir dann doch jetzt zu dem chirurgischen Part wechseln. Karl, du wurdest ja als sehr erfahrener Kollege schon angekündigt. Wir freuen uns, Tipps und Tricks bei der doch manchmal tricky Präparation von dir zu erfahren. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Und ich kann hier nur sagen, dass die Erfahrung leider durch auch viel Leid und, sage ich mal, Frustration geprägt ist, weil nur wer da die ganzen Miseren einmal durchlebt hat, kann sie dann auch irgendwie managen und vielleicht auch ein bisschen darüber erzählen. Ja, ich freue mich, etwas über die schwierige Präparation zu erzählen. Ich hoffe, dass ich nachher keine schwierige Präparation haben werde. Wir hatten von Herrn Schurmann gehört, dass wir die DMAC in fünf Schritte aufteilen können. Und heute möchte ich mich absolut auch mit der Präparation beschäftigen, die ja wirklich den Sieg oder die Niederlage für diese Operation schon recht früh entscheiden kann. Und vor allem, wenn der Patient in Vollnarkose schon schläft und man dann doch sagen muss, ich habe kein Transplantat, ist das sehr ärgerlich. Und das wollen wir um alle Fälle auch vermeiden. Wir haben gehört, dass wir ja verschiedene Möglichkeiten haben. Einmal die Präparation in der Reinraumbank und getrennt davon eben dann die Implantation. Aber eben größere Zentren neigen dazu, diese Liquid Bubble oder auch eine Präparation kurz vor dieser Operation durchzuführen und zeitlicher Aufwand ist da wirklich kein großer Mehrwert. Aber ich denke, man sollte souverän und auch kontrolliert diese Präparation durchführen können und je häufiger man das macht, desto mehr oder sicherer ist dieses Ganze. Wir verwenden dieses Set von Goida, das hatten wir ja auch schon von Herrn Schurmann gehört. Auf dem Set ist diese Silikat-Kartusche und aber auch eben alle Pinzetten und Scraper oder Olive, die wir für die Präparation benutzen und ich bin damit auch wirklich sehr zufrieden. Wir hatten über die Oldschool-Technik von Melles schon gehört, die er 2006 publiziert hat. Hier den Nachteil, dass man einmal auch auf der endothelialen Seite eben anfärben muss und dann doch recht aufwendig das endothel auch abschabt und abzieht und dadurch natürlich Scher und Traktionen auf das endothel ausgeübt werden und ich denke, dass das jetzt nicht eine minimalinvasive Variante ist und dass dies eigentlich nicht mehr state of the art sein sollte. Deshalb propagiere ich auch sehr stark diese Liquid-Bubble-Technik, die wir in dieser Klinik auch etabliert haben und auch in diesem Kurs hier lehren wollen, weil wir diese No-Touch-Technik der Präparation zum Schonen der endothelzellen einfach empfehlen können. Auch die Liquid-Bubble-Präparation können wir in fünf Schritte unterteilen. Zum einen geht es darum, dass wir die Inzisionen in diesen Kammerwinkel eben gut durchführen. diese Vorpräparation in diesen Sub-Destimit-Raum bringt erstmal die erste Hürde, die Durchführung der Liquid-Bubble, dann das Stanzen und Markieren und das Aufziehen in die Kartusche ist meistens dann eben nicht mehr das Problem und hat aber auch noch seine Tücken. Dieses Bild haben wir schon von Herrn Schumann gesehen und ich will nur nochmal darauf hinweisen, dass wir diese Strukturen hier zwar immer in jedem einzelnen Bild unterschiedlich vorführen, aber wir haben Leitstrukturen, an denen wir uns orientieren können. Nochmal kurz zurück. Und zwar ist es so, hier das Helle, das ist der Skleralsporn. Wir haben den pigmentierten und nicht pigmentierten Teil des Trabekel-Maschenwerks, hier die sogenannte Schwalbezone und hier mit D fängt eigentlich dieser Sub-Destimit-Raum an. Und was wir empfehlen, ist wirklich hier in, da auf der Höhe des Skleralsporns anzusetzen mit der Lanze, mit der Parazynthese-Lanze und uns flach, vor allem flach ist das Wichtige, vorzuarbeiten und die erste Inzision zu schaffen, bis wir hier zumindest in der Zone C sind und den Rest dann eben stumpf weiterzuführen. Gucken wir uns das nochmal in dem Video an, was Herr Schumann schon gezeigt hat. Das ist aber trotzdem mehrfach auch zu sehen. Sie sehen, wie man hier an der Skleralspornzone angeht und ich empfehle immer doch recht viele seitliche Bewegungen und wenig den Vorschub, weil man doch mit der scharfen Spitze eben losgehen kann. Hier die Vorpräparation mit dem Göttinger Iris-Spatel etwas beschleunigt, aber diese Zone der verstärkten Adherenz das ist eine Sache die man wenn man das einmal verstanden hat wie das geht weiß man auch wann es genug ist und hier dann eben abdrücken mit diesem Pfarrupfer und dann habe ich diese Möglichkeit diese diese Dissektionskraft aufzuwenden durch diese Liquid Bubble durchzuführen. Das Stanzen und vor allem ganz wichtig auch diese Feuchtigkeit des Transplantates in dieser Mulde damit wir diese Scharkmarkierung gut durchführen können. Ansonsten wird das Transplantat oft zusammengedrückt und ist dann eben dadurch eher ein Reißen als ein Schneiden. Hier von der Strommalen Seite das Abreparieren des Transplantates und dann schwimmt es und kann aufgezogen werden. Eine Technik von Herrn Haus hier etabliert ist die sogenannte Einhand Technik. Das ist eine Trabikulostomie Kanüle, die ohne ein scharfes Vorpräparieren direkt unter diese Desimates Membran durchgezogen wird. Sie sehen, dass man eigentlich auch gar keinen großen Druck von dem Druck verbraucht, weil diese Inzisionsbreite so eng ist, dass dann die Präparation des Subdesimates und das ist dazu beachten. Wenn ich diese Infusion zu tief angelegt habe und nicht weit genug nach vorn gehe, dann habe ich den Farbstoff in den stromalen Anteilen. Dann passiert das folgende Nasen 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 das ist hier dieses Auf Südang des Ström oder Dr. Bode, ich glaube, Ihre Internetverbindung streikt gerade so ein bisschen durch die ganzen Videos. Sollen wir einmal versuchen, dass ich meinen Bildschirm freigebe und die Fernsteuerung übergebe? Dann müssten Sie nur einmal die Übertragung beenden, dann gebe ich meinen Bildschirm frei. Die Videos stoppen vielleicht ein bisschen. Genau, und dadurch waren Sie jetzt mit dem Ton schlecht zu verstehen. Einen Moment, ich versuche es einmal. Jetzt übergebe ich Ihnen gleich noch die Fernsteuerung. So, jetzt müssten Sie auf Ihren Bildschirm klicken können und gleich ja. Jetzt dann darf ich noch kurz einmal zurückgehen. Hier hatten wir das wir eben in den stromalen Fasern uns verheddert haben und dass wir den Fasstoff zwischen die stromalen Lamellen kriegen und wir nennen das immer diese Dendritiker Figur, weil sich das wirklich so aufbäumt, wie so ein Dendritiker Baum und wir dann eben wissen, okay, wir sind hier zu tief und können dann eben nochmal neu ansetzen. Der Vorteil hier ist, dass ich dann auch Stroh mal angefärbt habe und eine bessere Visualisierung habe. Das ist jetzt kein Reinbruch, man muss dann wirklich nochmal ein bisschen eine Etage höher präparieren und schafft das in der Regel auch sehr gut und ich denke, aus Zeitgründen gucken wir uns das weiter mal an, wie es hier ist, weil nämlich diese D-Make-Lamelle liegt ja dann auf dem umgedrehten Trepanationsblock und nicht in der Mulde und wenn ich dann da auch zu viel Medium auf dem Block habe, kann es sein, dass ich zwar eben das anbrücke, weil wenn ich jetzt diesen Wechsel habe von der Kanüle zum Dings, dann kann es mal sein, dass ich rausrutsche und hier sieht man sehr schön, wie sich der Schlempsche Kanal eben auch durch diese Farbe eben anfährt und dadurch weiß ich, okay, ich muss noch mal ein bisschen weiter vorpräparieren und Sie sehen auch, dass da ein kleiner Defekt am Anfang ist, über sowas kann man immer noch mal hinaus präparieren, also von daher da nicht verzweifeln, da kann man weitermachen an dieser Stelle und dann kriegt man doch noch die gute Bubble hin. Gucken wir uns das an, wie wir das mit verschiedensten Arten auch versucht haben, hier ebenfalls der Operateur sich doch fast sicher, dass er da irgendwie richtig ist, aber präpariert vor, will dann eben anfärben und hat auch ein bisschen Mühe und hat da ein bisschen gehakelt und denkt sich, naja, wo bin ich denn da? Und da kommt dann kleine Gelonblase, dann ist diese Dissektion da vollendet und ich kann mit dem Göttinger Spatel da wirklich in die Blase rein, die Eingangsöffnung ein bisschen erweitern und dann wirklich sicher mit der Sauterkarnüle in diese Blase hineingehen und dann wieder das typische Abdrücken mit dem Zigarettentupfer und dann das hochspritzen und dann haben wir das. Was ist, wenn wir die Liquid Bubble nicht hinbekommen oder wenn ich diese Bubble nicht richtig hinbekomme. Das liegt oft an den Pseudophaken Spendern. Hier ist es oft eine Inzision, die bei der Kataraktoperation durchgeführt wird. Wenn es ein peripherer früher Defekt ist, kann ich mit dem zweiten Tupfer diesen Defekt ebenfalls abdrücken und die Liquid Bubble Technik durchführen und habe dann eine ausreichend große Fläche an Dissektion und ich kann ganz normal stanzen. Hier noch mal ein anderer Defekt oder ein anderer Fall ebenfalls eingegangen mit der Sauterkanüle nicht richtig vorangekommen und oft ist oder es ist auch häufig so, dass wir zwar auf dem Transportschein der Lamelle nichts stehen haben, dass da eine Kataraktoperation durchgeführt wurde, aber es kann immer wieder sein, dass dann doch irgendwelche Defekte auch peripher sind und hier sehen Sie doch einen relativ frühen Defekt und da kann immer noch mit einem zweiten Tupfer abgedrückt werden. Ob Sie das machen, die Schwester oder ein Handwechsel notwendig ist, das muss man individuell schauen und schauen, dass dann eben diese Liquid Bubble komplett durchgeführt wird. Aber es gibt manchmal auch späte Defekte, dass ich eigentlich eine recht große Fläche habe, die schon abgelöst ist, die kann ich dann auch etwas dezentral ausstanzen und dann eine sogenannte manuelle Nachpräparation durchführen. Ich versuche dann diese sogenannte Scharkmarkierung relativ weit von den Adderenzen noch anzulegen, damit da keine Einrisse entstehen und dann kann ich mit dieser sogenannten Schnabelpinzette und auch ausreichend Wasser in der Mulde diese Desmet abziehen. Das ist ja dann ähnlich zu der Mellis-Technik und dann auch wieder standardisiert aufziehen. Das ist möglich, wenn die Abhebungsfläche der Desmet groß genug ist. Aber es gibt auch, dass man frustrate Ergebnisse hat. Hier denke ich noch, dass vielleicht ein bisschen mehr Abhebung nötig ist und versuche es von der gegenüberliegenden Seite. Da ist aber auch ein peripherer Defekt. Und dann kann ich hier eben nochmal stanzen und das manuell nachpräparieren. Auch hier möglichst viel eben abziehen. Manchmal kann man auch mit der Olive etwas mehr Druck auf das Strom ausüben und das abkratzen, wie bei dieser Mellis-Technik. Deshalb möchte ich diese Fertigkeit der Mellis-Technik nicht verteufeln, sondern das ist durchaus notwendig, um auch eben diese Sachen hier zu präparieren. In seltenen Fällen ist auch ein scharfes Lösen an solchen Randgebieten mit der Wanners-Schere notwendig. Dann habe ich hier einen Fall, wo wir doch etwas wenig abgelöst haben und auch nochmal nachspritzen möchte, aber wenn ich solche peripheren Defekte habe und dann nicht weiterkomme, ist es oft auch, dass es gepaart ist mit anderen Defekten und die Qualität der Lamelle etwas minderwertiger ist, was nicht die NET-Zellen die Funktion betrifft und hier empfehlen wir im Wasserbecken oder eben in einem Medium, hier ist es, dass wir das eben abziehen. Mittlerweile nämlich stanzen wir nicht mehr ganz durch und können mehr greifen und ich empfehle da auch eben diese sogenannte Gabelpensette, um mehr Stabilität zu bekommen. Und dann ist es so, dass manchmal dann eben die Färbung des Transplantates nicht ausreichend ist. Das heißt, ich muss mit relativ wenig Wasser oder Medium nochmal nachfärben und dann das spülen, um dann eine gut gefärbte Lamelle eben in dieser Kartusche zu haben. Ebenfalls frustrantes Ergebnis, hier schon drei Versuche, eine Ablösung hinzubekommen, aber wenn ich überall so ein bisschen habe, habe ich nur zentral ein paar Atterenzen und kann dann eben mit der Pinzette über diese Atterenzen immer peu à peu rüber ziehen. Was ich empfehle, ist, nicht zu oft anfassen und immer wieder nachgreifen, sondern doch relativ lange Bewegungen durchzuführen. Dann bitte ich da nicht an das Endothel noch mal schädiger an andere Stelle. Aber wenn es eben schwierig wird, ist natürlich das Anfassen auch erlaubt und nicht anders machbar. Und hier dann ebenfalls trotzdem eine erfolgreiche Präparation und noch mal das Anfärben oder Nachfärben. Das kann man auch intrakameral machen, muss man nach den Vorlieben machen. Kommen wir noch zu der Orientierung, zu der Scharkmarkierung. Da haben wir eindeutig ein sehr schönes Tool, um eine sichere Orientierung intrakameral zu identifizieren. muss natürlich wie links angelegt sein und dann eben schminkverkehrt intrakameral sein. Und auch hier ist es so, dass wir empfehlen, eine extra Wasserblase noch auf das Transplantat zu setzen. Und wir präparieren hier auch in der Mulde dieses weißen Blockes und versuchen mit einer scharfen Schere, die nicht schon tausendmal hingefallen ist, diese Scharkmarkierung präzise und eindeutig anzulegen, dass wir das intrakameral identifizieren können. Wir hatten auch mal versucht, diese Scharkmarkierung mit einem Knipser zu machen, aber das haben wir wieder verlassen, weil es eben nicht richtig geschnitten ist, sondern das Material einfach gequetscht wird und in vielen Fällen auch ein Ausreißen mit diesem gefassten Knipser eben stattgefunden hat. Und das sehen wir hier, dass das ebenfalls bei einer stumpfen Schere stattfinden kann, mit wenig Wasser. Sie haben gesehen, welche Falten da gebildet wurden und wenn der Schnitt dann eben nicht richtig ist, bleibt einfach die Spitze von diesem Dreieck häufig da hängen und man hat dann eben die Neigung dann das zu greifen und einfach rauszuziehen und dann wird es halt unsauber und nicht unbedingt besser. Und häufig ist es auch ein Problem, dass wir unter diese Lamelle gar nicht so einfach reinkommen. Da gibt es einen Trick, dass man da eben diese Falte hat und dann eben von Peripher unter dieses Material der Desmet und des Endothels kommt und dann eben die Markierung gut und sicher hinsetzt. Gut, vielen Dank erstmal, ich hoffe, es waren ein paar praktische Tipps dabei und ich muss Ihnen da nachher nicht so viel zeigen im OP. Tona? Ja, ich habe es gemerkt, vielen Dank. Vielen Dank, lieber Karl, das war auf jeden Fall sehr hilfreich. die Frage, die im Chat gestellt wurde, ist jetzt nicht ganz so relevant für deinen Vortrag, aber werde ich direkt beantworten in meinem, wenn das okay ist. Aufgrund der Zeit würde ich auch direkt mal weitermachen. Das ist natürlich auf die Zeit achten, aber ich würde die gerne fragen, die ganzen Videos, die der Karl gezeigt hat mit dem Problem, dass ich ein zweites Loch oder ein drittes Loch bildet. Es sind ja fast immer die Spender, nicht der Empfänger, die Spender mit Zustand nach K2P. Das wird auch auf dem Transportschein klargemacht. Du hast aber hier eine Studie durchgeführt, wie die Erfolgsraten sind mit Transplantaten ohne Zustand nach K2P und Transplantaten mit Zustand nach K2P, also die Spenderwand Pseudophag. Kannst du in ein, zwei Sätzen sagen, was das Ergebnis war? Genau, die Frage war jetzt an mich richtig. Im Prinzip zeigt sich ganz klar, dass diese Transplantate, die Zustand nach K2P sind, natürlich schwieriger zu präparieren sind. Sie haben eher periphere Einrisse, manchmal sogar zentrale Löcher, die bei Präparationen entstehen, sodass die Präparationszeit hier etwas länger dauern kann, man auch auf manuelle Techniken umsteigen muss. Die Qualität am Ende jedoch vergleichbar im Langzeitverlauf klinisch ist, dennoch ist klar zu sagen, dass diese Präparate eher für erfahrene Chirurgen sind und führt mich zu meinem Thema, weil genau das diese Transplantate sind, die uns Chirurgen Probleme machen und wenn wir auch aus ethischen Gründen und aufgrund der Professionalisierung natürlich einwandfreie Präparate haben möchten, wäre wie gesagt die Überlegung, warum lassen wir das nicht schon ready to use vorbereiten und konzentrieren uns auf die Implantation und damit komme ich zur Pre-Cut und Pre-Loaded DMAC Wunderbar Elegant übergeleistet Ich gebe mal meinen Bildschirm frei Wunderbar Gut ein Moment funktioniert noch nicht Die Übertragung ist relativ langsam bei mir reagiert kaum Also wir sehen es Ja ich sehe es auch aber ich drücke tausend Mal auf meine Knochen Gut Ja wir haben vorhin ja schon in der Übersicht gesehen was die Meilensteine waren und bei der Implantation ist vor allen Dingen natürlich die Kartusche von Bedeutung die Glaskartusche hat so viele Vorteile sodass sie dann auch im Verlauf bei der Pre-Loaded DMAC zu der wir später kommen auch Anwendung finden wird und ich erkläre warum doch zunächst erstmal die Begriffserklärung was ist denn eigentlich diese Lamec von der die DGFG immer redet Lamec ist die Abkürzung für Lamelle bei DMAC sie wird seit Jahren deutschlandweit von der DGFG auch angeboten und erfolgreich angewendet hier wird allerdings nicht die Liquid Bubble Technik verwendet sondern manuell präpariert von außen wird das Transplantat bis zu einem mittleren Steg präpariert sodass dies zunächst nur noch von dem Operateur wenn es angekommen ist im Operationssaal zu Ende abgezogen werden muss es ist ein sogenanntes Pre-Cut Gewebe oder Pre-Stripped kommt drauf an wie man das sagen möchte das Ganze wird hier unten man sieht meine Maus sicherlich in einer Kräumann Chamber versendet in der Mitte ist die Kornioskleralscheibe eingelagert und wird von dem Operateur dort herausgenommen die Vorteile der Pre-Cut wurden im Prinzip ja jetzt auch schon genannt aber letztendlich hat man die Möglichkeit diesen Teil der Operation so weit und sicher zu professionalisieren dass es standardisiert unter den aseptischen Bedingungen der Gewebebank durchgeführt wird durch ein hochgeschultes Personal das tagtäglich diese Präparation macht stellen sich vor sie machen zwei dreimal im Jahr eine DMEC sie werden nie so gut sein wie ein wirklich sehr wertvoller Bankmitarbeiter der das mehrfach am Tag macht und damit natürlich auch eine gewisse Routine hat die mikrobiologische Testung und Kontrolle ist weiterhin hervorragend und natürlich auch wird sichergestellt dass sie ein sehr gutes Transplantat mit sehr guter Qualität der Endothel Zellzahl und Morphologie am Ende auch bekommen für sie als Operateur sie können ihre Zeit im OP besser strukturieren zielgenauer natürlich und kürzer und das wichtigste ist es gibt kein Verschnittrisiko im Operationssaal weil was wäre schlimmer die Präparation klappt nicht aber ihr Patient liegt dort vorne erwartungsvoll und sie sagen ihm hat es auch nicht geklappt wir brauchen ein neues Transplantat das ist immer sehr unangenehm und wir dürfen natürlich nie vergessen wir haben so einen Spendermangel dass wir die ethischen Aspekte natürlich nie außer Acht lassen sollten und diesen Teil der Operation durchaus als zielgerichtet sehen wir haben das Ganze auch in einer prospektiven Studie untersucht wir arbeiten mit extra anhaltigen Medium und konnten bei 51 Patienten vergleichen zeigen dass sowohl die konventionelle Methode also OP direkt der Chirurg macht direkt bei der OP die Präparation versus Pre-Cut zwei Tage vorher durch Personal vorbereitetes Transplantat klinisch völlig äquivalent im Verlauf zeigen konnten in diesem Fall war der Präparateur tatsächlich der gleiche Operateur es war also kein Bankmitarbeiter und somit noch besser vergleichbar was genau erwarten wir uns jedoch von der Pre-Loaded DMAC das ist quasi die Erweiterung von der Pre-Cut hier ist es so dass komplett die Präparation nur noch in der Gewebebank ist und sie gar kein Risiko mehr haben durch vielleicht noch ein versehentliches zerreißendes mittels Steges bei der Pre-Cut haben abgesehen davon haben sie natürlich auch schon bei der Pre-Loaded gebrauchsfertig ihre Lamelle in der bekannten Glaskartusche durch die sie das Transplantat auch sehen können hier sehen sie einmal die innovative Entwicklung in Zusammenarbeit mit Goida der DGFG und dem Forschungszentrum des KERIs aus Sulzbach diese Transport Kartusche ist auch patentiert worden es benutzt im Prinzip ein Borosilikat Glas was wir von der normalen Kartusche auch kennen aber das Volumen ist ungefähr 50% größer die Öffnung ist weiterhin 1,6 Millimeter also minimal invasiv wie bei der Kataraktchirurgie was neu ist sind natürlich die Ventile hier außen die sind durchaus wichtig damit das Transplantat in loko bleibt aber auch zur Konvektion des Mediums genau der Ablauf wird gleich noch in dem Video von Frau Wahl ausführlicher gezeigt ich gehe ganz kurz nur darauf ein im Prinzip wird in der Bank das Transplantat nochmal nach der Präparation in dem gesamten Prozess validiert kontrolliert und in guter also sehr guter Qualität natürlich herausgegeben wird dann in dieser Versand Glaskartusche gelagert und so in diesem Mediumbehälter an sie gesendet sie erhalten dieses Behältnis und können ganz einfach die Kartusche rausnehmen das sieht vergrößert einmal so aus hier ist die Lamelle nochmal angefärbt und können es dann direkt im Prinzip nachdem sie die Ventile abgemacht haben mit einer einfachen Spülkanüle konnektieren und direkt verwenden sie haben also auch weniger Material was sie lagern müssen es ist alles schon da hier nochmal in einer Vergrößerung die Ventile sie sind einen Moment sichern das Transplantat natürlich aber erlauben auch gleichzeitig eine Konvektion des Mediums sie können auch mit BSS spülen oder aber auch mit Trüpan Blau nachfärben das ist kein Problem am Ende wie gesagt brauchen sie nur eine Spülkanüle die sie hier an der größeren Öffnung konnektieren und dann wie gewohnt implantieren vielleicht genauso schnell wie Professor Schumann vorhin in seinem Video aber gut so die Vorteile sind die gleichen letztendlich wie bei der Precut dennoch haben sie noch bessere Planbarkeit und weniger Material was sie bei sich lagern müssen wir haben das Ganze auch überprüft es gab eine Pi Zulassungsstudie hier konnten wir zeigen dass die herkömmliche Methodik mit der Precut versus Reloaded rechts gezeigt gleichwertig sind wir haben über 48 Stunden einen Transport und auch verschiedene Temperaturunterschiede getestet es ist sowohl von also dem Endothel Zellverlust über 48 Stunden sowohl vergleichbar als auch gering international wie gesagt ist die Kartusche auch schon in der Anwendung in den Niederlanden konnte ebenfalls gezeigt werden dass beide Systeme die Kräumann Chamber als Precut aber auch die Preloaded mit der Rapid Kartusche gleichwertig sind und einen geringen Endothel Zellverlust haben hier sehen wir diesbezüglich auch die Immunfärbung aber auch eine lebend tot Färbung die wirklich vergleichbar ist auch die Kollegen aus Venedig konnten zeigen dass der Endothel Zellverlust unter 5% ist und haben den Transport über ungefähr 72 Stunden durchgeführt und es war sicher um das Ganze klinisch zu testen haben wir eine prospektive Studie durchgeführt an 80 Patienten mit Fuchs Endothel Dystrophie drei Chirurgen haben die Operation durchgeführt man sieht dass die Zellzahl vor der Präparation durch eine Gewebebank Mitarbeiterin und nach der Präparation also das was wir am Ende bekommen haben völlig vergleichbar ist und nur 0,8 Prozent Verlust durch die Präparation zu sehen war die der Workflow ist hier unten einmal aufgezeigt aber grundsätzlich kurz es wird in KM2 gelagert aufgrund von Freibestimmungen das heißt wir haben ein Transportmedium das Dextran enthält zum Entquellen ungefähr nach fünf Tagen erfolgte dann letztendlich nach mikrobiologischer Testung und Endothelzellzahl Zählung die Implantation wir konnten zeigen dass über ein Jahr hinweg die Werte der Visus Entwicklung die Hornhaut Dicke aber auch die Endothelzellzahl stabil und sehr gut waren hier sehen sie auch nochmal im Vergleich präoperativ unser hoher also die hohe Endothelzellzahl die mit dem bekannten Drop nach der Operation durchaus bekannt ist und dann aber stabil bleibt um Ihnen mal Endothelzellen auch zu zeigen weil wir wissen alle wie schwer die Messung tatsächlich manchmal sein kann habe ich Ihnen zwei Patienten vorbereitet der Patient hier links hat auf dem einen Auge die herkömmliche Standard D-Meg bekommen sprich Operateur hat direkt vor der OP selbst präpariert das Weiße ist einfach nur eine Überlichtung aber links davon sehen Sie die Zellzahl und der gleiche Operateur hat am gleichen Patienten dann am anderen Auge die Preloaded D-Meg durchgeführt und wir sehen ein schönes Endothelzellen Muster sprich natürlich auch für die Qualität des Transplantats Dagegenhaltend haben wir einen anderen Patienten ein anderer Chirurg unabhängig davon hat am ersten Auge die Standard D-Meg durchgeführt auch ein gutes postoperatives Ergebnis am Partner Auge mit der Preloaded D-Meg sehen wir allerdings ein geringeres Zellmuster bei diesem Patienten wurde allerdings auch zweimal ein Rebubbling durchgeführt dazu komme ich gleich nochmal auf die möglichen Gründe wir konnten in unserer Studie aber insgesamt zeigen dass Preloaded D-Meg eine relativ hohe Rebubbling Rate von 36 Prozent hatte und das haben wir uns mal angeschaut mit der Literatur von anderen Organkulturen die Preloaded D-Meg auch bereits schon durchführen und auch hier zeigt sich eine erhöhte Rebubbling Rate von bis zu 48 Prozent Preloaded versus Pre-Stripped also wie Pre-Cut 40 Prozent versus der Standard D-Meg mit 15 Prozent die Kollegen um Romano et erklären das mit einer verringerten Adhäsionskraft der Lamelle weil die im Prinzip so lange gelagert ist und die Elastizität ist anders genau um PAREC hat sage ich mal die Gruppe auch gezeigt dass eine Rebubbling Rate von 40 Prozent also ähnlich zu unserer gezeigt wurde und sie sagen am Ende dass die Prozessierung doch auf vier Tage limitiert werden sollte letztendlich ist noch die Studienlage nicht ganz einheitlich die Frage bleibt natürlich immer ist das Dextran nun das entscheidende ja was was vielleicht eine Besserung der Rebubbling Rate bringen könnte das wird sich aber im Verlauf erst zeigen grundsätzlich haben sowohl die Precut als auch die Preloaded trotzdem ihre Bedeutung weil wir werden immer mehr Spender haben die älter sind die Diabetes haben die Zustand nach CAT OP haben wir können nicht diese ganzen Transplantate einfach ausschließen wir müssen einen Weg finden wie wir das Ganze ethisch so darstellen dass diese Transplantate auch professionell und standardisiert verwendet werden können Wir dürfen wir dürfen trotzdem auch nicht vergessen dass neben der Rebubbling Rate natürlich die Patienten auch intraoperativ unterschiedlich also ihre Schwierigkeiten haben können bei der Operation und das werden wir weiterhin mit der Precut oder Preloaded natürlich nicht ausschließen können und daher sollte die DMEG natürlich trotzdem immer nur durch erfahrene Operatöre durchgeführt werden aber wir versuchen natürlich auch in diesem Kurs Ihnen praktische Beispiele und Tipps zu geben damit wir alle gemeinsam am Ende das Beste für unsere Patienten machen dann vielen Dank Ich sehe es sind keine offenen Fragen mehr im Moment ich würde direkt auch auf das Video von Frau Wahl gehen weil letztendlich wird hier nochmal schön gezeigt was ich eigentlich gerade erzählt habe Hallo danke für die Überleitung ich versuche mal mein Bildschirm zu teilen Hallo ich darf Ihnen heute die Herstellung der sogenannten preloaded Lamek in unserer Rheinraum Gewebebank vorstellen Frau Rieckmann und auch Professor Schumann haben hier schon einiges darüber erzählt essentiell für die Arbeit bei uns hier in den Gewebebanken ist natürlich ein gut funktionierendes Spendernetzwerk ansonsten haben wir keine Transplantate wir arbeiten seit Jahren mit der Deutschen Gesellschaft für Gewebetransplantation der DGFG zusammen unser Spendernetzwerk umfasst mittlerweile über 100 Spendenkrankenhäuser in ganz Deutschland an den einzelnen Standorten oder in den einzelnen Regionen haben wir dafür speziell ausgebildete Spendenkoordinatoren die sich komplett auf das Spenderscreening die Gespräche mit den Angehörigen und die Entnahme der verschiedenen Gewebearten konzentrieren Die so von ihnen generierten Gewebespenden werden dann auf 13 Gewebebanken die sich auch in verschiedenen Teilen von Deutschland befinden um auch die Transportwege kurz zu halten verteilt und dort weiter prozessiert Wir beliefern mehr als 120 Transplantationszentren in Deutschland mit Augen One-Out Transplantaten Es gibt mittlerweile 35 Transplantationsprogramme für Herzlappen und Blutgefäße und mehr als 40 Transplantationseinrichtungen beziehen regelmäßig Amionmembran von der DGFG Durch unsere Kooperation kamen natürlich auch die Knappschaftskliniken hier im Saarland mit den Häusern in Sulzbach und Püttlingen und das SAG-Klinikum Völklingen und das Klinikum Saarbrücken hinzu genauso wie die Knappschaftskliniken in Nordrhein-Westfalen Zuletzt ist auch noch das Universitätsklinikum Bochum dazugekommen Zur Gewebespende lässt sich allgemein sagen dass diese immer altruistisch ist Der organisatorische Ablauf ist bei uns deutlich einfacher wie bei der Organspende Wir sind nicht auf eine Hirntot Diagnostik angewiesen Jeder Herz-Kreislauf-Tote ist auch potenziell ein Gewebespender Für die Augen-One-Out Spende ist die Entnahme aktuell 72 Stunden nach dem Tod möglich Es bedarf der Einwilligung des Verstorbenen zu Lebzeiten Also ab 16 Jahren kann sich jeder dazu entscheiden nach seinem Tod Gewebe zu spenden oder halt sofern das vorher nicht geklärt wurde die Einwilligung seiner nächsten Angehörigen nach dem Tode Das Alter ist absolut unproblematisch bei der Gewebespende nach oben hin gibt es eigentlich keine Altersgrenzen Die medizinische Kontraindikationen sind von der Gewebeart abhängig Bei Augen-One-Out Spenden sind Sehschwäche Augenerkrankungen oder auch Augenoperationen wie zum Beispiel auch die FACO absolut kein Ausschlusskriterium selbst die meisten Krebserkrankungen sind kein Hindernis mehr absolutes Ausschlusskriterium dagegen für uns sind Infektionserkrankungen wie Hepatitis B C oder HIV weswegen wir unsere Spender auch generell darauf testen Weiteres Ausschlusskriterium sind auch neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer oder Parkinson Die Herstellung erfolgt dann bei uns in einer der modernsten Rheinraumanlagen von Deutschland immer noch Der komplette Prozess ist genehmigt und wird auch weiterhin überwacht vom Paul-Ehrlich-Institut und hier unserem lokalen Landesgesundheitsministerium Wir unterliegen der guten fachlichen Praxis und der Entnahme und Transport sowie die virologische Testung des Spenders erfolgt in der Regel durch die Deutsche Gesellschaft für Gewebetransplantation In diesem Netzwerk entnehmen wir auch immer die kompletten Spender-Bulbi und die Präparation der Kornosteralscheibe also des eigentlichen Transplantates erfolgt dann bei uns in den Gewebebanken unter höchsten Reinbaumbedingungen Wir führen an den Transplantaten mehrfach mikrobiologische Kontrollen durch Es wird Aufnahmen oder Veränderungen an den Hornhäuten geschaut Die optische Zone wird festgelegt und wir bestimmen mehrfach als absolutes Qualitätskriterium die Endothelzellzahl In der Regel wird die Endothelzellzahl bei Eingang der Spende bestimmt was für uns auch eine Einstufung der Qualität natürlich darstellt und damit bieten wir dann den Operateuren also den Transplantationszentren auch die Transplantate an Dann bestimmen wir abschließend nochmal die Zellzahl bevor wir das Transplantat beigeben um sicher zu stellen dass sie auch immer noch ein gutes Transplantat bekommen Hier sehen Sie einige Bilder von uns aus der Rheinraumanlage also wir arbeiten in den Rheinraumklassen A und C A sind dabei zwei verschiedene Sterilbänke also alle Arbeiten am offenen Produkt finden unter aseptischen Bedingungen statt Wie Frau Wegmann bereits erklärt hat sind wir auch auf vorpräparierte oder vorgeladene Lameen spezialisiert wir sind eine von drei Banken in der DGFG die dies vom Paul-Ehrlich-Institut genehmigt tun dürfen und aktuell eigentlich die einzige für preloaded dabei erfolgt wie bereits erwähnt die Präparation bei uns im Rheinraum also wir präparieren das Transplantat in der vom Transplantationszentrum gewünschten Größe das komplette Risiko liegt sozusagen in der Bank also wenn es bei uns zu einer Fehlpräparation kommt oder die Qualität am Ende nicht mehr stimmt wird der Empfängerklinik einfach ein anderes Transplantat angeboten wir unterscheiden dann zwischen Pre-Cut und Pre-Loaded wie Frau Rickmann schon erwähnt hat bei der Pre-Cut Lamec haben wir in der Mitte noch einen kleinen Adderenten Stick der dann gelöst werden muss Vorteil dabei ist aber auch dass der Chirurg das Transplantat vor der OP noch einmal kleiner stanzen könnte oder sie halt ihre bevorzugte Markierung auch noch hinzufügen können alternativ haben wir dann die Pre-Loaded Lamec von der ich Ihnen jetzt zur Herstellung ein kleines Video zeigen möchte ich hoffe man sieht das ganz gut also bevor wir mit der Präparation beginnen bestimmen wir noch mal die Endothelzellzahl um sicherzustellen dass das Transplantat immer noch geeignet ist dann wird mittels Liquid Bubble Methode die Lamelle apräpariert nochmals die Endothelzellzahl bestimmt und mikrobiologisch getestet dann wird die Lamelle in die Dimek Rapid Kartusche von Goyla geladen in eine spezielle Halterung eingeklickt und im Transportmedium in einer Zellkulturflasche ins Transplantationszentrum versand dort wird diese Halterung entnommen und die Kartusche ausgekleckt wie Sie hier sehen Professor Schumann in diesem Fall kann in der Kartusche noch mal die Lamelle anfärben also in der Regel kommen die Lamellen komplett entfärbt an aber die Kartusche erlaubt Ihnen ohne das Gewebe zu entladen die Flüssigkeit also egal welche Sie möchten immer wieder auszutauschen und dann kann die Lamelle auch sofort implantiert werden eine Markierung dürfen wir aktuell noch nicht anbieten aber da sind wir auch dran es ist aktuell noch nicht vom Paul-Ehrlich-Institut genehmigt also hier in diesem Fall das war im Haus haben Sie vielleicht gerade gesehen hatten wir eine Schark Markierung hinzugefügt vielen Dank ich höre leider gerade gar nicht ich glaube es liegt eher an meinem PC dass die Knöpfe nicht so gut funktionieren ich muss mehrfach aufdrücken ich entschuldige mich dafür liebe Silke vielen Dank für den Einblick du bist ja quasi unser Herz und unsere Seele der Gewebebank ohne dich geht nichts wir sind dir sehr dankbar im Moment gibt es keine relevanten Fragen zu deinem Vortrag aber wir freuen uns natürlich jetzt mit Professor Messias dem Master of Disaster einmal weiter zu machen das wird ein sehr spannender Vortrag er hat in seiner Zeit bei uns viele DMEG Operation selbst durchführen dürfen und seine eigenen Erfahrungen auch sammeln können lieber André wir freuen uns auf deine Präsentation vielen Dank das muss ich mal bedanken dass ich bei diesem Trollerkurs mitmachen darf wie du schon erzählt hast ich war ein Jahr in Susbach und dieses Jahr habe ich sehr viel gelernt ich habe von euch Videos bekommen und werde die Desasters kommentiert ich muss sagen ich komme von der Kataratschirurgie ich bin hier in Brasilien der Chef von der Kataratschirurgie und Ronhaut Abteilung wir hatten hier immer so 95% perfurierte Transplantation Indikation und immer wieder versucht die Lamelle Transplantation zu machen aber ohne Standardisierung und die Versuchen waren nicht gut und deswegen kam ich nach Susbach und ich habe mich sehr gefreut von euch alles lernen zu können also ich werde Videos zeigen mit die Max wo der Einblick schlecht ist ich werde zeigen ein paar Tricks um die Lamelle zu drehen wenn es verkehrt rumliegt und ich werde ein paar Videos zeigen wo die Lamelle verschwindet von dem Auge die sind ein bisschen trickig auch ich zeige Videos mit stark eingerollten Lamelle Lamelle mit Riss nach der schweren Präparation Lamelle im Glaskörper die Max in Nachfrage Auge und die Frage die schon erwähnt wurde die Max und IOL wie sich verhalten also das erste ist sehr häufig wir indizieren die Max auch in Hornhäuter die nicht ganz durchsichtig sind die sind natürlich viel schwieriger ich wollte zuerst einen ganz einfachen Fall zeigen wo man eine Abratio macht weil man unterschätzt wie viel besser der Einblick wird wenn man die Hellschicht weg macht natürlich dazu kann man auch ein paar hypertonische Lösungen benutzen zum Beispiel die Kisserin wurde verwendet oder eine gekose Lösung mit hypertonischer Konzentration damit die ein bisschen besser wird man sieht sehr schön dass die Details von der Edis viel besser zu drehen sind aber dann gibt es solche Fälle wo man denkt vielleicht werden wir die Max nicht schaffen aber der Fall ist sehr gut zu zeigen dass nicht nur die Ebtelschicht die Einblick stört aber auch manchmal in dem Fall ist ein Redimax dass die Endotelschicht auch sehr trüb sein könnte und wenn man die Endotelschicht weg macht ist der Einblick doch ein bisschen besser natürlich in dem Fall gibt es auch stromale Trübung aber man wird sehr gut sehen dass wenn man die Endotelschicht weg macht der Einblick viel besser wird das heißt der Fall zeigt uns dass manchmal der D-Mack doch machbar ist auch bei sehr drüber Hornhäute natürlich mit der Technik entwickelt von Susbacher also Schurme am Boden diese Lamelle holen mit der Infusion von der linken Hand oder beim linken Auge mit der rechten Hand also das hilft sehr viel diese Lamelle auszubreiten und sicher zu sein dass sie richtig rum ist das heißt bei opaken also nicht kompletter durchsichtigen Hornhäute die Technik von denen sehr gut reproduziert war und ich freue mich das gelernt zu haben ein paar Tricks wenn man merkt dass die Lamelle falsch rum liegt also eine verkehrte Ruhm Lamelle ist dann von Professor Schummer schon erwähnt einer der häufigsten Grund von einem Transplantat Versaat wenn man sieht dass die Lamelle falsch rum ist muss man sie drehen in dem Fall hat man hier die Schackmarkierung gesehen und das ist falsch rum weil das ist genau die Richtung wo man das geschnitten hat das sollte eigentlich umgekehrt sein und das zeige ich hier eine sehr elegante Manöver um die Lamelle zu drehen also man greift die Lamelle mit der Pinzette man behaltet eine sehr leichte Infusion 10 15 Millimeter Hg und man dreht die Lamelle mit beiden Hände bewegen nur das ist ja die Technik ist sehr elegant das wird bestimmt sehr oft funktionieren ist aber nicht so einfach weil man verliert natürlich während dieser Bewegung ein bisschen Vorderkammer Stabilität und manchmal muss man das ein bisschen improvisieren können dann zeige ich euch auch das Improvidation auch in Sulzbach verwendet wurde und das ist ein Video von mir hier freue mich sehr das berichten zu dürfen dass ich auch hier schon angefangen habe mit D-Max und Aufnahme Qualität ist leider nicht so gut aber mit einem leichter Flush kann man das ist ein Replay kann man die Lamelle auch drehen das ist manchmal ein bisschen weniger Manipulation das Vorderkammer und kann man auch die Lamelle drehen nur wichtig auch dass wenn die Hornhaut nicht so ganz durch ist es ist ein bisschen schwieriger die Scharkmarkierung zu sehen muss man den zoom aber man sieht das am Ende effekt wo das ist wenn man richtig sucht ich mag auch sehr wenn ich die Scharkmarkierung am postoperative tag ansieht das ist hier ein erster post tag und man sieht die Scharkmarkierung hier oben ist auch sehr gut zu dokumentieren und dann keine Frage stellen ob diese Lamelle richtig liegt dann gibt es zwei Videos von uns hier die zeigen dass diese Lamelle Katastrophe uns bereiten könnte das sind dann Situationen die man denkt also die instrumentale Fundament man sieht Entwicklung Schummer hat uns schon gezeigt dass die Entwicklung sehr schwierig war das hat Jahre gedauert bis sie alles etabliert haben und das ist auch wichtig dass man die richtigen Instrumente benutzt nicht nur die Pinzetten und die Göttinger Spatel sondern auch jeder Kleinigkeit diese Spritze die man benutzt um die Lamelle zu implantieren die sind besonders die müssen eine richtige kontrollierte Bewegung machen mit der Lamelle weil sonst passiert das hier das hat einen großen Widerstand wegen dieser Gume hier vorne von der Spritze als der Operateur ein bisschen weiter gedrückt hat die Lamelle ist einfach zu schnell ins Auge reingegangen und in dem Fall ist unter der Idis es ist ich wollte ich wollte wieder nicht schneiden zeigen dass der Operateur wirklich die Lamelle wieder gesucht hat auch in Kartuschen und das ist der maximale Slow Motion die ich gemacht habe zu sehen das wirklich nicht zu vermeiden war die geht sehr schnell rein das ist auch kein Widerstand in Kartuschen und die Lamelle und wenn man drückt das geht rein also in dem Fall muss man die Lamelle hochbringen natürlich ist sie irgendwo unten weil sie zu schnell von der Kartusche reinging dann findet man sie da und man muss versuchen sie hoch zu bringen mit dem weniger Manipulation wie möglich also der Trick hier ist immer kleinen Flush von BSS unter der Lamelle machen zwischen IOL und Lamelle mit dem nicht so tonelisierter Auge das Auge muss irgendwas hypotonisch bleiben und die Lamelle kommt irgendwann hoch wenn man die Bewegung unter der Lamelle macht danach ist einfach die Lamelle ausbreiten und Gas unter der Lamelle zu fixieren das ist der Postoperative das ist sieben Tage nach dieser OP man sieht dass die Haut Aufklärung dabei ist und in Hotel Konzentration ist nicht perfekt wahrscheinlich auch wegen der Manipulation aber es ist nicht so schlecht geworden in dem Fall habe ich diesen Satz von Dr. Boden benutzen der hat immer wie meine OP empfohlen Finger weg von der Haupt Inzision und das ist wirklich wichtig man sieht vor allem wenn man versucht hat diese Lamelle zu flippen mit dem Flush wird das Augendruck sehr hoch wenn Augendruck hoch muss man sehr vorsichtig den Tunnel manipulieren sonst geht die Lamelle weg weil wieder es gibt keinen Widerstand zwischen Lamelle und dem Tunnel und wenn man den Tunnel drückt die Lamelle ist weg zum Glück bleiben diese Lamelle normalerweise im OP Bereich und man kann diese Lamelle wieder mit der Pinzette holen und präparieren und auch mal plantieren das geht wieder das sind Lamelle mit starker Einwohnung die sind normalerweise auch sehr schwierig weil wenn man einen Spender hat mit jüngerer Alter sind die Elastizität von dieser Kollagenphase sehr stark und die Lamelle können sehr stark eingerollt sein was man macht ist diese bimanuelle Technik wo man die Lamelle ausbreitet und von oben drückt wenn man das macht kriegt man eine gewisse Stabilität von der Lamelle und mit dieser sogenannte Sicherheits Luftblase unter der Lamelle kann man sie danach manipulieren mit der Pinzette kann man die Lamelle zentrieren nicht vergessen die Vorderkammer Stabilisierung also stabil zu behalten mit der Infusion in der linken Hand die Manöver ist nicht wirklich einfach aber mit ein bisschen Übung kriegt man das hin das ist nicht das schwierigste und ich finde es sehr elegant und sehr reproduzierbar in dem Fall wo die Lamelle stark eingerollt ist ich habe noch einen Fall mit stark Einrollung das ist etwas schwieriger und ein Trick oder ein Tipp den ich gebe ist dann schnell Entscheidungen diese Manöver zu machen weil der mehr man diese Rollung manipuliert desto schwieriger wird weil die Hornhaut von dem Patienten immer drüber wird und die Lamelle die Farbe verliert den Blau muss man nochmal einfärben natürlich aber macht das gleich nicht so viel die Rollung manipulieren macht gleich mit dem drücken man oben von oben und dann die Sicherheitsluftblase unter der Lamelle stellen dann wird es wieder ausgebreitet und fixiert es ist gut zu sehen wie der Operateur da wahrscheinlich ist kaum Boden wenn ich sie kenne und Dezentrierung der Lamelle mit Luftgrase ist dann für diesen Fall die beste Mammel So die nächste Katastrophe haben wir auch schon gesehen mit dem Einriss von der Lamelle während der Präparation Die Frage ist ob man diese Eingerisse Lamelle auch verwenden kann Die Antwort ist ja wenn die Lamelle gut noch einrollt bei der Präparation kann man die verwenden Das hier wird schon gezeigt warum diese Lamelle dann kaputt war nach der Reparnation natürlich macht man das nicht mehr so macht man mit dem Stanzel Block und dann ist viel sicherer als mit der Manuell Deparnation Das hier ist leider ein Unglück und dann bei der Katuschelagerung hat die Einrollung doch in ein Einzel Rolle wurde und das hat dann die Operation ermöglicht weil wenn man sieht dass eine Einrollung ist man kriegt das hin dass diese Lamelle wird im Auge das ist die Glisserin zu lösen um die Haut ein bisschen durchsichtiger zu machen und dann benutzt man wieder diese Technik mit der Ausbreitung der Lamelle mit der Infusion finde ich in dem Fall sehr wichtig weil man die Lamelle dann doch stabil in Vorderkammer kriegt mit dem anderen Spattel dann die Lamelle ausbreiten kann ich glaube in dem Fall der widerspricht für sich man macht die Lamelle weiter in dem Fall auch macht der Operateur ein bisschen also eine kleine Luftblase unter der Lamelle um sicher zu sein dass sie dann komplett ausbreitet und danach die Gas fixation schauen sie mal der macht mit der Infusion in der andere Hand dann hat diese Bewegung mit der Luftblase unter der Lamelle der sieht genau dass die Lamelle ausbreitet ausgebreitet wurde und dann die Fixierung mit Gas natürlich können die Katastrophen sehr katastrophal sein wenn die Lamelle dann runterrutscht und dann kommen wir zum Thema was ich sehr interessant finde das sind die 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 Phragma hat das heißt das gibt es nicht mehr die Tränen zwischen vorderer und hinten abschnitt weil der Patienten eben eine sklerafixierte Linse hat oder eine Aphergie hat in dem Fall ist wahrscheinlich eine komplizierte Auge mehr Operation und diese IOL ist natürlich nicht mehr so stabil keine Kapsel sagt dabei und der Satz unterschätze nie die Schwerkraft ist weil die Lamelle doch runter gehen kann in dem Fall muss man sie wieder hoch bringen und in staulicher Weise nachdem man diese Lamelle hoch bringt es geht relativ gut dass die Lamelle wieder fixiert werden kann da hat die Lamelle von unten hoch gezogen mit der Pizete und dann wieder in Vorderkammer natürlich solche Katastrophe muss man versuchen zu vermeiden und ein Trick hier ist natürlich die Lamelle so weit wie möglich mit dem kleinen Sicherheitsluftblase zu stabilisieren weil mit dem Luft in Vorderkammer es passiert es ist schwieriger dass die Lamelle runter fällt es wird dann mühsam gebracht da kommt sehr vorsichtig natürlich weil die Lese nicht mehr so stabil ist und danach kann man zentrieren manipulieren und so weiter jetzt kommt die Sassion durch Gas das ist zu zeigen dass ein ähnlicher Fall auch publiziert wurde in Zusbach und das ist selten aber passiert ständig es ist einmal passiert auch mit einem Patienten war in meinem Aufenthalt in Zusbach und das war auch in einem mehrfach operiert Auge mit einer großen Editektomie durch ein Glaukom OP wie es passiert weil eben die Schwerkraft diese Lamellen abbringt dann eine sehr interessante Idee von Kollegen Susbach wahrscheinlich Schurmann Boden die haben eine temporäre der Fragma gebaut mit einer Kontaktlinse im Auge das finde ich eine intelligente Idee wir haben zunächst eine Kontaktlinse gestanzelt in 10 Millimeter bei AFA Augen natürlich diese Kontaktlinse ins Auge reingebracht Genau Da kommen die Kontaktlinse in die Vorderkörper Das Video zeigt auch eine Vorderkammer OCT zu zeigen dass diese Kontaktlinse sehr schön liegt und diese Diaphragma halt für uns bereitet Man kann sehr gut sehen dass die Kontaktlinse auf die Iris ist Man sieht hier die Kontaktlinse dann kann man sehr sicher den T-Mack fixieren mit Gas kommt der T-Mack rein natürlich ich glaube ein bisschen vorsichtiger als sonst damit keine große Druck Instabilität in diese Vorderkammer passiert der hat dann diese Naht im Tunnel gelegt damit es ein bisschen stabiler wird und hat die hypotonische Auge gearbeitet aber ich finde die Lösung sehr interessant sehr elegant da kommt die Fixation mit Gas auf Es wurde in eine Frage von einem Kollegen hier in unserer Kurse schon gestellt welche Linse ob die Linse Material wichtig ist und ich würde auch gerne antworten dass die Linse Material sehr wichtig ist man sieht sehr oft dass die Mäck gemacht werden müssen bei Patienten mit endophilischer Linse und es gibt Risiko dass diese Linse dann trüb werden diese Fall wurde auch publiziert Schurmann Boden Rickmann American Journal Case Reports es ist ein Erfolg mit der temporär temporär ich bringe jetzt hier es ist kein Video aber ist wegen der Diskussion mit der hydrophilischen Linse das ist ein etwas seltener Fall von einer Patienten die nach der FACO bei einem Link im Auge hyperhob geblieben worden ist das heißt sie wurde also es wurde ein ganz normaler FACO gemacht mit einer ausgedehnten Jaaggläse Kapstotomie und eine hydrophilische Linse und dann auf dem anderen Auge hat sie Augutater gehabt und ist schon Zustand nach FACO plus die Merkungs E-Metrop ihre Hauptbeschwerde war dass sie dann diese Anisometropie hat dass sie in einem Auge plus 5 war und ein Auge praktisch E-Metrop war und sie die Gutater dann hat und dann waren unsere Überlegen ob sie die Kontaktlinse benutzen im Auge wo sie Hiperopie zeigte und das war für sie nicht möglich weil sie die Handling von der Kontaktlinse nicht ertragen hat dann hat man überlegt ob man eine IOL OP macht weder gleichseitlich oder zweitseitig also zuerst diese IOL tauschen ich finde IOL tauschen keine einfache Chirurgie vor allem wenn man diese ausgedehnte Jaaggläse Kapstotomie hat wahrscheinlich das könnte man schon durchführen aber es gibt ein großes Risiko dass diese Kapsel nicht mehr stabil bleibt und dann dazu kommt die natürliche Möglichkeit von Esclera fixierter IOL aber sie ist weit nicht so stabil wie diese Linse die da ist dann hat man auch überlegt erstmal nur die zu machen aber dann die Patient bleibt mit der Hyperopie und die hydrophilische Linse hat das Risiko trüb zu werden haben wir gedacht dann ob man vielleicht nicht die Pickback IOL macht mit einer hydrophobischen Linse auf die hydrophilisch dann gleich der DMEG oder zuerst nur der Pickback allerdings war schon die Hundertelzell zahlt sehr wenig und man musste danach doch der DMEG durchführen dann haben wir entschieden ein Pickback zu machen gleichzeitig mit der DMEG und ich habe leider die Operation nicht aufgenommen nur die Operation an sich ist nicht so interessant weil der Pickback ist eine sehr einfache Chirurgie man kann diese drei stückige IOL in Sulcus sehr schnell reinmachen und auch man braucht keine große Mithriasis man macht das Miosis und es bleibt sehr stabil und diese nur zu erinnern dass hier gibt es in einem ESIS Website für EOL Calculations eine separate Formel für Pickback Implantation ich würde dazu dann berücksichtigen dass die Patienten die schon ein Hornhautodänen zeigen natürlich einen Messfehler bei der Keratometrie zeigen weil die Hornhaut ein bisschen dicker ist und dadurch bekommen sie auch eine europäische Shift dann würde ich die Bigback IOL Calculation machen und dazu eine Zielhefaktion zu leichtem IOP machen und die Ergebnisse bei dem Fall war sehr erfolgreich also sie hat weiter diese Emetropie in der rechte Auge gehabt und links dann blieb sie fast in Emetropie auch mit Alternative immer haben dass man eine Bigback UF und DMEG macht ich bedanke mich sehr ich freue mich dass ich dieses Jahr in Suisbach gewesen bin und so viel von euch gelernt habe vielen Dank vielen lieben Dank André das waren ja richtig spannende Videos für alle Teilnehmenden neben unseren vielen Fortbildungen die wir auf dem YouTube Channel auch jederzeit abrufbar haben haben wir auch viele dieser Videos dort zu finden das heißt wer nochmal was nachschauen möchte kann das dort natürlich auch machen genau kommen wir nochmal zu Professor Schurmann also auch wenn die Zeit vorangeschritten ist bevor wir Professor Gerald Schmiedinger ankündigst worauf ich mich wirklich sehr sehr freue würde ich gerne eine Frage an dich stellen du bist ja jetzt wieder zurück in Brasilien aber du bist eigentlich der Prototyp des interessierten Operateurs der hier zuhört nämlich eigentlich ein sehr sehr versierter wirklich langjährig erfahrender Katarakt und Vorderabschnitt Operateur der jetzt ein Jahr Dimec gelernt hat ich weiß nicht genau aber es waren knapp über 100 Dimecs die du gemacht hast und du hast das wirklich herausragend ich glaube auch überdurchschnittlich gemacht aber jetzt bist du wieder zurück seit sechs Wochen oder so in deiner Heimatuni in Brasilien bist der einzige Dimec Operateur dort auch wenn du das überdurchschnittlich gut gelernt hast was kannst du den Kollegen für einen Tipp geben an welche Fälle sollte man sich rantrauen ich habe jetzt schon das erste Video von dir aus Brasilien gesehen das sah mir jetzt schon gleich wie ein Master of Desaster aber Master of Specialist oder Success for aber damit sollte man vermutlich nicht beginnen oder genau Dimec kann sehr schwierig sein und es geht schnell von Himmel zur Höhle ich würde zunächst die Fälle aussuchen wo eine stabile Vorderkammer gibt eine normale Intraukulare Linse und vermeiden die sehr drübe Hornhaut am Anfang vor allem auch die retromisierte Auge und die schon mit mehrerer Fach Operation die sind etwas trickig und die könnte man schon machen aber man soll dafür schon alles also alle Steps etabliert haben die Material richtig die Personal die Instrumenten und die das Ganze schon sehr gut etabliert haben bevor man Spielgefälle anfängt Ja war eine tolle Zeit mit dir vielen Dank nochmal vom ganzen Team Danke Vielen Dank André auch wenn wir wirklich gespannt sind die Endoart von Professor Schmiedinger direkt zu hören habe ich eine Rückmeldung aus dem OP weil wir müssen uns auch ein bisschen an die Anästhesie wenden und an den Plan sodass wir hier doch an diesem Punkt zunächst in den OP erstmal gehen und Karl könnt ihr einmal online gehen um zu schauen dass ihr da seid einmal an die Technik unten im OP dann ist noch eine Sache wichtig die Präparation folgt ja hier auf diesem kleinen Block und es ist wichtig dass wir das Mikroskop zur Präparation schief stellen also mit einer 30 Grad Neigung wie wir das vielleicht aus der Präparation oder Implantation von den Glaukomstens kennen Hintergrund ist deswegen dass wir ja die Reflexion des Mediums vermeiden wollen könnt ihr das Transplantat sehen ja sehr gut also erstmal aus dem Medium raus auf die auf die Fläche des umgedrehten Träparations Blocks also dass ihr das vielleicht seht also das ist die glatte Fläche nicht die Mulde also die glatte Fläche dann ist es so dass ich mir das Transplantat anschaue ich sehe es jetzt auch zum ersten Mal und ich suche mir Strukturen aus wo ich das was ich vorhin erzählt habe gut erkenne hier ist zum Beispiel das Klaralspor gut zu sehen Trabickel Maschenwerk klare Strukturen und ich achte auch immer drauf ob gegenüber eine gute Zone ist das heißt wenn ich hier Probleme bekomme dass ich möglichst da auch gut rankomme und ich präpariere auch etwas mehr am Rand von diesem Block damit ich auch mit den Instrumenten entsprechend flach komme ja und dann haben wir hier diese Gabel Pinzette die ich hier jetzt einmal ansetze und das Transplantat relativ fest halte und dann gehe ich doch in eine Vergrößerungsstufe die maximal ist und dann sehen wir hier den Skleralsporn Trabickel Maschenwerk ja bevor du jetzt da reingehst würde ich gerne sagen alle die noch die ganzen Kacheln haben und nicht das Vollbild da kann man rechts oben auf das blaue Viereck gehen und dann Teilnehmer ohne Video Übertragung anzeigen dann hat man Vollbild dann würde ich den Springer bitten dass er an dem Videogerät kurz die Gain also die Helligkeit ein bisschen einschaltet das ist ja bekannt wie dass man es auf dem Bildschirm besser sieht und du könntest vielleicht noch kurz sagen zum Spender wie die Qualität ist also die Spender Qualität ich muss ehrlich sagen ich habe jetzt nicht auf die Zellzahl geguckt aber wir haben darauf geachtet dass es jetzt ist das eben gerade ein bisschen besser bei euch für eine Gain ja ein bisschen ja ist gut 2200 Zellen kein Zustand nach K2P genau das weiß ich genau gut dann schauen wir hier da gehen wir hier rein relativ flach immer sage ich mal kleine Bewegung rechts links nicht so viel Vorschub was man super sieht ist diese helle Struktur wo du jetzt durch gehst diese Zone der verstärkten Adherenz genau da gehe ich jetzt durch dann nehme ich mir aber auch dann den Göttinger dass ich da eben nicht zu weit nach vorne vorbringen muss mit dem spitzen Instrument und da habe ich dann auch ein bisschen Widerstand das ist normal und dann komme ich in diesen Subtest mit Raum Raum sieht man ja also das ist ja quasi der decisive step wo wir echt im Labor lange Jahre gescheitert sind bis wir verstanden haben dass wir das überwinden müssen und wenn man dann einmal im Subdesimet Raum ist dann geht das auch gut da bin ich rausgerutscht auch und es gab einen peripheren kleinen defekt was hilft es immer noch mal kurz das feucht machen und das entlüften das hat man vorhin nur so nebenbei gesehen man muss sicher sein dass keine Luft in der Injektions Sauter Kanüle ist weiter und schöne Liquid Bubble jetzt bin ich schon ein bisschen beruhigter und jetzt ist es so dass ich eigentlich fertig bin und eigentlich nur die Kanüle die Sauter Kanüle jetzt senkrecht stellen muss den Zigarrentupfer hier dran halten muss und das Blau aus dem Subdesimet Raum absaugen kann das dauert oder die Sauter Kanüle die lasse ich einfach drin und stelle sie von so flach auf aufrecht genau was man toll sieht man kann zehnmal Videos zeigen wie die Liquid Bubble funktioniert das muss man ja nicht unbedingt glauben weil das selektiv ist aber hier in so einer Live Chirurgie Situation hat man sehr gut gesehen wie wirklich innerhalb von Sekunden die Präparation kontinuierlich abgeschlossen wird bei der Scraping Technik also in meinen Händen zumindest würde ich jetzt immer noch außen rum kratzen und die nächsten zehn Minuten langsam nach vorne kommen das können vermutlich andere schneller aber das hat man wirklich toll gesehen wie schnell das Ganze geht du bist ja schon bald fertig ja also ich habe jetzt das umgebettet auf den Moria Trepan wir haben hier so ein kleines Distanz Platte drin dass wir nicht komplett durchstoßen das macht die ganze Sache ein bisschen schwieriger wenn wir hatte ich ja im Video Vortrag gezeigt dass es dann ein bisschen schwieriger wird das Transplantat zu halten deshalb stanzen wir es nur an bei 50 mü wahrscheinlich ist das also haben wir ein paar mal umgemacht ob da jetzt eine Scheibe oder zwei das ist aber egal gut jetzt kommt das nochmal dass wir das Transplantat in die Mulde von diesem Ding hier von dem Stanzblock reinsetzen ich gebe immer noch ein bisschen was bei und nicht zu viel nicht zu wenig die Dosis macht das Gift dann gehe ich auch hier wieder rein oder zoome ich rein und will die Schark Markierung durchführen und eigentlich ist es so dass wir es angewohnt haben den Block ein bisschen schräg zu halten und auch in dem Bereich von der Inzision auch die Schark Markierung zu legen Hintergrund ist dass falls ich hier auch irgendwie ein Defekt gesetzt habe mit dem Tupfer dass ich dann auch die vermeintlich schlechte Hornhaut dann eben ausgeschnitten ganz unberührte dann hatte ich da gesagt dass es vielleicht manchmal ein bisschen schwierig ist drunter zu kommen dann auch hier an die Seite zu gehen zurück zu kommen und einen schönen langen aber klaren Schnitt zu machen du hast eine scharfe Schere gefunden ja das ist in der Tat so manchmal muss man auch Glück haben aber ich weiß nicht wie gut ihr es sehen könnt perfekt ja ist ein bisschen hoher Kontrast jetzt aber es ist also bei uns ist es gut ich muss mal ein bisschen was absaugen damit es irgendwie besser sichtbar ist aber das ist aber also guter Punkt markierung muss man unter bss machen ja sonst hat man leichtes problem aber die scharkmarkierung bin ich zufrieden jetzt also je erfahrener man wird desto lässifärer wird man und es wird immer wieder bestraft und man wird zur demut erzogen und dann auch hier ich habe das mit der Doppelpinzette mit der Gabelpinzette habe ich das Transplantat komplett und kann jetzt mit der Olive von außen unter das Strom also von der strommalen Seite das Transplantat abheben und das funktioniert auch sehr gut komplett berührungsfrei also immer nur angelupft von der Dessinette ein wichtiger Punkt auch noch wenn ich das dann hier in der Schale habe wir haben sehr unterschiedliche Spannungen der Spendermaterialien manchmal hilft es dass man einfach nur so einen Tropfen drauf tropfen lässt und dann dadurch ein bisschen die Selbsteinrollung hinkriegt also nur als kleiner Tipp einfach nicht nicht alles nehmen was Sache ist also was wir vorfinden sondern vielleicht das Transplantat ein bisschen animieren die eigene Orientierung gut hinzukriegen dann andocken von der Spritze auch da nutze ich die Kapillarkraft dass ich hier erstmal so einen Tropfen dran mache damit ich wirklich auch berührungsfrei oder Luftblasen frei eben das Transplantat habe ich habe hier eine schöne Rollung und bin zufrieden damit gut dann kann der Patient rein und wir müssen noch abdecken vielleicht können wir kurz noch was diskutieren ja absolut also ich kann ich denn auch jetzt was freigeben Herr Gerling ja das kein Problem gut dann Sie können auch wenn das Kamerabild von der OP gerade nicht so wichtig ist Ihr Kamerabild auch wieder freigeben so ist das sichtbar ja Sie können Ihre Kamera auch anmachen dann sieht man sie beide wir müssen kurz auch die Anästhesie ihre Arbeit machen lassen gut also aber das Bild ist sichtbar von der Präsentation ja also das ist jetzt eine 76 Jahre alte Patientin und natürlich in der Live Chirurgie das sehen Sie uns nach eine wirklich Standards Situation wir sind ganz klein typische Fall ist größer 600 Mikrometer wenn Sie unterhalb von 600 sind dann müssen Sie schon wirklich gucken ob der Patient stark durch Blendung gestört ist manche Patienten klagen auch schon unter 600 glaubhaft aber über 600 ist es auch wirklich gut 600 630 650 ist so die häufigste Indikation Patientin hat ein Visus von 0,63 in einem Auge und 0,4 am anderen Auge das Endothelzellen Muster ist komplett erloschen das ist eigentlich immer der Fall und und ja unten die Hornort Dicke also die Pentakam brauchen wir halt für die Hornort Dicke vor allem das ist also eigentlich der Fall und ich würde ganz gerne nochmal die anderen jetzt auch mit an Bord holen und auch den Professor Schmiedinger Gerald Schmiedinger von der Universitätsklinik Wien das tut mir jetzt ein bisschen leid weil das jetzt so improvisiert war das ging jetzt ganz schnell auch für mich unerwartet dass der OP sich reindrängt deswegen konnten wir jetzt die Vorstellung gar nicht richtig machen aber ich würde gerne alle Pendel und vor allem den Professor Schmiedinger fragen wie Sie es mit der Präparation jetzt halten was sind die Unterschiede zu Wien was denken Sie ja grüß Gott vielen Dank für die Einladung erst einmal ja bei uns in Wien wir haben jetzt auch seit 2011 Erfahrung mit der T-MEC und wir haben auch die ganze Prozedur mehr oder weniger durchlaufen so wie sie jetzt auch wunderschön beschrieben haben in ihren Vorträgen begonnen mit der Mellis auf die Liquid Bubble Technik allerdings mit der Nadel Technik Sie müssen meine Stimme entschuldigen ich habe eine Woche Krankheit hinter mir wir haben mit einer 30 Brug Nadel Liquid D-MEC durchgeführt die Liquid Bubble Technik viele Jahre lang wir waren damit auch sehr zufrieden aber es ist weniger reproduzierbar die Blase zu generieren und so sind wir vor einigen Jahren auf die Surman Alkohol Freie Technik umgestiegen und verwenden das jetzt eigentlich routinemäßig bei uns und die Präparation ist damit in meinen Händen zumindest auch noch reproduzierbarer schneller vor allem auch und wie bei all diesen Liquid Bubble Techniken ist der Gewebe Ausfall halt auch sehr gering sicher geringer als bei der manuellen Technik nach Mellis ich denke trotzdem dass man in Situationen halt das als Rückfalltechnik braucht es ist wichtig dass man alte Präparationstechniken auch noch im Kopf hat im Hinterkopf weil es gibt halt doch immer wieder Situationen wo man dann vielleicht doch mal peelen muss ja danke ja danke dafür tatsächlich kam das nur in dem Vortrag ein bisschen dass man halt manuell nachscrapen muss aber das muss man können man muss das manuell auch können und das mit dem Hockeymesser zu machen zu scharfes frisches einmal Hockeymesser ist ja dann auch nicht das richtige wie machen sie das mit dem nachpräparieren das Scrapen genau also wir verwenden unsere standard Hockeymesser die reusable sind die sind eigentlich alle durchwegstumpf und was machen sie mit Einrissen also wenn das wenn das Einrisse sind an vorbestehenden Wunden einer Kataraktoperation dann lässt sich das sehr häufig lösen indem wir exzentrisch stand sind ja also das ist in vielen Situationen dann so dass wir schön eine 7,5 Millimeter 8 Millimeter Lamelle noch generieren können ich mache das ein bisschen anders als hier präsentiert wurde also ich präpariere selber ich glaube sie haben die Präparation ja mit drei Händen soweit ich das verstanden habe das heißt der Chirurg hält die Kanüle und den Tupfer und eine dritte Person injiziert ich mache das alleine das heißt ich halte in einer Hand die Spritze mit dem Farbstoff und in der anderen Hand einen Tupfer und wenn das dann irgendwo ein Rest habe ich keine weitere Hand zur Verfügung das abzudecken also ich steige dann um und mache eine Peeling Technik ich stanze und ziehe den Rest dann ab guter Punkt also im Grunde genommen macht die OP Schwester nichts anderes als zu drücken die Spritze ein Go und dann hat sie es kontrolliert drin aber letztendlich halten wir die Sauterkanüle in der Hand und dann haben nur einen Verlängerungsschlauch zur Spritze weil dann hat man mit der rechten Hand wenn man die Kanüle einschiebt ist leichter als wenn man noch den Kolben drücken muss dann ist man so ein bisschen weiter weg vom Geschehen also es gibt ja so Verlängerungsschlauch ich glaube das ist so ein Luftschlauch der ist zehn Zentimeter lang von der Vitrectomie das als kleiner Tipp und wenn die Spritze die die OP Schwester die Kanüle drückt da ist jetzt auch nichts kaputt zu machen also ist eigentlich schön standardisiert wie viel Millimeter ist eigentlich Ihre Standard Stanzung also ja auch das hat sich in den letzten Jahren ziemlich verändert also wir haben begonnen mit 9,5 so ich das formelles gelernt habe maximal große Lamellen präpariert immer das ist dann zurück gegangen und in der Zwischenzeit sind wir eigentlich abhängig von dem präoperativen Bild auf relativ kleine Durchmesser runter gegangen also ich bin jetzt auf 7,5 bis 8 je nachdem wie das präoperative Bild ausschaut oder wirklich eine zentrale Fuchsthystrophie haben dann gehe ich eigentlich auf 7,5 Millimeter und sonst zwischen 8 und 8,5 bei den bullösen keratopatien gehen wir weiterhin möglichst groß Anno wie viel standst du ich nehme in der Regel tatsächlich 8 wie die meisten von uns aber du nimmst ja 8,5 ich glaube das Auge wird die ganze Zeit schon gespült bevor die kein Wasser mal haben sollen wir vielleicht weitermachen mit der OP wie weit seid ihr die sind fertig genau wir sind wir sind bereit ich habe nur ganz gespannt gelauscht was eben auch Wien zu sagen hat und ja okay dann machen wir alle das Video aus was man dann voll bild hat so wir sind gespannt ja ich auch ich darf du hattest ja die Einführung der Patientin schon durchgeführt und wir sehen hier doch ein recht übersichtliches Auge wir machen die den Haupt Tunnel temporal diesen Tunnel würde ich nicht zu lang machen sonst kommt man in diese Decimet Dorexis rein die Parazynthesen würde ich auch relativ steil und vielleicht nicht voll durchgreifend machen ich mache mir zur Feier des Tages hier noch eine dritte Parazynthese falls irgendwas sein sollte und die Haupt oder die wichtigste Parazynthese ist die gegenüber vom Tunnel weil die ja auch helfen soll die Lamelle aufzufangen Danke für die Vorlage darf ich das kurz sagen weil wir haben ja relativ häufig fast die Hälfte ist kombiniert mit FACO und da würde die linke Parazynthese ja natürlich nicht in der 9 Uhr Position 3 Uhr Position sein sondern weiter nach oben aber auch bei der FACO machst du dann die linke Inzision absichtlich gegenüber vom Tunnel Ja das versuche ich natürlich dann auch dem Nasenprofil anzupassen aber das überwiegend gegenüber dann die Iridectomie die soll voll durchgreifend sein aber nicht zu groß nicht dass wir da sage ich mal eine zweite Pupille generieren wir spülen das aus und was ich immer mache ist einmal noch kontrollieren ob die auch wirklich frei ist da sehe ich schon das Rot aber ich gucke mir immer noch die Sautereimer durch das Loch an und das ist eigentlich eine schöne Iridectomie dann haben wir unter Irrigation die Möglichkeit mit einem Trepan der wiederverwendbar ist eine Markierung von außen aufzusetzen nur eine Viertel Umdrehung und der Trick ist dann vielleicht das nochmal hier anzufärben damit ich auch weiß wo ich mein Transplantat hinbringen muss und wie ich die Descimate Orexes durchzuführen habe dann habe ich hier den sogenannten Price Haken mit dem ich dann eben wirklich einmal ringsrum auf dem anmarkierten Ring sozusagen von innen die Descimate einmal anritze ich habe mir angewöhnt dass ich irgendwie zweimal rumgehe ich kann Ihnen nicht sagen ob das jetzt sein muss ich denke nur sicher ist sicher weil ich eben auch wirklich überall ein Defekt oder kein Rest haben will eine Brücke hier kann ich das mit abziehen so ein bisschen jetzt gehe ich runter mit der Irrigation auf 50 ungefähr dann habe ich hier so einen Breitenspatel der eben ab interno da die Descimate runterziehen kann das ist alles auf unserem Goida Set aber warum ziehst du es nicht mit dem Price Haken einmal über die optische Mitte drüber der Price Haken ist mir ein bisschen zu punktuell nochmal blau der Price Haken ist mir ja und das will ich nicht deshalb will ich schonend ohne dass ich stromale Strukturen angepackt habe will ich oder Defekte gesetzt habe will ich dann eben das abziehen können und richtig schaben können also auch nicht mit einem scharfen Hockeymesser sondern mit meinem stumpfen Hockeymesser will ich das sozusagen erledigt haben jetzt habe ich hier so ein paar nochmal nachgefärbt und jetzt muss ich sozusagen mit der Pinzette hier nochmal reingehen oft bleiben kleine Reste am Rand hier übrig und die sind mit Vorliebe auch unter den Inzisionen zu finden da sollte man darauf achten dass das eben wirklich alles frei ist mit dem Preishaken hast du auf was wichtiges hingewiesen also man unterschätzt wie schnell das ist man verfängt sich nur einmal in eine Lamelle und dann hat man für immer so eine Lamelle in die Vorderkammer gezogen also ein bisschen übertrieben aber das ist optisch relevant und das darf das darf peripher passieren aber es darf auf keinen Fall in der optischen Achse passieren deswegen dieser stumpfe breite Spatel und es ist natürlich so viele der Kollegen propagieren auch die Descimetorexis oder vielleicht auch das abpräparieren unter Luft das ist auch eine gute Möglichkeit um das zu visualisieren aber ich fand da eigentlich unter Wasser ist das absolut okay dann habe ich da den Rand nochmal gesäubert und nehme jetzt mein Transplantat und reduziere nochmal die Infusion auf 25 zeige Ihnen das hier wie sich das Transplantat darstellt in der Kartusche dann habe ich hier noch ein bisschen Restluft da spüle ich das einfach an nicht zu weit mit dem Strahl rein weil das kann manchmal so einen Flow machen dass das Transplantat rausgespült wird nur so zur Info alles schon gehabt dann du schiebst das gar nicht in den Injektionskanal vor ne ja bin ich ein fauler als du du machst das natürlich ja ich schiebe tatsächlich bis kurz vor den Rand mit einem kleinen Risiko das selten mal das wirklich raus spritzt genau hier ein bisschen flott rein jetzt dann die Infusion auf 5 reduzieren bisschen klemmt es hier in der Parazynthese ein aber es entfaltet sich schon mal gut aber man sieht dass es eben falsch rum ist dann bisschen höher die Infusion dann lasse ich es einmal flippen hier ist es nicht gelungen das abholen das hatten wir in den vorherigen Vorträgen gesehen auch von André Messias wenn es gelingt abzuholen das gelingt mir auch nicht immer dann kann die sich gar nicht falsch rum drehen und hier hat man super gesehen dass man mit dem Infusionsdruck gut spielen muss zu viel darf es nicht sein zu wenig auch nicht ich habe rausgehört dass du zwischen 5 Millimeter HG und 25 Millimeter HG arbeitest also wenn ich ehrlich bin dann ist es eigentlich wenn das Transplantat drin ist ist es 5 oder 10 ja und ich bin eigentlich mittlerweile so dass ich da nicht unbedingt die es ist schon wieder falsch rum ich weiß nicht was los ist wenn ich wirklich es haben will dass es sich flippt dann kann ich wirklich da sehr hoch gehen auf 20 oder so aber dann will ich wirklich aggressiv das gedreht haben jetzt ist es rum aber ist auch ein bisschen abhängig von der Vorderkammer Tiefe da arbeitet man auch gerne mal ganz ohne mit Infusion aus weil die Vorderkammer sich gar nicht abflacht und bei dem mit ein bisschen Glaskörper Druck kann man leider nicht mit niedrigem Druck Arbeit dann schwieriger macht und ich möchte auch darauf hinweisen dass es einen erheblichen Unterschied gibt zwischen Infusion Null und Infusion aus das ist nicht dasselbe das Flaschengröße Höhe und sowas gut eigentlich gut zentriert jetzt gehe ich hier drunter mit der Luft du schiebst es relativ weit vor damit die Gasblase nicht am Rand greift da kann es Misdirection geben genau und da schiebe ich eher wirklich dass ich safe drunter bin und das auch gut drin habe und jetzt noch mal Gas und fertig ist der Salat Wie weit achtest du darauf dass es keine Überlappung über den Tunnel gibt Wenn ich wirklich dezentriert markiert habe und das weiß dann kratze ich anders als die Markierung ist ich versuche eigentlich den Tunnel so kurz zu machen dass ich nicht in diese Zone reinkomme es gibt es aber manchmal und wenn es dann wirklich so zentral der Tunnel ist dann würde ich schon versuchen das zu vermeiden aber wenn es nicht anders geht ist der Tunnel dann auch nicht eine Prädilektionsstelle zum Ablösen dann ist es halt so Ja aber es ist ja nicht nur in meiner Detail da bin ich ganz dankbar drum wir hatten gerade vor fünf Minuten die Diskussion welche Transplantatgröße man nimmt und du nimmst ja standardmäßig 8.0 Ja Und da ist das Risiko dass man über die Tunnellippe kommt nicht so groß ich nehme standardmäßig 8.5 und muss schon aufpassen dass ich meine Tunnellänge kontrolliert habe also nicht zu lang und Ja absolut richtig also deshalb diese großen Transplantate 9.5 ich glaube nicht dass das notwendig ist es macht die Manipulation in der Vorderkammer erheblich schwieriger die Verhalten das Verhalten einer Lamelle von 7.5 8.0 und 8.5 sind völlig unterschiedlich und das muss man auch mögen welches Transplantat auch die 7.5 sind jetzt nicht unbedingt einfacher also das muss man auch sagen gut gut sich Herr Professor Schmiedinger nochmal einklicken ich würde ihn nämlich gerne fragen er hat ja völlig recht bei Pseudopharka die Kompensation sind auch die peripheren Zellen geschädigt und da ist ein 9er oder 9 5 Transplantat angezeigt wie lösen sie das mit dem Fakotunnel und den Paracentesen weil die Ränder verschwinden ja fast im Kammer also ich habe da ein bisschen einen anderen Ansatz ich habe eigentlich gar kein Problem damit dass der Tunnel länger ist ich mache sogar absichtlich langen Tunnel um quasi die Wunde von innen mit dem Transplantat abzudichten vom Tunnel ich habe nicht die Erfahrung gemacht dass das irgendwie eine Prädilektionsstelle der Abhebung ist mein ehemaliger Mentor in Wien der hat heute noch die Angewohnheit dass er alle Wunden näht bei der DMEC ich habe das von Anfang an nie gemacht und habe das auch so gelöst länger mache sodass der Tunnel von innen durch das Transplantat quasi abgedichtet ist und sehe da auch nicht wirklich ein Problem daraus ich sehe nicht dass sich das Transplantat dort abhebt wo der Tunnel war und bei 9,5 wenn die Ränder im Kammerwinkel verschwinden zumindest in den kleineren Augen wie kriegt man das Gas überhaupt unter die Lamellaten schwierig erstens einmal mache ich ähnlich wie wir es gerade gesehen haben auch immer drei Parazynthesen und meine dritte Parazynthese ist ganz steil und kurz das ist so meine Rettungsparazynthese sozusagen für für die Luftfüllung weil das ist natürlich schon ein Riesenproblem wenn das Transplantat groß ist und die Parazynthesen zu lang sind dass man nicht mehr unter das Transplantat kommt und das ist ganz wichtig dass man hier so eine Rettungsparazynthese hat insbesondere bei großen Transplantaten wir können auch die anderen bitten sich noch mal ein zu diskutieren ist die Parazynthese unser Dafürhalten ist wenn wir einen Gasverlust haben dann steht das immer über die Parazynthese und nicht über den Tunnel wie verhindern sie das so selten ist das ja nicht der Patient drückt nachts einmal und dann ist am nächsten Morgen vom Gas raus sind die Parazynthesen besonders klein oder besonders lang in meinem Fall schneide ich die Parazynthesen nie voll durch also wir verwenden einen 20 Gochstecher so wie wir das jetzt auch gerade bei der Chirurgie gesehen haben aber ich gehe nie voll in die Vorderkammer ein wir verwenden 30 Gochkanülen für die gesamte Operation die da reicht ein Drittel der Breite von einer 20 Goch Parazynthese und so führe ich das auch durch das heißt wir haben dann eine Trapezform von dieser Parazynthese und das reduziert natürlich das Risiko eines Gasverlusts postoperativ die Descimitorexis unter Luft oder so unter Irrigation unter Luft ja also wir machen das unter Luft aber unter permanenter Infusion also Melles und Kollegen haben das ja immer so unterrichtet dass sie die Vorderkammer mit Luft stellen dann die Rexis machen dann wieder stellen dann wieder die Rexis machen wir haben relativ schnell umgestellt auf eine permanente Infusion über die Vitrektomie Maschine mit Luft und ich halte in einer Hand eine 30 Goch Kanüle stabilisiere die Vorderkammer mit dieser 30 Goch Kanüle mit einer Luft Infusion von 15 bis 20 Millimeter HG und habe so eine stabile Vorderkammer weil ich glaube das ist wichtig das ist auch der Vorteil von dieser BSS Vorderkammer während der Rexis weil sie natürlich eine stabilere Vorderkammer haben und diese massiven Schwankungen in der Vorderkammer denke ich schon dass das nicht ideal ist für die Augen wenn man die Iris und den Ciliarkörper so massiert hinsichtlich CMÖ und anderen Komplikationen kurz 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 noch zur Iridektomie das unterschätzt man ja das sieht jetzt so in den Händen von Karl Boden so locker aus aber Philipp wie oft blutet das während der OP und wie kann man dann auf so eine Blutung reagieren wann implantierst du dann ja ist eine gute Frage selten erstaunlich selten dass es tatsächlich blutet ich würde sagen vielleicht in einem Fall von zehn oder noch seltener und die Blutungen sistieren in der Regel auch innerhalb von 30 Sekunden wieder das war tatsächlich auch nie ein Problem ich denke aber wenn es notwendig wäre könnte man auch das Auge etwas hyperton belassen für einige Sekunden oder vielleicht eine halbe Minute mit BSS auffüllen und dann abwarten bis die Blutung sistieren mich bringt das ja zum verzweifeln natürlich ist das nicht häufig wo bei einer von zehn einer von 15 so würde ich das auch einschätzen ist ja jetzt schon nicht selten und es ist nicht so dass man einmal hypertonus macht und dann hört das nach zehn Sekunden auf und das schlimmste ist wenn man meint es hat aufgehört und dann implantiert man und dann kommt so eine Blutfahne während der Implantation die Lamelle verklebt sehr schnell Anne wie lange wartest du bis du dir wirklich sicher bist tatsächlich hatte ich diesen Fall noch nie ich muss bei dir zugucken ja genau nee aber ich warte glaube ich einfach grundsätzlich eher zehn bis 15 Sekunden im hyperton modus bevor ich überhaupt die Lamelle sage ich mal ins Auge führe mir sicher zu sein die Vorderkammer ist sauber und es blutet nichts nach vielleicht ich würde ich dich jetzt bitten dass die Einführung von zu machen ein bisschen unhöflich so anders herum sie haben sich ja geschmeidig schon gleich in die Diskussion eingefügt ich bin total von der Endo Art und bin sehr sehr neugierig Anne Ja es ist uns eine sehr sehr große Ehre dass wir Professor Schmiedinger gewinnen konnten er ist natürlich der Leiter der Hornhaut Ambulanz vom AKH Wien und auch der Leiter der Gewebebank dort und zusätzlich der Stellvertreter der gesamten Klinik und wir freuen uns die Innovation der Endo Art von Ihnen einmal gezeigt zu bekommen Vielen Dank Herzlichen Dank für die Einladung Nochmal ein herzliches Grüß Gott aus Wien und bitte entschuldigen Sie dass ich mich ab und zu räuspern muss weil wie gesagt eine härtere Woche hinter mir hat aber die Schule hat begonnen und die Kinder haben mir eine Schluckimpfung nach Hause gebracht Endo Art die Endo Art Deliale Horn Prothese ist eine relativ neue Entwicklung die jetzt den Weg in den Markt gefunden hat wie Sie jetzt heute schon gehört haben ist die Dimec eine Erfolgsgeschichte es ist das Goldstandardverfahren bei endothelialen Erkrankungen und wir haben sehr selten Abstoßungen zu beobachten bis zu 95% Überlebensrate nach 10 Jahren wurden bei dieser OB-Technik beschrieben das ist aber nicht immer so es gibt komplexe Augen bei denen die Überlebensdauer von Transplantaten deutlich reduziert sein kann das sind Augen mit Uveitis unkontrolliertem Glaukom Pseuderexfoliationssyndromen wo eine chronisch subklinische Inflammation in der Vorderkammer vorliegt insbesondere als Situationen wo es zu einem Verlust der Blutkammer Wasserschanke kommt da kommen Implantate spielen eine Rolle wobei hier nicht unbedingt nur die mechanische Belastung durch Röhrchen eine Rolle spielen muss und auch Oberflächenerkrankungen also Ocular Surface Disease mit chronischen Entzündungen können zu einem erhöhten Abschlussungsreaktionsrisiko führen Ein Fallbeispiel von so einem Patienten möchte ich jetzt einleitend hier bringen Ein Patient der Buchsthystrophie mit Verdacht auf Hydrochromie Zyklitis uns vorgestellt wurde der hat eine externe eine Kataraktoperation bekommen am rechten Auge die ist dann dekompensiert und 2017 haben wir bei ihm eine Dimec durchgeführt am rechten Auge bei dekompensierter Hornhaut das ist auch einige Jahre gut gegangen zweieinhalb Jahre später ist er dann wieder gekommen mit einem Transplantatversagen hat er eine neue Hornhaut bekommen eine zweite Dimec die hat dann ein gutes Jahr gehalten dann hat er wieder ein Versagen des Transplantates gehabt wir haben ihm eine dritte Dimec durchgeführt woraufhin er dann leider auch ein Zystoides Makuladim entwickelt hat mit dem Folgen dass er ein Vitrectomie Membrane Peding gebraucht hat und leider ist dieses Transplantat dann wieder nach einem Jahr dekompensiert da hat er uns dann nicht mehr vertraut hat sich woanders operieren lassen und dieses neue Transplantat war dann nach drei Monaten wieder in der dekompension und da stellt sich dann die Frage wie fährt man mit diesen Patienten weiter fort wie viele Transplantate soll man den Patienten noch anbieten die Überlebensdauer die Überlebensdauer dieser Transplantate wurde ja mit Schritt für Schritt kürzer das ganze stellt uns natürlich vor Herausforderungen die Re-Keratoplastiken sind bereits die zweithäufigste Indikation bei allen Keratoplastiken laut EPA Report und es ist die die am schnellsten zunehmende Indikation das heißt mit zunehmendem Lebensalter mit zunehmend früherer Operation die bei der Dimec heutzutage durchgeführt wird müssen wir einfach damit rechnen dass wir immer mehr Re-Operationen durchführen werden und diese Re-Operationen im typischen Fall auch mit einer verkürzten Überlebensdauer hergehen das heißt wir haben einen zunehmenden Spenderbedarf zu befürchten welche Faktoren beeinflussen jetzt die Hydratation der Hornhaut und wir wissen dass da unterschiedliche Faktoren eine Rolle spielen mit der Kohle wie dosmatische Druck im Gewebe die Gewebespannung der interokulare Druck aber eine der wichtigsten Funktionen von Endothel ist die Barrierefunktion gegenüber dem Einstrom von Kammerwasser in das Hornhaut Gewebe das reguliert sehr stark die Hydratation die in der Hornhaut sehr gering sein muss mit ungefähr 73% und da gab es schon sehr früh Überlegungen wie man das verhindern könnte und eine Möglichkeit hat Dolmen der Hornhaut Chirurgie oder überhaupt der Hornhaut Subspezialisierung bereits 1966 vorgestellt und er hat damals gezeigt dass man wenn man eine Silikonmembran an die Hornhaut Rückfläche setzt hier ein Hornhaut über dem verhindern kann und die Hornhaut wieder klar wird ein ähnliches Prozedere wurde jetzt mit Endoart entwickelt hier wurde über viele Jahre hinweg ein ähnliches Verfahren etabliert und dabei wurden über Schweinestudien hin über den Verifizierungs- und Validierungsprozess 2019 die ersten First in Human Trials durchgeführt und seit 2021 die Zulassungen in FDA China und CIA Approval vorangetrieben und seit 2023 ist das jetzt eben auch kommerziell erhältlich es gibt hier fünf Jahre Nachbeobachtungszeit maximal derzeit was ist jetzt das Endoart das Endoart ist eine optisch klares und ethisch biokompatible endotheliale Prothese das sind also keine Zellen drauf das ist ein hydrophiles Aquulat ähnlich einem Interokularlinzen Material das natürlich eine spezielle Form aufweist also die Kurvatur ist der durchschnittlichen Posterior an Hornhaut entsprechend wir haben einen Durchmesser von 6,5 Millimeter also einen relativ kleinen Durchmesser das hat auch einen Grund darauf kommen wir später noch und eine 50 bis 50 Mikrometer dick und der Rand vor allem hat auch einen speziellen Schnitt eine spezielle Geometrie damit die Adhesion an der Hornhaut Rückfläche gewährleistet ist die Indikation ist eben grundsches Hornhaut bei Endodildys Funktion genau ist das nicht beschrieben aber es gibt eine Reihe von Kontraindikationen die beachtet werden müssen das sind natürlich stromale Narben wo keine Visusverbesserung zu erwarten ist Bandkerotopathien schwere Oberflächenerkrankungen Fliese Status plus Refraktive Chirurgie die Neurotrophen Kerotopathien und vor allem Epideliale Störungen und Limbale Stammzellinsuffizienzen Literatur Technisch gibt es dazu noch sehr wenig es gibt Fallberichte von Gerd Aufwart der ja einer der ersten war der diese Produkte implantiert hatte hat jetzt auch über fünf Jahre Nachbeobachtungszeit hier gab es bei beiden Patienten Postoperativ Abhebungen der Implantate Chodmeter hat mit seiner Gruppe dann noch eine alternative OP-Methode beschrieben und eine italienische Gruppe hat einen Fallbericht mit fünf Patienten präsentiert die Multicenter die Multicenter Studie die gespondert ist von der Herstellerfirma ist nicht publiziert bisher jetzt rezent bei der ESCRS hat der Entwickler Dr. Ofer aus Israel auch die letzten Daten die eingegangen sind bei der Firma präsentiert es sind weltweit über 300 Implantationen in 66 Prozent der Augen kam es zum Anstieg von drei Zeilen oder mehr 90 Prozent der Patienten hat einen reduzierten Pain Score Postoperativ und es gibt einen Fall der hier auch hervorgehoben wurde das ist ein Patient der sogar einen Führerschein Visus also ein Visus von 0,63 damit eine Autofahrerlaubnis erreicht hätte alle diese Implantate wurden bisher überwiegend in Augen mit sehr geringem visuellem Potenzial durchgeführt das muss man einschreckend sagen Sie sehen hier einen Fallbericht aus Wien Sie sehen hier die Membran die wird mit einem Spatel in die Vorderkammer eingeschoben das Auge ist hier mit einem Amterior Chamber Maintainer stabilisiert dann wird die Membran von extern zentriert und an der Hornhaut Rückfläche mit einer Gasglase fixiert also relativ simple Operation braucht hier natürlich keine Rücksicht nehmen auf irgendwelche delikaten Zellen auf diesem Implantat und es gibt allerdings hier einige strenge Vorgaben der Firma also man kann hier nicht sehr Freikirurgie betreiben man muss alle Inzisionen nähen man muss diesen an der Hornhaut mit einer durchgreifenden Naht fixieren man muss Chamber Maintainer verwenden also das ist alles noch relativ streng reglementiert wir haben jetzt hier unsere ersten zehn Patienten zusammengefasst wie Sie sehen in den Vorerkrankungen waren das durchwegs extrem kranke Augen mit einer sehr langen Vorgeschichte alle mit mehrfachen Hornhaut Transplantationen teilweise mit penetrierenden Keratoplastiken zwei Stück es gab interoperativ keine Komplikationen bei diesen Patienten aber die Rebubbling Rate ist halt wesentlich höher als bei Himmig Operationen wir hatten insgesamt vier Rebubblings bei zehn Patienten das spricht also 40% wobei wir bei zwei Patienten auch mehrfache Rebubblings durchführen mussten das waren auch jene die jetzt noch keinen Visusanstieg bekommen haben bei den meisten Patienten haben wir einen zumindest geringen Visusanstieg beobachtet bei einigen Patienten auch einen deutlichen wie zum Beispiel beim Patienten 1 und 4 der Bachymetrieverlauf nach diesem Endoart ist sehr deutlich zu beobachten bereits am ersten Tag das heißt sie haben am ersten Tag schon eine weitgehend physiologische Hornarticke und die bleibt dann über die Monate hinaus relativ stabil man muss bei dieser Bachymetrie regelmäßig kontrollieren bei diesem Implantat darauf komme ich später noch zu sprechen aber der Effekt dieser Dehydrierung der Hornart wird eigentlich initial am ersten Tag auf ein kleines Fall Beispiel nochmal das ist eben dieser Patient der im September 23 operiert wurde mit vier vorgegangenen Dimec Operationen und das ist der Befund am ersten Tag postoperativ Sie sehen hier das Auge ist mit entsprechend vielen Nähten versorgt wichtig ist dass man hier zentral diese Naht beobachtet das ist eben eine Fixiernaht wo mit dieser das Implantat an der Hornartrückfläche fixiert werden muss das ist Vorgabe derzeit es gibt ja noch Diskussionen darüber ob da eine Naht reicht oder ob man mehr gibt und hier sehen Sie den postoperativen Befund mit einer deutlichen Verdünnung der Hornart postoperativ ein zweites Fall Beispiel ein Patient der im Okno Jänner diesen Jahres operiert wurde und hier sehen Sie dass das Transplantat eine Woche postoperativ abgehoben war obwohl das Auge noch 50% mit C3F8 gefüllt war der Patient hat die Lagerung nicht ideal eingehalten und so haben wir das Gas noch mal erhöht auf 100% und haben stationär aufgenommen wo die strenge Rückenlage einhalten konnte und haben das dann zu einer Anlage gebracht mit einem einzigen Rebubbling und Sie sehen hier diese Markierung das F-Zeichen an dem Implantat das die korrekte Orientierung das diese Lamelle in der Vorderkammer anzeigt was man hier auch sehr gut sehen kann ist ein ähnliches Muster wie heute vorgestellt von Kollegen Philipp Hoppert dieser Donut Shape also Sie sehen zentral die klare Hornhaut in dem Bereich wo das Implantat anliegt peripher bleibt natürlich dass die polöse Kertopathie bestehen und das geht auch nicht weg das bleibt so dementsprechend sind manche Patienten auch für längere Zeit mit einer Kontaktlinse zu versorgen wenn hier noch Schmerzen auftreten ein Hyperoperschift ist natürlich hier auch möglich bei diesem Patienten jetzt ein bisschen im Detail noch dazu hinsichtlich den Sekundär Interventionen nach Angaben des Herstellers benötigen bis zu 50% der Augen eine Sekundäre Intervention in manchen Ich glaube schon dass hier die posteriore Hornart Geometrie ausschlaggebend ist zumindest kann ich das aus den Beobachtungen unserer ersten zehn Fälle sagen also die beiden Patienten die mehrfache postoperative Interventionen gebraucht haben hatten beide eine vorangegangene Keratoplastik und erhebliche Irregularitäten in der posterioren Hornart Oberfläche Sie sehen hier eines dieser Bilder und hier sind ungefähr 220 Mikrometer Unterschied in den Höhendaten an der Hornart Rückfläche dargestellt und das ist möglicherweise eine Erklärung für die Nichtanlage in diesen Patienten Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Oberfläche Wir beobachteten bei zwei Patienten in den circa drei Monate postoperativ eine Infektion Ein Patient erliebt eine Pilzkeratitis und ein zweiter Patient stellte sich mit einer Absolomonos Geratitis vor Beide sind abgeheilt unter entsprechender Therapie Ein Patient mit der Pilzkeratitis musste stationär versorgt werden Die sind beide abgeheilt Die Pilzkeratitis allerdings mit einer zentralen Narbe und das wird sicher zeigen ob wir das so belassen können da der Patient jetzt mehr photopro ist als vor dieser Infektion Jetzt rezent haben wir auch eine Patientin beobachtet die ungefähr einen Monat nach der Implantation eine persistierende Errosio entwickelt hat Die ist jetzt vier Wochen später immer noch nicht abgeheilt durch maximaler Therapie und das ist ein Effekt der bis zum gewissen Grad auch zu erwarten ist wie Herr Claes Dolman bereits 68 publiziert hat in seinen Fällen Bevor er hier entsprechende Maßnahmen getroffen hat die Hälfte seiner Fälle mit diesen Silikon Implantaten perforiert und der Grund dafür ist dass wir die Ernährung des Epithels insbesondere mit Glucose und mit Nährstoffen hauptsächlich aus der Vorderkammer und nur zu einem ganz geringen Teil aus dem Training Film erfolgt das heißt der Fluss von Flüssigkeit aus der Vorderkammer der Ernährung des Epithels ist ganz entscheidend und deswegen wird auch der Durchmesser dieses Implantats wahrscheinlich auf diese 6,5 Millimeter limitiert bleiben da wir rund um dieses Implantat den Flow von Nährstoffen zum Epithel hinauf brauchen Das Learning der ersten Fälle hier in Wien war dass die Aufklärung hinsichtlich der Sekundär Intervention wichtig ist die Patientinnen müssen wissen dass sie eventuell mehrfache postoperative Intervention erwarten müssen die präoperative Beurteilung der Epithel Situation ist ganz entscheidend potenzielle Schwächen in der Mundheilung sind vorab abzuklären und diese Patienten sollten ausgeschlossen werden insbesondere wenn der Stammzellinsuffizienz oder sonstige Probleme im Epithel vorhanden sind und die präoperative Analyse der posterior Anortfläche ist sicher entscheidend in In Summe ist es aber eine sehr aufregende neue Option für weitgehend hoffnungslose Fälle sonst das Endoart Implantat wird eben nicht durch biologische Prozesse beeinflusst kann nicht abgestoßen werden die potenziellen Visus Ergebnisse sind derzeit noch unklar weil eben fast nur Patienten mit sehr kranken Augen und Optikus Atrophilen behandelt wurden großer Vorteil ist aber eben gerade für diese Glaukom Patienten dass sie keine Dauertherapien Mysterioiden notwendig sind und es wird sich zeigen ob eine schrittweise Ausweitung und Anwendung auf andere Indikationen möglich erscheint vielen Dank vielen Dank das gibt wirklich Hoffnung für unsere eher hoffnungslosen Fälle bislang genau die Frage aus dem Chat wäre dann noch ob es mit hypertonen Augentropfen kombiniert oder das Ganze ersetzt werden könnte zur Entquellung der Hornhaut ja ich denke dass also wenn diese Lamelle anliegt dann wird die Hornhaut dünn da braucht man eigentlich keine zusätzlichen Maßnahmen im Gegenteil es ist sogar so dass der Effekt relativ stark ist und dass man darauf aufpassen muss dass die Hornhaut nicht zu dünn wird also Pflege Beobachtung mittels OCD ist notwendig denn eine zu starke Dehydratation birgt immer das Risiko von Ulsterentwicklung oder Perturbation Professor Goldblum schickt uns einen Patienten bei dem es trotz Anlage nicht zur Besserung der Hornhaut Dicke gekommen ist vielleicht muss man das aber trotzdem positiv sehen weil es ist schlechter geworden danach da muss man ganz genau schauen also ein hochauflösendes OCD ist hier ganz entscheidend denn Anlage ist nicht Anlage im Gegensatz zur DMAC die relativ verzeihend ist was Anlagen betrifft und auch was kleine periphere Abhebungen betrifft ist das bei der Endoart gar nicht der Fall also wenn Sie da irgendwo einen kleinen Flüssigkeits Spiegel sehen zwischen dem Implantat und dem Stromer dann funktioniert das nicht dann haben Sie da einen kontinuierlichen Inflow und Sie haben trotzdem eine Schwellung auch wenn das Transplantat so makroskopisch in der Spaltlampe wenn Sie da im OCD irgendwo einen feinen Spalt sehen dann ist das nicht funktioniert das nicht Bei diesen ganz lange bestehenden Ideen haben die Patienten ja rezidivierende bandförmige Keratopathien wenn wir das mit der Endoart zum Entquellen bringen kommen die dann wieder war einer ihrer Patienten so dass sie da ihre Erfahrung beitragen können Nein also wir hatten keine Patientin dabei die eine zentrale Band Keratopathie aufwies und das ist auch in den Kontraindikationen also Patienten mit einer Band Keratopathie sollte man laut Firma nicht inkludieren also nicht das ist eine Silikonölchirurgie wir haben natürlich ja überdurchschnittlich viele wo die Hornout dekompensiert Trauma Augen und mit der Endoart natürlich eine Grenzschicht zum Silikonöl aufgebaut werden könnte wie aus der Linsenkirurgie heraus sollte das nicht wirklich ein Problem darstellen ja ich kann das nur mutmaßen weil ich persönlich keine Erfahrung damit habe aber nachdem das aus einem hydrophilen Acrylat ist würde ich nicht erwarten dass das ein Problem auslöst oder dass wir hier Advisionen sehen weil dieses Linsen Material auch in Sons Silikon gefüllten Augen zum Einsatz kommt ich müsste einmal ganz kurz Professor Schurmann der OP wartet unten ich übergebe jetzt die Innovation Session an Karl Buden und die Moderation an Philipp Roberts Ich habe noch eine einzige Frage vielleicht Professor Schmiedinger sind Sie der falsche Ansprechpartner aber es kamen Fragen zur Kosten der Endoart können Sie was dazu sagen oder müsse man sich an die Firma man muss sich natürlich in jedem Land selber erkundigen aber die Kosten sind extrem günstig also wir waren nicht sehr überrascht über den Preis wenn man andere Implantate kennt wie die Boston K-Pro oder andere neue Produkte die jetzt auf den Markt kommen im Bereich Keratoconos Inlays und so weiter die zigtausende Euros kosten das kostet in Österreich 1800 Euro das ist sehr günstig billiger als ein Transplantat sehr schön Sie haben auch noch persönliche Grüße von Yingting Cheng der persönlich gerne fragen würde ob lieber Luft oder SF6 Gas zur Anlage verwendet wird das ist vorgegeben man muss ein Gas verwenden idealerweise C3 fach vielen Dank dann übergebe ich jetzt an Dr. Boden an Innovation Session ja vielen Dank und auch schon wieder hier sehr spannende Sache mit dem Endo Art ja wir haben zwei Gold Sponsoren die dann eben die Möglichkeit haben Two Minutes for the Industry ihre Innovationen vorzustellen und ich darf da Zima und auch die Firma Goida begrüßen und es freut mich sehr dass eben auch Zima mit denen ich natürlich auch viel kooperiert habe für meine Habilitation eben hier Gold Sponsor ist und auch die super innovative Technik des Femto Sekunden Lasers eben vorstellt und die Spezifität des Z8 mit der Mobilität Vielseitigkeit noch mal genauer beleuchten wird und ich darf Herrn Möhring als erstes beten seine Präsentation zu starten weil er jetzt auch noch auf den Oldenburger Hornhautag gleich präsent sein soll ganz genau danke Herr Dr. Boden für die einleitenden Worte und ein herzliches Willkommen an alle Teilnehmer ich versuche mal gerade hier die Präsentation zu starten eine Sekunde Sekunde bitte einmal wenn Sie noch in den Vollbildmodus gehen dann sehen wir alles ja das habe ich gerade versucht aber jetzt zeigt mir nicht unten ich habe nicht die Möglichkeit den Vollbildmodus zu aktivieren dann beenden Sie Ihre Frage eine Sekunde jetzt sollte es passen ja ok alles klar wunderbar ja recht herzlich willkommen zur Innovation Session ich freue mich sehr dass ich die Möglichkeit habe Ihnen die Neuerung aus dem Hause Sie mal vorstellen zu dürfen in den nächsten paar Minuten und beginnen möchte ich dann auch gleich mit dem ersten Slide ja vielleicht ist ok wegen der Datenübertragung ich hoffe es geht was haben wir hier irgendwie habe ich hier nicht die Möglichkeit meine Slides zu schalten Ah ja ok wunderbar jetzt geht's los unser Z-Lasic Modul erscheint zukünftig im einheitlichen Software Design sodass nun alle Applikationen ein einheitliches Grafik User Interface anbieten und diese zur Verfügung stehen und es ermöglicht Ihnen insbesondere einen schnelleren Wechsel von einem Modul zum anderen und so können Sie sich intuitiv zurechtfinden ein explizites rauf und runter fahren zwischen den Applikationen ist jetzt also nicht notwendig sondern Sie können direkt von einer zur nächsten schalten Eine intuitive und einheitliche Benutzeroberfläche war zudem eine klare Herausforderung und Vorgabe unseres Eigentümers und CEO Frank Ziemer für unser neues Software System FlowSuite vielleicht auch bekannt unter dem Namen Workflow zur Optimierung der klinischen Behandlungsabläufe eine zentralisierte Datenverwaltung ermöglicht jetzt ein effizientes Patientenmanagement und die postoperative Nachsorge was insbesondere dann interessant für Sie als refraktiver Laserschirurg interessant werden könnte wenn Sie zu einem späteren Zeitpunkt mit Kataraktpatienten über die Behandlung sprechen steht nun auch zur Verfügung Wir reduzieren die Geräuschkulisse des Z8 und unser Whisper Mode Cat ist zur Verfügung für die Z8 Plattform deutlich leiser und bietet insbesondere ein angenehmeres Operationserlebnis für den behandelnden Arzt das OP-Team und natürlich für Ihre Patienten verfügbar ab Oktober 24 Unser vielseitiges und bekanntes Diagnosegerät Galilei bietet Ihnen jetzt die präzise Messung der optischen Biometrie Tomografie und Topografie in einer Sitzung aber viel wichtiger ist dass wir nun hier für den optimierten Arbeitsablauf auch die Möglichkeit haben die IULs von der IUL-Con Webpage hochzuladen sodass Ihre IUL-Konstanten Optimierung dadurch vereinfacht wird Sehr stolz sind wir im Prinzip auf die Entwicklung und bevorstehende Markteinführung unseres Aquarius Vet-Ablation Laser für die LASIK das ist ein Solid-State Laser der insbesondere ins Wasser einkoppelt und dadurch ganz anders arbeiten wird der Aquarius kann ohne das teure Argon für Ritgas betrieben werden und unser gewebeschonendes Corneal Hydration Management ermöglicht zudem die Anbindung an die FlowSuite die ich gerade vorgestellt habe um eine höchst präzise Behandlung der Myopie Hyperopie und selbstverständlich auch Astigmatismus PRK und PTK zu ermöglichen auf unserer Website finden Sie alle geteilten Informationen und weitere interessante Hinweise und selbstverständlich steht Ihnen das gesamte Zima-Team sowie auch ich jederzeit für Fragen zur Verfügung und damit möchte ich gerne schließen und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit Vielen Dank Herr Möhring für den Einblick und die Vielseitigkeit des Portfolios was eben Zima auch bietet und jetzt muss ich nochmal sonst kenne ich Sie eben auch eher aus dem Hardware-Bereich also die FlowSuite ist ja doch ein anscheinend eine Software-Lösung die auch die Konnektivität zwischen OP und der Diagnostik verbessern soll ist das richtig ganz genau die Konnektivität zwischen der Diagnostik und dem Laser oder den Laser wenn auch der Aquarius wird ja dort angebunden werden und das bedeutet einmal die Eingabe der Patientendaten direktes Bearbeiten der Patienten Parameter oder Vorbereitung der OP bei Ihnen am PC und nicht unbedingt so wie wir es im Moment kennen am System und das wird den Arbeitsablauf sicherlich deutlich erleichtern und auch klar zu gesteigerten Effizienz und Präzision beitragen Ja Vielen Dank und ich hoffe ich bin einer der ersten Kunden die einen neuen leiseren Ventilator das Vergnügen haben werden Gucken wir mal Alles klar Direkt notiert Herr Dr. Boden Vielen Dank Viel Spaß noch in Oldenburg Ja danke sehr und viel Erfolg weiterhin Danke Ich darf Frau Henrich von der Firma Goida vorstellen Sie darf uns nochmal etwas über die DMEC-Kartusche erzählen die Firma Goida mit Herrn Schumann zusammen entwickelt haben Bitte So ich hoffe die Präsentation ist im Vollbindmodus Ja Perfekt Noch einmal von mir herzlich willkommen auch im Namen der Firma Goida zu diesem Intensivkurs Mein Name ist Sophia Henrich Ich bin Produktmanagerin unter anderem für den Bereich DMEC und möchte Sie jetzt so ein bisschen mitnehmen auf eine kurze Reise zehn Jahre Goida DMEC-Kartusche nach Schumann Was ist denn eigentlich so passiert Wie vorhin von Professor Schumann bereits erwähnt wurde 2014 die Goida-Kartusche in den Markt eingeführt und hat sich seitdem in diversen Studien auch gegen Konkurrenzprodukte mit sehr guten Ergebnissen beweisen können 2019 erfolgte dann die Weiterentwicklung der Kartusche zum DMEC-Rapid-System wodurch eben die Implantation und der Transport vorpräparierter Lamellen möglich ist auch dieses System wurde in diversen Studien getestet und konnte auch hier mit sehr guten Ergebnissen überzeugen Wie hat sich das Ganze jetzt auf global betrachtet verbreitungstechnisch dargestellt 2014 also mit Markteinführung war die Goida-Kartusche in zehn Ländern vertrieben und es wurden jährlich circa 1800 DMEC-Prozeduren mit der Goida-Kartusche nach Schumann durchgeführt Zehn Jahre später also quasi Ende 2023 die 24 Zahlen liegen natürlich noch nicht vor können wir mit Stolz sagen dass wir in 37 Ländern vertreten sind und jährlich über 20.000 DMEC-Prozeduren mit der Goida-Kartusche durchgeführt werden was ein enormes Wachstum darstellt und die Tendenz ist weiterhin steigend das heißt dieses Produkt ist noch lange nicht gesättigt und wir freuen uns sehr dass immer mehr Chirurgen sozusagen auf die Goida-Kartusche stoßen und umsteigen auf Europa betrachtet das finde ich eigentlich ein ganz schönes Bild wir haben hier im europäischen Raum relativ verlässliche Zahlen was die jährlichen DMEC-Prozeduren angeht die sehen Sie einmal in hellblau oben drüber in dunkelblau einmal davon der prozentuale Anteil wie viele Operationen mit der Goida-Kartusche nach Schumann durchgeführt werden wir wären hier in Deutschland bei einem Prozentsatz von 47% also fast jede zweite DMEC-Prozedur in UK sind wir sogar bei 90% Norwegen 80% 62% in Frankreich was eben sehr verdeutlicht dass trotz des zehnjährigen Bestehens der Kartusche am Markt es immer weiterhin noch ein sehr innovatives Produkt ist und anhand der Zahlen kann auch gesagt werden dass nicht nur in Deutschland sondern eben weltweit sehr viele Operateure auf die Qualität dieses Produktes zurückgreifen und diese sehr schätzen vielen Dank ja vielen Dank auch und das ist ja wirklich sind beeindruckende Zahlen und wie breit diese doch innovative Geschichte sozusagen eine Erfolgsstory ist und breit verwendet wird aber die ist ja jetzt seit zehn Jahren auf dem Markt wo sehen Sie denn da die Innovation in dieser Kartusche die hauptsächliche Innovation ist glaube ich einfach die Form und das Material das ist von den Konkurrenzprodukten nicht einzuholen wir haben einmal hier dieses Borosilikatglas was eben dieses extrem weiches Glas oder diese Beschichtung darstellt was sehr endothelschonend ist trotzdem ist diese Kartusche extrem stabil ich weiß von anderen Glasherstellern dass das einfach nicht so stabil hinbekommen wird man da eher irgendwie Abbrüche hat das ist so die Hauptinnovation das ist einfach das Design und das Handling unberührt ist bisher ja also die Stabilität dieser Kartusche oder dieses Borosilikat kann ich absolut bestätigen also ich kann mich nur an eine defekte Kartusche glaube ich in meinem Leben erinnern also das ist glaube ich ganz ordentlich ja vielen Dank Frau Henrich danke dass wir Sie als Goldsponsor gewinnen konnten und jetzt fängt die Nachmittagssession an und die Moderation wird mein Kollege Herr Philipp Roberts übernehmen und bitte Philipp gut ja herzlichen Dank dann darf ich als nächsten Speaker auch gleich dich lieber Karl begrüßen also Privatozent Dr. Karl Boden ist nicht nur leitender Oberarzt der Augenklinik Solzbach sondern auch ein Spezialist für Hornhaut Chirurgie Linsen Netzhaut und auch Glaukom Chirurgie und auch ein Uviitis Spezialist also wirklich vollumfänglich tätiger Ophthalmologe und Augenchirurg und wird uns heute etwas über die Baumann Transplantation bei Keratoconus erzählen ja vielen danke Philipp für die kurze Einleitung die ich darf Ihnen heute über ein etwas neueres Thema berichten neuer insofern dass es eben seit neuerer Zeit eher breitere Anwendung gefunden hat das ist die Baumann Transplantation bei Keratoconus und da müssen wir uns erstmal nochmal genauer vergewissern was man zu der Baumann Schicht überhaupt wissen sollte die Baumann Schicht ist eben eine 8 bis 15 Mikrometer dicke Schicht die direkt unterm Endothel eben zu liegen kommt und auch als Lamina Limitans Anterior eben bezeichnet wird und sich dadurch auszeichnet dass sie eine Art Barrierefunktion hat und auch eben diese bei der Wundheilung eine Rolle spielt und vor allem denken wir auch dass eben die Stabilität dort der Hornhaut vor allem entschieden wird und wir wissen dass dieses Kollagen was in dieser Schicht vorhanden ist noch ein bisschen anders verteilt ist also vor allem Kollagen 5 ist in dieser Strommalsch oder Teilschicht eben auch vorhanden jedenfalls deutlich mehr als im Stromer und wir wissen immer noch nicht genau wo die Funktion dieser Schicht eigentlich zu finden ist es hat natürlich Teile bei der Wundheilung aber zu suchen aber auch eben als Schutzfunktion als Barriere und Diffusionsschutz und wir transplantieren eine Baumann eigentlich immer nur bei einer Instabilität der Hornhaut das ist einfach die Parade Indikation der Keratoconus wir können den ganzen Nachmittag nur über den Keratoconus reden aber sie wissen dass es eine progressive Instabilität der Hornhaut gibt die eine irreguläre Hornhaut Verkrümmung die sehr hoch sein kann eben verursacht und wenn wir einfach eine zu dünne Hornhaut haben dann kommt eine Hornhaut Bomment Transplantation in Frage wir haben eine Stadieneinteilung des Keratoconus einmal hier historisch Amsler und Krummeich haben versucht anhand der Hornhaut Krümmung und aber auch an der Dicke eben und teilweise an den Narben versucht eine Einteilung zu finden das war natürlich zu Zeiten wo wir eher auch mit unserer Spaltlampe geschaut haben und vielleicht mit dem Javal irgendwas gemessen haben aber wir sind ja mittlerweile in einer Zeit die uns eine multiple Diagnostik zur Hand gibt und da hat sich dann eben noch eine spezifischere Klassifikation eben heraus hier ist es die ABCD Klassifikation A heißt anteriore Krümmung der Hornhaut B ist die Rückseite Back und dann C ist die Dicke die Corneal Thickness und D ist dann die Distance Visual Acuity also Fernisus und auch da kann man eben den Schweregrad des Keratokonus eben abmessen und was haben wir überhaupt für Möglichkeiten einen Keratokonus zu therapieren oder den Patienten zu helfen eine visuelle Rehabilitation zu erreichen Punkt eins ist natürlich erstmal Kontaktlinsen das ist ja das was eigentlich nach Brille wenn die nicht mehr geht funktioniert wir wollen bei einem progressiven Keratokonus ein Crosslink durchführen da hat sich in den letzten Jahren auch das Sub400 Protokoll nach Hafesi eigentlich etabliert um eine Stabilisierung zu bekommen um eben auch die Hornot Verkrümmung auszugleichen haben wir die Möglichkeit mit Intex also PMMA Stückchen oder dem Myo-Ring intrakornial zu arbeiten und wir werden nachher auch von Frau Susan Jacobs was über die Pears hören die Bowman Transplantation das ist einfach werde ich gleich nochmal drauf zurückkommen ist ein bisschen einen Zwischenschritt vor einer DALG oder einer Femto Keratoplastik zu sehen und hier sehen wir eine Übersichtsabbildung eines Therapiealgorithmus wir müssen unterscheiden zwischen einem stabilen Keratoponus und einem progressiven bei einem progressiven wollen wollen wir erstmal die progression stoppen bei einem stabilen geht es eher darum dass wir eine refraktive Rehabilitation bekommen und Sie sehen auf der linken Seite Stadium 1, 2, 3, 4 und die Bowman Layer ist doch relativ spät erst anzusiedeln dass wir eben auch Patienten mit Grad 3 und 4 damit behandeln um eben zu versuchen die Patienten wieder in einen therapierbaren Bereich zu bekommen der eben sie refraktiv rehabilitiert was passiert genau bei einer Baumann Transplantation wir haben zwei Methoden eigentlich seit 2011 ist die Arbeitsgruppe O'Mellis daran und hat Ergebnisse zur Baumann Inlay also in einen Pocket diese Membran eingeführt zu untersuchen und hat da recht gute Ergebnisse Dapena hat jetzt eben seit 2020 auch Ergebnisse vorgelegt um mit dem Baumann Onlayer zu arbeiten da sind die Langzeitergebnisse noch nicht so gut oder noch nicht so lang verfügbar sag ich mal so Dapena ist ja ebenfalls aus der Arbeitsgruppe von Mellis und das hat eigentlich die ganze Zeit auch so ein bisschen die Society ein bisschen skeptisch beäugen lassen weil eigentlich nur die Arbeitsgruppe von Mellis damit gearbeitet hat und erst in den letzten vier bis sechs Jahren hatten auch noch eine spanische und italienische Arbeitsgruppe dazu eben wissenschaftliche Publikationen hervorgebracht was machen wir wir müssen ja die Baumann präparieren Mellis hat das vor allem manuell gemacht es gibt auch seit 2018 eben schon Bestrebungen mit dem Femto Laser da eben eine Membran zu schneiden wir können mit dem Femto Sekunden Laser präzise und reproduzierbar auch wieder ein Pocket in gewünschter Tiefe anlegen und in diese Tasche dieses Inlay der Baumann Layer einbringen und Ziel dieser Baumann Layer Transplantation ist eben erstmal eine Stabilisierung des Konus und vielleicht diese stromale Ausdünnung eben wieder zu regenerieren man kann natürlich unterschiedliche Dicken des Layers wählen aber physiologisch erinnern wir uns dass wir 8 bis 15 Mikrometer eigentlich als ausreichend sehen müssten aber da muss man dann werde ich gleich nochmal drauf zurückkommen und Ziel ist es eigentlich dass wir die so vorbereiten dass wir entweder mit Ringsegmenten wieder arbeiten können oder eben Stabilität die auch mit Kontaktlinsen wieder zu einer visuellen Rehabilitation führen und wir wollen eine Dalk oder eine Keratoplastik hinauszögern oder vielleicht vermeiden und wie geht die Präparation im Detail da hatte ich gesagt dass die Arbeitsgruppe Mellis das eben mit manuell gemacht hat dem Spender zu präparieren aber der Femto Sekunden Laser ist eindeutig das überlegene Instrument was eben dieses Pocket Anlegen bedeutet also da gibt es glaube ich in der Community keinen mehr der sagt nee der Laser der macht mir das nicht präzise genug das ist einfach nicht richtig die Spender Präparation war aber lange nur manuell möglich weil die Limits die Grenzen des Lasers einfach da eine Begrenzung eingesetzt haben vor allem Sicherheitsaspekte für die Hersteller waren da MDR mäßig eben auch hinderlich dran und deshalb haben wir ein Standardprotokoll für die Präparation der Spender Lambelle mit dem Z8 eben durchgeführt oder erstellt das ist auch eben die Doktorarbeit von der Frau Schlosser die bei uns arbeitet die ich betreue und da haben wir in der präklinischen Studie an 32 humanen Spender Hornhäuten sowohl eine ideale Einstellung für den Flap als auch für das Pocket eben etablieren können und die Lasereinstellungen sind ja daran wie viel Energie geht in dieses Gewebe hinein wie schnell führe ich den Laser eben über dieses Gewebe hinweg und mit welcher Spot Size das sind so die Einstellungsparameter mit denen man eben arbeiten kann und da eben auch unterschiedliche Ergebnisse bekommt und wir sind eigentlich dazu gekommen dass wir einen Pocket idealerweise auch eben in den Papern von Melle steht eigentlich die halbe Hornhaut dicke oder bei 250 aber wenn wir uns erinnern wo die Baumann liegt ist die ja eigentlich viel weiter anterior und das müsste ja eigentlich auch funktionieren dass wir in 100 Mikrometer diese Tasche anlegen Aber aber da fehlen aber da die klinischen Daten und die Untersuchungen und Studien in großer Stückzahl um da genau sagen zu können ist 300 besser als 100 da gibt es natürlich auch Chirurgen die sich weiter unterhalten und den Eindruck haben dass entgegen der physiologischen Tiefe eine Implantation der Baumann eher tiefer besser ist als eine oberflächliche Implantation Der Flap ist mit 30 Mikrometer gut standardisiert zu präparieren und dieses Protokoll haben wir gerade auch eingereicht bei Cornea ist es submitted und da werden wir noch es publizieren und die Ergebnisse der Doktorarbeit sind von Frau Schlosser schon zusammengearbeitet Wie sind unsere ersten Erfahrungen Wir haben da ein Video mitgebracht wo wir auf der künstlichen Vorderkammer diese Baumann Layer präpariert haben Das ist eine Operation von Herrn Roberts die gut verlaufen ist Die Präparation dieser Lamelle ist wirklich Sie sehen eindrucksvoll einfach Was man da lösen muss sind so kleine einzelne Adhesionen und man muss natürlich vorsichtig sein dass man da eben das Transplantat nicht zerreißt aber Tropfen Wasser kann in manchen Fällen da auch helfen und es ist aber bis jetzt noch nicht so dass wir diese Schicht extra noch mal mit Alkohol versteifen oder austrocknen das ist eigentlich im Moment nicht 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 Fall und dann haben wir das komplett gelöst dann die Implantation Sie sehen hier den Eingang der Pocket mit einem 5 mm Eingang und einer 9,5 großen Zone und das Vorarbeiten in der Pocket mit einem Lasik Spatel das sind mittlerweile ja auch Prozeduren die wir aus der Smile oder Lentikel Extraktion recht gut beherrschen und da auch viel Erfahrung haben wir haben zur besseren Visualisierung das Transplantat der Bowman Layer eben angefärbt und unter leichter Irrigation mit einer Sauta kann man dieses Layer da recht souverän ausbreiten nur mit kleinen Stößen von BSS kann man das eigentlich auch ausbreiten und positionieren in dieser Tasche und die ganze Prozedur ist relativ ja kurzfrist oder kurzweilig und manuell eigentlich gar nicht die riesen Problematik aber wir haben natürlich in solchen Fällen noch keine visuelle Rehabilitation wir haben nur eine Stabilisierung deshalb einige Operateure kombinieren das jetzt auch schon mit der CARES wie der Barakaya zum Beispiel und auch wir haben schon den ersten Patienten die Ergebnisse bei uns sind relativ frisch deshalb habe ich mir aus Karlsruh von Frau Lehrling und Herrn Scheib einen Beispiel Patienten organisiert der 2019 diese Technik angewandt hatte manuelle Vorpräparation und ein Prostlemming zeitgleich die Refraktion mit dem Visus Astigmatismus von 5 Dioptrien 01 Paris 408 aber Sie sehen 12 Monate später der Visus ist 02 der Refraktion etwas verändert die Stabilität oder die Dicke der Hornet hat eben zugenommen und hat eigentlich eine deutliche Visus Verbesserung noch 30 Monate danach aber der Visus ist zwar besser aber der Astigmatismus hat wieder zugenommen deshalb also so ganz stabil ist es nicht wir werden diese Daten aber weiter auch bei uns auswerten und schauen wie viel Benefit wir den Patienten damit geben können damit darf ich mich bedanken und freue mich auf ein paar interessante Fragen herzlichen dank für den wundervollen Vortrag ich habe gesehen dass sich auch Susan Jacob schon angemeldet hat deswegen würden wir jetzt auf englisch switchen und ich erinnere noch einmal unten im Bild in der unteren Leiste in Zoom kann man die Dolmetsch Funktion einschalten so wir sehr glücklich zu willkommen Susan Jacob hello thank you so much for inviting me here hi Susan thank you so much for joining in thank you hello Peter and Carl thanks again for inviting me hi thanks for inviting me again also for the foreign speakers we have some people from abroad you can use the globe button to achieve the simultaneous translation there you can switch the speech button Susan do you have it do you okay I have put it to English though is that fine or should I put it to German we will have the talks in German you talk in English and the discussion and all the moderation will be in English okay okay so with common layer in day or on day we already know whether there's a big advantage of the technique over the on day technique is there the big advantage of the on layer technique is that you don't need an femtosecond laser so you have an opportunity to have a much cheaper procedure but I cannot say anything exact about the results and I can imagine that the in layer is more efficient or more stable than the on layer so it makes sense that putting an extra sheet of more resilient stroma into the cornea of the patient with keratoconus is probably better in achieving stability than just putting it on the surface my thinking yes are there any other questions from the panel yeah may I just ask one question so what is the indication of which patients do we actively select for this procedure patient with a progressive keratoconus with a corneal thickness below 400 and yeah no high scar formation interest rome that that is the selection and there are only a few people who can profit from these procedures it's not very common in our clinic what's about cross-linking before after that is it any change in the surgical technique cross-linked cornea no I think it's the same procedure and we didn't find any difference between this cross-linked cornea and not cross-linked but I can the literature is that you have to combine it with cross-linking or perform cross-linking in before and that is a standard procedure but in some cases you have patients with progressive keratoconus with cross-linking and then you have performed the bonbon layer I think it's also very important that you mentioned scar formation because in corneas with scar formation and where scars are already present there is no more need to stabilize the cornea because it's usually not progressive anymore in keratoconus and the second part would be that the laser wouldn't be able to cut through an opaque cornea so that's an excellent point yeah so if there are no more questions in the interest of time it is a great pleasure and an honor for me to introduce again Gerhard Schmidinger who for everyone who only joined us now he's the deputy head of the university eye clinic in Vienna and the head of the cornea department also the head of the eye bank and also used to be one of my great teachers and I was very lucky to have him as a mentor for the time that I was being in Vienna so the stage is yours thank you thank you Philip yeah it's an honor for me to be invited to this excellent meeting I will like I said I will have to be have to the DMAG to a stormal transplantation as Thema weiter bewegt and if we all the DMAG love so is it so that we have other indication have where it a stormal transplantation need that is overwiegend optische Indikation that is operation by the way to a Wieder Herstellung des Sehvermögens to erreichen by Vernarbungen oder hoch irregulären stromalen Erkrankungen Es gibt noch andere Indikationen die natürlich eine untergeordnete Rolle spielen aber die wichtigste Indikation ist natürlich die optische Rehabilitation Die Verteilung zwischen den Transplantationen ist natürlich stark hin zur endothelialen Transplantation in den meisten Zentren es gibt in Deutschland einzelne wenige Zentren die noch überwiegend penetrierende Keratoplastiken durchführen aber in den meisten Kliniken wird sich das ungefähr ein Viertel so drei Viertel verteilen und diese betreffen hauptsächlich stromale Erkrankungen Der Nachteil der penetrierten Keratoplastik sind bekannterweise interoperative und früh postoperative Endothel Zellverluste Wir haben immer eine Reduktion der Vulvostabilität nach einer Honotransplantation Das ist insbesondere ein Risiko bei den jungen männlichen Keratoplastik Patienten Jeder kennt das wenn junge Patienten nach einem Sporttrauma oder so nach einer Honotransplantation mit schweren Verletzungen zurück an die Klinik kommen die desastreuse Ergebnisse haben können Und natürlich der hochgradige Astigmatismus der eine große Rolle spielt nach einer Transplantation strommaler Art weil ein nicht unerheblicher Anteil des Transplantats Versagens eigentlich auf ein funktionelles Versagen auf hochgradige oder irreguläre Astigmatismen zurückzuführen ist Grundsätzlich ist es so dass die Indikationen für eine Keratoplastik beim Keratokonus zurückgegangen sind das heißt die Fallzahlen gehen zurück und das wurde auch in zwei Studien aus Nordeuropa gezeigt von Sandwig und Codefroy die seit der Einführung des Crosslinkings eine Reduktion der Indikation für eine Keratoplastik beim Keratokonus von 25 bis 50 Prozent berichten Es 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 wird natürlich weiterhin Fälle geben Keratokonus Patienten die eine Transplantation brauchen zum Beispiel Therapieversager nach Crosslinking oder Patienten die eine Narbe entwickeln durch Kontaktlinsen tragen oder durch einen Hydrops Also es wird hier immer noch die Notwendigkeit geben diese Patienten entsprechend zu versorgen Was kann man jetzt erwarten von einer Hornertransplantation und da gibt es eben die große Studie von Williams aus Australien mit über 14.000 Hornertransplantaten nachbeobachtet und grundsätzlich ist das beim Keratokonus ja recht erfolgreich nach zehn Jahren ungefähr 90 Prozent Transplantat überleben nach 20 Jahren circa 50 Prozent Transplantat überleben Das ist ja wesentlich besser als bei anderen Indikationen wo wir bereits nach fünf Jahren wie zum Beispiel nach Infektionen nur mehr 50 Prozent der Transplantate klar sind Was ist hier der limitierende Faktor Das sind natürlich aller Voraussicht nach das Endothel Insbesondere eben bei jungen Patienten wie Keratokonus Patienten wünschen wir uns aber eine lange Retentionsdauer des Implantats und eine lange topografische Stabilität dieses Implantats Und John Armitage hat schon 2003 errechnet was so die theoretischen Überlebensraten von solchen Transplantaten sind und wenn man sich jetzt anschaut bei einem durchschnittlichen Spenderqualität von zwei bis zweieinhalb tausend Zellen dann kann man sich ausrechnen dass so ein Implantat das ja zwei bis sechsmal höheren Zellverlust pro Jahr aufweist als ein normales gesundes Auge nach circa 20 Jahren in die endotheliale Dekompensation rutschen wird das heißt man kann erwarten dass diese Implantate ungefähr nach 20 Jahren dann dekompensieren und das hat eben auch zum pathologie fokussierten Zugang bei den stromalen Transplantationen geführt dass wir eben versuchen hier anterior lamellär zu keratoblastizieren und ursprünglich wurde sehr breit verwendet diese ALTK Techniken ist es im Endeffekt nichts anderes als dass man mit einem mechanischen Hobel damals noch einen tiefen lasig flab sozusagen und eine lamelläre hornhaut eine lamelle geschnitten hat und diese durch eine spender hornhaut ersetzt hat der vorteil ist natürlich dass es nicht pulvus eröffnet ist sie haben einen wesentlich stabileren pulvus und sie können keine endotheliale Abschluss kriegen das ist auch recht leicht zu tauschen so ein implantat der nachteil war dass es technisch sehr aufwendig ist dass aufgrund der relativ geringen präzision von diesen mikrokeratomen auch zu T-Schnitten gekommen ist die zu einem umsteigen auf eine penetrierende keratoblastik geführt haben und dass wir bei manchen Patienten trotz anatomisch regulären Zustand postoperativ eine reduzierte Sehschärfe gesehen haben das war teilweise schwer zu erklären da gab es Diskussionen darüber ob das eventuell an der Polarisation liegen kann oder Phase Entwicklung in diesem Interface wo Stromer auf Stromer stößt und diese Erfahrungen haben dann dazu geführt dass man gesagt hat okay man versucht noch tiefer zu gehen man versucht quasi direkt auf die Descimitmembran oder auf die Dur-Layer zu präparieren und hier quasi beide Welten der penetrierenden und der Lameleeren Keratoblastik zu vereinen sodass sie ein reduziertes OP-Risiko haben besser geringeren Endothelzellverlust längere Transplantate überleben und trotzdem gute Visus-Ergebnisse und dazu gibt es ja auch Studien ich habe jetzt hier zwei Übersichtsarbeiten hier noch zusammengefasst es gibt eine Cochrane Review die zwei randomisiert kontrollierte Studien von DALC gegen PKP verglichen hat mit 111 Keratoconus Augen und hier kam kein Unterschied im visusphärischen Äquivalent oder Astigmatismus Postoperativ heraus DBO ein Transplantatversagen in der penetrierten Keratoplastikgruppe und keines in der DAL-Gruppe und in der zweiten Arbeit eine Meta-Analyse hat fünf randomisiert kontrollierte Studien zusammengefasst von insgesamt 409 Augen und hier fand sich allerdings doch ein signifikant besserer Visus in der PKP-Gruppe dem gegenüber stehen aber signifikant mehr Zellen pro Quadratmillimeter in der DAL-Gruppe und signifikant weniger Transplantatversagen in der DAL-Gruppe angewendet werden aber manche Chirurgen steigen jetzt auch wieder zurück und gehen auf eine Lea-Bei-Lea zirkuläre Präparation um hier quasi in die tiefen prädestimentale Schicht zu kommen Was ist das Problem bei der manuellen Operation es ist sicher die flache Leankurve wenn man das manuell trepaniert mit einem Vakuum Trepan hat man eine relativ geringe Präzision was die Z-Achse was die Schnitttiefe der Z-Achse betrifft Präparation in die Vorderkammer bereits bei dem vertikalen Schnitt kommen es kann zu einer unerwünschten Penetration in die Vorderkammer mit der Dalkanüle kommen wenn man nicht weiß wo diese Tiefe genau ist insbesondere wenn man keine stumpfenden Kanülen verwendet sondern vielleicht eine schrafe 30 Groschnadel und sollte man dann doch keine Big Bubble bekommen dann ist es oft schwierig hier die Reststrom zu beurteilen Interessanterweise ist es auch so dass die Dalk insbesondere primär hier auch ein höheres Transplantatversagen aufweist John hat das publiziert und hat gezeigt dass wir hier einen relativ konstanten Verlust an klaren Transplantaten bei der PKP haben demgegenüber steht aber ein starker Trop bei der Dalk Prozedur gegenüber der PKP am Anfang und das ist wohl der chirurgischen Komplexität dieser Operation geschuldet dass es hier einfach zu mehr Transplantatversagen am Anfang kommt die dann umswitchen müssen und nach einem Jahr sieht man dass sich diese Kurven mehr oder weniger angleichen es gibt jetzt die Möglichkeit dass man einen Fem-to-Sekunden-Laser nutzt um diese Operation durchzuführen und da gab es mehrere Firmen die hier Produkte am Markt haben mit denen eine Fem-to-Tag erfolgreich durchgeführt wurde unter anderem auch weil diese Laser gewisse Vorteile in der Repanation grundsätzlich aufweisen also sie haben eine bessere Geometrie des vertikalen Schnitts das heißt sie haben nicht so einen Undercut wie sie das normalerweise bei Trepanen sehen der Vorteil ist auch dass sie sowohl am Spender als auch an Empfändiger von der gleichen Seite schneiden das heißt sie haben beiseits typischerweise von Epithelial geschnitten nur nicht nicht einmal nicht einmal Epithelial und einmal von Strom mal sie haben eine bessere Zentrierung typischerweise mit diesen Geräten und eine höhere Präzision in der Zentrierung das ist ja wichtig wie wir wissen da dezentrierte Transplantate eine höhere Transplantat aufweisen und auch höhere Astigmatismen aufweisen und sie haben mit einem Femm-to-Sekunden-Laser geringeren Endothelschaden am Spender auch hier gibt es zwei Arbeiten die gezeigt haben dass sie hier einfach eine bessere Endothelschaden perifär erwarten können wenn sie mit einem Leser schneiden und der ganz große Vorteil ist natürlich die hohe Präzision in der Z-Achse das heißt sie können ganz genau bestimmen wie tief sie den Schnitt führen an der Hornhaut und eine Penetration eine ungewünschte damit vermeiden das Ganze kann man dann noch kombinieren mit einem interoperativen OCD so wie das von der Firma Zima zum Beispiel zur Verfügung gestellt wird hier haben sie dann die Möglichkeit interoperativ präzise das Gewebe zu messen und ihren Schnitt dann quasi live an die Gegebenheiten anzupassen und Theo Seiler Junior mit Schottmeter haben damals ja auch gezeigt dass man hier ohne Endothelschaden Mitte bis zu 50 Mikrometer an das Endothel heranführen kann so schaut das dann ungefähr aus Sie sehen hier eine typische Keratoconus Hornhaut im aplanierten Zustand intraoperativ zentral ist diese Hornhaut natürlich und peripher haben wir eine dickere Hornhaut und Sie können hier dann den vertikalen Schnitt platzieren interoperativ die Tiefe frei wählen und dann auch den Sidecut entsprechend wählen sodass Sie immer einen Sicherheitsabstand zum Endothel wahren und hier keine Perforation befürchten müssen zusätzlich können Sie dann noch einen Guiding Tunnel anlegen sodass Sie quasi einen direkten Zugang haben mit einer entsprechenden Dalkkanüle und diesen Zugang können Sie eben ganz nah an das Endothel führen sodass Sie die Wahrscheinlichkeit verbessern können hier auch tatsächlich eine Big Bubble zu erreichen wir haben uns das vor einigen Jahren einmal angeschaut in einer retrospektiven Analyse von Zürich und Wien wo wir 50 und 70 Augen in manuelle Dalk und nachbeobachtet haben und haben uns da angeschaut wie erfolgreich ist das Big Bubble Manöver wie häufig müssen wir umsteigen auf eine Keratoplastik wie hoch ist die Rebubbling Anzahl OP-Dauer und die klinischen Parameter Postoperativen und da zeigt sich dass der Type 1 Bubble also dass wir eine erfolgreiche Big Bubble erzielen in der Pemto-Dalkruppe etwas größer war das war allerdings nicht signifikant was jedoch signifikant war dass wir wesentlich weniger häufig konvertiert haben zu einer finanzierenden Keratoplastik die Rebubbling-Raten waren geringer und das Ganze bei ungefähr gleicher Operationsdauer warum waren die Konversationen in der M-Dalkruppe höher das war vor allem deswegen weil wir unbeabsichtigte Preparationen während der Treparation oder während der Big Bubble Manöver beobachtet haben und das wurde in der Femto-Dalkruppe nicht beobachtet klinisch zeigt sich da allerdings kein Unterschied so wie wir das auch in anderen Studien gesehen haben also der vermutete Vorteil der optimierten Geometrie der Sidecuts ist ja bei der Femto-Sekunden-Laser Keratoplastik nie wirklich eingetreten das heißt sie können nicht erwarten dass der Astigmatismus geringer ist bei einer Femto-Dalk und auch der Visus und die K-Werte sind vergleichbar im Hinblick zu einer manuellen Dalk Es gibt jetzt hier noch eine weitere Entwicklung auf diesem Gebiet von Jodmeter der hat jetzt einen Algorithmus herausgebracht für einen Laser wo er eine Mushroom Dalk Keratoplastik mit dem Femto-Sekunden-Laser führen kann das ist eine eine Operationstechnik die relativ komplex ist in der Planung und es wird wahrscheinlich auch reserviert sein für Augen die eine relativ uniforme Bachemetrie aufweisen so wie Sie es hier in einer Dystrophie Fall links sehen können in Keratoplasti-Keratokonus-Augen die einen starke Unterschied in der Bachemetrie aufweisen also von zentralen nach peripher wird so eine Masche und Keratoplastik wahrscheinlich mit dem Femto-Laser schwierig durchzuführen sein weil Sie diesen tiefen horizontalen Schnitt nicht ideal positionieren können so in Summe kann man sagen dass in meiner Ansicht nach der Femto-Sekunden-Laser wirklich eine signifikant geringere Rate an Perforationen und Konversionen zu einer penetrierten Keratoplastik mit sich bringt dass Sie eine höhere Rate an erfolgreichen Dick-Babel-Manövern eventuell erreichen können auch wenn das in unserer Nachbeobachtung nicht wirklich signifikant war aber dass Sie keinen klinischen Unterschied in den postoperativen Ergebnissen erwarten können es heißt aber wenn Sie einen Femto-Sekunden-Laser nutzen dass Sie die Lernkurve abflachen können dass Sie schneller einen Erfolg haben mit der DALK und dass Sie möglicherweise diesen initialen operativ bedingten Verlust an Transplantaten wie das von Mark Jones präsentiert wurde verhindern können und so die postoperative Verlust an Transplantaten an die PKP angleichen können vielen Dank an DALK you have actually more of a graft loss initially than you have with PK and in the literature the prognosticated survival of grafts after tank have a mean of at least 20 years which is the big advantage over PK or even up to 30 or 40 years which is being prognosticated do you think that's a realistic view on the survival rate of tanks that they could survive for up to 40 years or do you rather go with the graft that we've just seen that there may not be that much of a difference I'm not aware that there are any hard data on that so from the mechanical point of view yes you might expect that you see that you also have endothelial loss in dark cases posterior particularly but of course like subclinical inflammation that can lead to to faster endothelial loss of the penetrating keratoblasty might not be the case in dark the initial loss in transplants in this study from Jones was mainly due to microperforations detachments which led to a secondary intervention like a rescue PKP and I think that's the point so dark is a difficult surgery and it also depends on how rigorous you are going for the estimates membrane or dual air so if you're more reluctant to leave stroma then you might have a better outcome concerning the conversion rate but if you really go to preparation of the decimate membrane you might experience higher failure rates so you have to compromise between better vision for the patient this means going closer to decimate membrane or more stability which means leaving most stroma behind yeah I think that's the point yeah I totally agree basically we cannot answer the question which benefit we will have because we don't have prospective data of more than 20 years and even if we have older data then these techniques are not comparable with this femto technique we have today so superficially looked on that we have with the dark more complex surgery we have a certain surgical failure of a mispreparation we have longer surgical time and we have the initial drop of cell counts but on the other hand this is this huge advantage that the patient maintains his natural endothelial and we cannot estimate what will be the long-term benefit from that but there must be a reason that the American Academy for example they clearly indicated that the femto doubt they estimated to be the first-line procedure and this is new for me so obviously this theoretical argument with the natural maintenance must be a very important advantage do you agree? I totally do yeah I totally do and I mean I think that modern eye banking has changed things so I do regularly see patients with transplants that are 40 years old you know in the time where the surgeons went to the pathology got an eye from an 18 year old donor took it up in the OR and immediately transplanted it I think those donors have better quality than the donors we get today patients are getting older the donors are stored in the organ medium which is not beneficial for endothelial cells so we lose cell during the donor process so I think those excellent outcomes that we see in very old transplants might also be due to very good donors that we cannot get hands on anymore so I think that might be dark might be beneficial for those cases anyway it's an excellent point I didn't even think of that just one quick question one last question before we start with Dr. Jacobs talk do you prefer single sutures or running sutures because from Italy he says he only does single sutures because it's safer and he can adjust the astigmatism in a more reproducible way for character chronic patients or patients with no neovascular stations I usually opt for running sutures because we have significant lower astigmatism during the time we have the sutures in there that changes up the suture removal of course but in safe patients I use double running not to talk sutures yeah excellent any other questions from the panelists or from the audience if not then thanks again very much for this excellent ah sorry Anthony Macias has a question just a short question for somebody that never did the doc before is that a technical point that the ventilator is not able to go precisely in the decimate layer is it will be possible in the future are we waiting for a improvement of the precision of the ventilator that will allow one day to peel the anterior cornea with a laser I don't think so because you have too much light scattering when the laser passages through the anterior part of the cornea so what we did some years ago I think in 2012 was that we tried to prepare the zeglamera with an anterior lamellar cut and the surface quality was poor so at that time we switched the transplant endothelial up and performed a lamellar cut from the endothelial side which was also not successful due to endothelial cell loss but the quality of the cut degradates the deeper you go so I think that will not be there in the near future I think it depends also of the special technique at least in the zima because with this tunnel cut we only can use an aplanation surface and with aplanation the accuracy is not good you have seen this undulated endothelial layer but this is completely different with a liquid chamber with this penetrating keratoplasty and the OCT in the zima is much more accurate on 5 microns accuracy but we cannot use it for the tunnel cut for the femtodialk and you have the most experience with the liquid chamber I think you're completely right the liquid interface is a high advantage in penetrating keratoplasty and it is a high effort for zima to bring the tunnel for the guided dark in the liquid interface and I think we have to wait until we can do or perform that in the liquid interface and the separation of the tissue in the depths is more difficult than in the upper layer so I agree with Schmiedinger so I think we have to wait and evaluate the results with the different techniques and that takes time so we continue with Susan Jacob for me it's really a very great pleasure to see you here and Philip Roberts will introduce you excellent so yes it's a great honor to introduce Susan Jacob who is the director in chief of Dr. Agarwal's refractive and cornea foundation in Chennai India she's a specialist for cornea cataract and glaucoma as well as for complex anterior segment surgery and she basically invented and introduced a novel technique into ophthalmology which is now getting more and more traction for patients in with keratoconus which is called chaos and I can't wait to hear her talk so stage is yours thank you so much thanks a lot I will just share my screen okay here we are so thanks Peter and Carl and everyone here at this wonderful meeting for inviting me here these are my financial disclosures and I'm going to be talking on CARES corneal allogenic intrastromal ring segments is the acronym that this stood for so before we go to CARES I'd just like to quickly go through some of the treatment options that are available for keratoconus one of course is TGPRK or in its various different forms like TREC or TGPTK or I mean PTK CXL or whatever else that you can do for keratoconus so what are the disadvantages of this one is that you're removing tissue from an already thin and weak conure even if you're removing very little tissue you're still removing tissue and that can result in progression especially in those with poor biomechanics and eye rubbers even patients who you think originally are suitable for this technique can sometimes progress just because they're eye rubbers and that little bit of tissue that you removed might just be the tipping point the other disadvantage of course is that you cannot correct really large amounts of ectasia with these techniques you have to combine it with CXL and as I said it can potentially destabilize the cornea how about intacts or kerarrings or synthetic ICRS in keratoconus well these cannot be used in thin corneas we know that and they cannot also be used in very steep corneas more than 58 diopters and that leaves you a large amount of patients a large number of patients where you are not able to do anything the only next option left is of course DALC which was just being discussed and so there's this big patient population who've got severe keratoconus whose vision is low but you're not able to do anything because you also want to avoid a DALC as much as possible also these segments these synthetic segments have been known to cause you know undergo migration they can cause even acute high drops by posterior migration antistromal and even in here too even if you've taken an initial ideal case if the patient has got poor biomechanics just with the progression of time you can get complications of course the other problem is that you can get glare and halos and pain especially if it's impinging on the corneal nerve now how about DALC DALC of course the problems are that it's a more invasive procedure it's irreversible once it's done so you cannot reverse it it's got a steep learning curve with even the risk of perforation conversion to and of course there are suture related issues which leads to a longer time to visual stability loosening of sutures corneal neovascularization irregular astigmatism related to suturing and you can have surface related issues such as corneal denovation because of the 360 degree corneal cut dry eye interface haze decreased contrast and sometimes late neovascularization causing even lipid kirtopathy and the other thing is that if you have a rejection or if you have interface haze because you've cut across the entire the major part of the cornea including the visual axis these complications can involve the visual axis and therefore can cause effects on vision so is there a better solution and that's where cares comes in basically again just a short video to show you how the entire philosophy is different between cares and PRK plus CXL so when you're doing PRK plus CXL what you're having is in both of these techniques you're starting off with a deformed cornea where the curvature is not uniform and when you're doing PRK CXL what you're trying to pattern this area so that it matches the curvature of the rest of the area of course it makes sense that you cannot remove too much tissue because you're going to be removing tissue in keratoconus and then you follow it up with CXL on the other hand when you take the same cornea with cares notice what you're doing you're actually putting tissue here in the other part which lifts up the cornea there and therefore you get a much better improvement in keratoconus and in the corneal curvature and better results with increased incidence of progression just because of your surgical intervention so this is subtractive and this is additive and that itself gives a great advantage you have another additive treatment which is the synthetic segments but they are associated with other sorts of complications and then the DALC which again has its own set of complications so we come to cares now when we come to cares it's basically advantageous because it's natural implant it's made of natural tissue and we know that corneal transplantation has a very very long history as we just heard even up to 40-50 years and actually even more than that and we know that the corneal tissue remains intact and continues to function well and also is you know stable in the eye so now DALC can be avoided in many cases with keratoconus because cares has much better effect than synthetic segments and why is the reason that cares has better effect than synthetic segments it's basically because you can implant much more thicker segments you can do superficial implantation whereas in synthetic segments you have to do deep implantation you can use smaller optical zones you have less risk of complications obviously because of the natural nature of the tissue that's implanted you need very short-term steroids unlike DALC you just need one and a half months of steroids and the best part is it does not take away the ability to perform any other future surgery or additional surgery and it's reversible you can take it out it's adjustable the other big advantage of cares is that you can have a gradation of effects from early to advanced cases so if you put thin segments you can treat mild kertoconus very similar to TGPRK and if you can put thick segments you can treat even advanced kertoconus so how do you do it this is basically my technique cares can refer to any source of allogenic tissue but this what we use is of course the conure because it's most commonly available you remove the epithelium and the endothelium and these are the trifines which are basically double-bladed trifines and they're available in different sizes you know currently they're available in four different sizes but the number of sizes may go up even more and what you do is this trifine is used to make a punch through the donor conure and then what you do next is this ring of tissue that is caught between the two blades is marked too so that the Bowman's membrane side is marked you can then go ahead and cut this tissue and flatten it basically flip it so that the Bowman's membrane is to the side and not facing up and that has great advantages which I'll explain later these are the instruments I have no financial interest in these instruments the refiner of course is patented the Jacob I mean this this is a customizer CAS customizer which was designed by me and I find it very very useful to actually be able to customize or create custom shaped cares as you see it has optic zones it's a very simple instrument really nothing in terms of a mechanically working instrument it's basically more of a template where you have all the optic zones marked to size and all the radial axes also marked accurately just as in the cornea so what you do is you place you have made a plan on the topography of the patient already now you place the segment where you want it on whichever optic zone that you planned for the patient and you put marks and then you basically go ahead and customize now this is one of the shapes that you can customize to but there are many different shapes as I'll show later the same plan is then marked in the patient's cornea a femtosecond laser dissected channel is created and the segment is then inserted into the channel and using a push pull technique you can just insert it into place and just let it be there so this you can see gives you exact customization we were able to get the segment exactly as we wanted to to size so as I said there are different defined sizes there are different instruments and we also have our own nomogram with which we create custom shaped gears and basically the difference in the defines is the gap between the blades which allows you to get thicknesses of different thicknesses it's also now available as a vacuum to refine and is very soon going to be able to get going to be getting its CE marking as well these are the other instruments that I use these are simple instruments this is for a manual dissector where segment where femtosecond is not available for channel creation you have the curved y's and the curved reversing keys and the markers so again customization very quickly going through it this is a patient's topography you remove the epithelium and the endothelium cut out the segment with the double bladed trifine turn it to its side mark the Bowman's membrane put it on the KS customizer on the optic zone you want to mark it and then cut it to shape and this is what we planned on the patient's cornea you can see we've got the clock as marked and we see that you can exactly get it to get the exact size that you want and then you again put in and insert the KS segment so here you can see how customization has been able to give you a very good result the patient's visual equity improved from 636 part to 69 part which is uncorrected and the best corrected also improved with a huge drop in the sphere the topography as you can see has become much more regular and you can see how the amount of flattening exactly corresponds to the shape of the tissue that you put so the maximum flattening is an area of maximum thickening and the flattening decreases as you go up of course you also have the KS vacuum trifine which I mentioned which again is the same except that you have it in a vacuum format and the rest of the surgery remains the same so you can also do manual channel creation of course where femtosecond laser is not available and this is hugely done in South America because there are a large number of high volume surgeons who do manual channel creation and therefore you do not really need to have a femtosecond laser to create the segments so this is how you precisely translate the plan to the cornea you put it you create a plan first mark it on the KS customizer get your shape in order mark the patient's cornea and then insert it into the patient's cornea so KS customizer as I said already is a simple instrument with optic zones marked and you place it and just use it basically as a template to get your sizing correct the moment's layer marking is important because you want to not have any twists when you place the cornea in so that allows you to visualize any twist and untwist it and it could be just a poor placement which can also be corrected as marking that's now some other tips for wet care insertion of course I do not use I use wet care meaning it's just in the normal hydration and not extra hydrated so you do not over hydrate that's important you cut it out as you get corneal tissue and keep it aside you don't have to keep it for long and don't over hydrate because that definitely leads to corneal thickening and difficulty in implantation what you need to know remember when you insert the cares is that both your leading edges need to enter the channel and once that is done the rest of the cares will go in easily even if it's wet and again to emphasize by wet I do not mean really over hydrated corneas but normal corneas now another thing another tip to get easy insertion is that once your leading edges are in then you can hydrate because then it doesn't stick to the instrument and tend to come back out there's some amount of lubrication which allows the segment to be inserted in easily it's nice to use y channels and y channels do not result in a decrease in effect in fact you can get very good effect with y channels as well and the other thing is many times it's easier to insert it with the y or the reverse synth key under the under the segment rather than over the segment you have to use appropriately curved instruments that's important you don't use straight instruments and the first time when I started doing it I basically took cataract set instruments and curved them out just so that I could do it easier so customized cares with decentered asymmetric cone which were manually created by us we published it first and we first published we first did customized cares with custom shaped cares and found that we had really great differences in the amount of flattening that we can obtain over the gradient just by using customization and as I said custom share customization or custom shape is not just single tapered or double tapered but you can have a variety of shapes which we use based on the type of the patient's keratoconus you can also use femtosecond cares where you use the femtosecond laser to prepare the cares segment and zima has a very good software where you can use the asymmetric single tapered or double tapered cares the other shapes are still not available but basically you can still do you can currently do tapering at one edge or both edges but not at the center or in other places so this is something that can be done and you can utilize the software to start doing this and of course the cares femtose cares are also being done with other platforms by other surgeons this is in collaboration with zima where I'm helping them to create the software also where you can see which you can take it as need to basically here's the femtosecond laser cares being inserted the technique is remains the same again you mark the coaxially sighted light reflects you always need to make the patient sit on the slit lamp and mark the horizontal axis zero and 180 degrees because you don't want to have the effect of cyclotorsion disturbing your customization effects so always do that and once the patient is a lying position mark your 0 and 90 which you had already put on the I mean take a look at your 0 and 90 which had already marked the slit lamp and then do the rest of the customization and insert the segment in so this was with zima and dr kumar doctor in whose clinic we did all the initial work again different kinds of femtose cares and femtose cares circular cares was first done by badak hayat from germany again and where he put in a full circular cares into a pocket and that was done by him a shadi awad of course is also doing working with zima to create femto cares david gunf and brendan from australia are also working with the alcon and also with zima to create segments asymmetric segments so these are the articles which have come out on all femtosecond laser cut cares but again as i said you don't necessarily need to have a femtosecond to create the segments or the channel the segments are actually very very customizable with different kinds of custom shapes with manual segment creation and that does give you an advantage so kertoconus as i said cares as i said can be used for a lot of conditions it can be used for with cross-linking or after cross-linking or you know even before cross-linking you can use it for synthetic segment complications like males and this is a number of countries where cares is now being performed this slide was actually a little old but i'm happy to say good uptake around cares and it's also getting a good name among patients uh with a lot of word to uh you know word of mouth and patients coming and talking to other patients and then coming in and asking us for cares so here you can see a femtosecond and basically what we do is we put some bridging sutures and we put end to end sutures anchoring sutures and you can see in this patient side cares on one side and intacts on other side now we can also do implantation but for the sake of time i'll skip this video we've done 330 and 360 degree cares also but currently we find that custom shape cares gives us the best results you can do very advanced cares cases as you can see here 30 diapters of flattening 38 diapters of flattening you can get and get them to the mid 40 ranges from very advanced cases you can also titrate your effect to get very low levels of flattening and medium to moderate levels of flattening or uh you know change that get different kinds of flattenings in different areas just by custom shaping your cares so these are some of the examples where we show uh different grades of effects for different grades of keratoconic patients coma generally comes down very beautifully uh you as seen in this patient for example in the six millimeter zone it's come down from 3.43 to 0.350 and the patient's doubling and ghosting of images does come down substantially it works very well for post-classic ectasia as well the only thing you need to be sure be careful about is that when you insert the cares in post-classic ectasia cases you need to go down into the depth of the channel and not accidentally insert the cares in the under the post-classic under the lasic flap so that's one thing that you have to be careful about um uh biomechanical changes also dr sabati from canada showed that it does improve the biomechanics of the conure as well long-term stability has been seen by us in many of our patients and dr rohichetti who's given me this slide uh showed actually that there are healthy live keratocytes within this care segments which probably uh accounts for its stability so it has a lot of advantages some of them being that it's non-invasive or minimally invasive rather a very effective titratable reversible adjustable customizable and the best part is it has a very low learning curve it's a quick procedure with very low uh level of complications it's safer than both keratoplasty and tgprk and the visual axis is not touched unlike other procedures so you're not really doing anything uh to the uh part of the cornea through which the patient is seeing so it can be used in very thin and steep corneas you can get large amounts of correction you can use it in early cases it's customizable for every individual patient and not just for broad keratoconic phenotypes it's an additive procedure which is a big advantage and it increases biomechanical strength uh by itself of course if you you need to uh uh you know rely on strength and not on but cares by itself or some amount of biomechanics quick augmentable visual access is untouched as i said no internal reflection applied the potential for rejection is extremely low and if it rejects it it doesn't affect the visual access so that's that's why even if it rejects all you need care etc to not affect the visual access and the patient remains safe thank you so much okay thank you so much for this very impressive and very inspiring talk um first of all are there any questions from the audience or from the panelists yeah first of all i'd like to thank you susan um i'm really thrilled so much as normally i'm not in this degree and it took some time until i've understood that this technique is not just another minimal invasive approach something between cross-linking and the femtodalk um but it has two revolutionizing aspects first of all it is minimally invasive but it improves vision in contrast to cross-linking in contrast to baumann those techniques can only stabilize it but this can really improve vision and the second is it is customized which means that we not only improve the steepness lower the steepness but we can really be customized we can correct irregular astigmatism and if the audience have looked right then many of your images had only one ring and not two rings although two rings are also possible but in many cases there is some highly um tendentious irregular astigmatism to one side which hinders a good vision and this is the main aspect but what exactly do you expect from visual improvement so we've seen a lot of technique and there are results of vision but maybe you can focus more on the visual improvement yes so uh the patient generally always almost always experiences an improvement in the uncorrected distance visual acuity many of the patients who come to us now are already at six by six or twenty by twenty so we perform cares for them also best corrected i mean the best corrected so we do now even patients who've got best corrected vision of twenty twenty we do take them up for cares to improve their quality of vision we've been doing that for some time now and as i showed in some of my images we are doing early cases of very early cases of keratoconus as well the cylindrical power comes down uh the aberrations also also so uh we uh uh do custom shape care as i said manually uh but uh sometimes uh if the if you see the patient and you think you know you do have to analyze the patients post-operatively also to see how you know how how much have you achieved what have you got and we do have some patients where we have had to go back and adjust you know so that we get a better effect if you're not happy the patient is generally still happy that's the surprising part because the patient still you know finds his vision improved uh despite this but sometimes we look at the topography and we feel okay maybe we could have done a better job maybe we can get his vision to improve a little bit more and in such cases i do sometimes go back and not a large number of cases among our total of which is around maybe 900 cases by now we would have done about i think 15 to 16 cases of adjustment where we go ahead and uh and uh you know kind of either thin out the segment or maybe uh reshape the segment or sometimes we might not have placed it in the exact axis uh so we you know change the axis a bit and uh the patient uh for whom we had done adjustment the after the longest period was one and a half years later so the reason i'm saying this is that you can do adjust years later by uh just simply removing the segment from the uh uh the the channel and reshaping it if you want or shortening it or thinning it or whatever you want to do and putting it back in again yeah yeah fantastic um the second question is that we discussed shortly the advantage between cares and femto cares i think susan has shown also videos from femto cares so we it's not necessary that we show a video from femto cares but philip we don't have the vast experience like susan but we have started with femto cares a few months ago and you can supervise a few cases you have really perfectly done can you estimate the advantage of the femto cares in contrast to the manual technique yeah that's an excellent question and that's uh that would also have been a discussion point that i would have raised um now that we have uh susan jacob here because i so my question is because in the video i saw that you marked the baumann membrane and then you put it not in the anatomically correct position upside down but you laid it flat so if that if i saw this correctly is there any specific point to this maneuver or is it just because the treatment no 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 it's not it's not because then actually we published this in konya also uh the reason why we flip it over is because then it helps us to change the thickness of the tissue that we are going to implant to a much greater extent because otherwise you're limited by the thickness of the konya so here what we do is we change the width of the gap between the two blades and then when we flip it we are able to make it uh into the thickness and that gives us a lot of a lot of lot more variability or range in the amount of keratoconus that we can treat so when you have different refines of different sizes you can actually treat almost the entire range of keratoconus the other thing is that uh you also uh need to uh remember that the anterior stroma is more compact and stronger than the posterior stroma so to get a greater effect it's nice to keep the anterior stroma towards the visual axis and the posterior stroma away and that gives you a better uh better visual result many times and in terms of reproducibility of the because i in my experience um it's quite tricky to sometimes cut these uh thin corneal pieces because they're so they just don't feel like they don't want to be cut by either a blade or by banner scissors or anything like that so um i figured that using a femto second laser would maybe give us more precise cuts and maybe a more round edge if that's what you do so if you uh actually turn it on to the side you don't just turn it on to the side but if you saw my video i also just flatten it out and once you flatten it out it becomes very amenable to cutting you can cut it easily the only time you cannot cut it is when you're using the thickest uh refine which is five point i mean you can still cut it you can still cut it with the 5.5 and 9.5 which gives you about uh it's a two millimeter wide tissue uh the wider tissues you know those are difficult to flip to the side because they're really wide so those are the ones but everything else other than the really thick really wide segments rather can be flipped to the side and cut very easily the widest one yes is difficult to cut but you can still do it but if you don't cut if you don't eventually cut your segments you will not be able to customize so it is important and the technique of cutting is really simple you have to flip it on the side just flatten it and keep it on the customizer and just cut it it cuts extremely easily again the question what's your benefit from the femto technique for the cares you are asking are you are you asking philip i'm sorry who who was this uh question directed to oh you too i guess that um obviously i think you cut the tunnel on the patient's cornea so on um the on the patient's eye with the femtosecond laser if i saw that correctly but you can also do it so for this case you actually prefer to using a femtosecond laser but for the graft itself you prefer doing it manually oh uh so uh my answer to that would be uh on any day the femtosecond is better to create a channel in the patient's eye because it's much more precise you know you're not at different levels you'll be going to be able to go uh exactly where you want to and all those things so that's definitely better but remember that there are large parts of the world where femtosecond is not available so the manual technique is also a good technique to employ as far as the segment is concerned i feel that currently femtosecond still needs to evolve more which we are working on with zima to be able to get it to all kinds of custom shaped cares but at present uh the customization as i perform it i'm able to cut it to any shape which is a little difficult with the femtosecond as of now but i'm sure we'll get there finally currently the femtosecond shapes that you can get very effectively are the uniform thickness and the tapered segments on either side but sometimes you do need to work with other shapes also and once that is also possible with the femtosecond yes that will be a great advantage uh but uh but uh the the manual is also really simple it doesn't take more than two minutes to cut that into shape philip you use the zima femtosecond laser to prepare the cares and is this accurate enough because these are very delicate cuts uh for both for the tunnel preparation for implantation and for achieving this ring transplants or do you have missed preparations in your experience we actually never had missed preparations and um so if you're interested i can show you a quick uh quick cuts from a video where we prepare the the donor ring segments um if you're interested um just to show the audience that using the oct which is integrated in the simulator it makes it pretty easy to actually precisely see where you make the cut okay so we are a bit running out of time but proceed um so one minute we can look and while you prepare i ask susan there is one question from the auditorium is there any indication of cares also reducing the progression of keratoconus so not um improving vision but reducing the progression so as far as progression is concerned i think the major role is by cross-linking and we should not rely just on cares to decrease the progression so if the patient is progressing it goes without saying that you have to cross-link the patient and not rely on simple cares alone it's a beautiful combination to do both of them because cxl doesn't do much of shape improvement but gives a lot of stability and the reverse is true with cares so combine them both however dr sabeti from canada has shown that cares alone also does improve biomechanical strength to some extent and it makes sense because you're adding more tissue you're kind of rearranging the stress forces so that all the stress forces are not you know falling on the cone because now the cone has been flattened so it does decrease uh progression but as unless it's been proven conclusively i would definitely still do cross-linking and that's what i do every patient that we have our majority of patients do undergo cross-linking as well okay philip yes i'm not sure if you can see the video yeah we have already seen nearly everything excellent so the first video just shows the lamella cut with a diameter of 7.8 millimeters and then you put the uh hand piece on the cornea again you can do an oct scan and then you just make a um a vertical cut with a diameter of five millimeters and you end up with a perfectly circular ring that you can cut to any size in any shape what shape any any link that you wanted to have and then if you're interested i can also quickly show you the cuts as we perform it on the patient and you can you can adjust exactly the depth that you want the cut to be made in but um i'm just very interested because um if i'm allowed to play devil's advocates just for a second because all of these uh chaos in our experience there are some unknown parameters that we can't really prognosticate such as epithelial growth uh the deswelling of the tissue once we've implanted it and also we don't really know the biomechanics of the recipient cornea so whether it will bow inwards or outwards um do you have any any strategy that gives you uh the possibility to precisely prognosticate how the cornea will behave and how the shape will be six months after surgery because they are great changes within the first three months postoperatively yeah so uh what i would like to say for that is uh that as i said most of our cases are combined with cross-linking and that i we've we've seen at least that it sort of freezes the shape uh in place and i uh we haven't seen too much of change postoperatively of course there's epithelial remodeling which will happen so there is some change that happens initially but i believe that because of the cross-linking that we do in i would say in almost 95 percent of our patients and we almost always always do it simultaneously which means we implant the cares immediately do an epi of accelerated cross-linking in patients with thin corneas i use this contact lens assisted cross-linking technique which we've been doing since 2012 so i think that plays a big role in us not seeing too much of change in uh our patients topography postoperatively the second thing we uh that you asked was about uh the swelling of the cornea now yes that is a variable which is important uh and that's the reason you cannot and you should not do cares with uh hydrated over hydrated ed matters poor quality stroma so you do have to have you don't have to worry about the endothelial cell count but the stroma must not be swollen because then you're cutting on a swollen stroma and then you're implanting it and then it deterges within the cornea and you effect so that's something that should be avoided and if first of all reject all corneas that are too swollen sometimes you'll have some corneas which have got mild decimates folds you know a little bit of edema what you can do for those is you remove the epithelium and endothelium and just place it you know outside exposed to on a sterile trolley of course exposed to air for maybe 10-15 minutes and then it gets uh dehydrated and then you can go ahead and cut it there are these variables are of course there but remember currently we are not uh this is not a refractive procedure maybe in the future it will be but currently what we are trying to do is not get the patient to uh plano uh without glasses seeing six by six and that's always we know with our history of treatment with keratoconus very difficult to achieve and sometimes if we run after that too much we end up with more problems for the patient uh but this is basically a therapeutic refractive surgery which is basically you're trying to get the patient good quality of vision more than quantity of vision so that's that's basically and if you can get irregular astic medicine to a regular astic medicine maybe then treat with a fake intraocular lens uh to decrease the power and things like that that really works well of course as a by uh as an added advantage the spherospherosylic almost always comes down so the patient does have a refractive advantage as well so i have the perfect final question for the three main specialists here first the same question for all three first philip then susan then gerhard um it is a question from the auditorium how do you choose the optic zone for the implant so my question is we use this question first of course it is special for cares but basically it's the main question in oral cornea transplantation how much optical zone do we need how important decisive is it for the vision and also for the visual quality not only for the reading but for visual quality and in different technique and what do you look pre-operatively what do you aim for optical zone to give the patient a comfortable vision philip you start first so i tend to look at the pupil diameter so obviously you would want to check whether the patients have a very big pupil or not but with cares you also don't want to be too far in the periphery of the cornea because you lose the flattening effect that you want to have centrally so during the procedure you also take into account the size of the pupil and yeah so not too far from the center but um not too not too close to the pupillary border that's what i would say the these images have been quite close to the center on the one hand it improves vision by reducing the steepness on the other hand it might hinder uh an optical zone narrow an optical zone what is the compromise well i would leave at least five millimeters untouched in the center and uh because that's essentially what the patients need to have a good central vision susan what is your considerations about optical zone well i uh generally uh in most patients uh employ an optical zone of about 4.6 millimeters so it's not uh i have found that you generally need to be there to get uh you know predictable and good vision uh in some patients i do expand it out a bit some patients i do narrow it further maybe i i might go as much as 4.3 sometimes i don't go as small as the istanbul nomogram four millimeter because i think that is too much into the axis generally i remain at my vast majority of patients is at 4.6 which i think is a compromise between going too small and too large it gives you kind of good results and uh 4.6 uh the problem with uh if you go too large is that you lose effect and then the patient's vision anyway degrades because the the visual the central part is irregular so 4.6 is a good uh good uh this thing it would be interesting to know indian patients the scotopic pupil size doesn't go too large but as compared to european patients sometimes it does go large and it would be interesting to know the european experience about patients with very large scotopic vision i still think it may not hinder it too much because the segments are broad and so even if they do go uh you know even if the pupil does dilate a bit you're just going to get some some kind of strangely refracted rays because the rays are not going to pass through the segment and onto the retina well enough to create another sharp image there it's just going to be sort of some irregular refraction and i feel that the central image will still remain reasonably clear gerald here's the last um basically the optical zone is a problem also for keratoplasty sometimes i see wonderful anatomical results with a terribly narrowed optical zone which are your considerations on this topic concerning keratoplasty i usually go for rather as large as possible to stay in safe zone so we know that transplant failure significantly rises if you choose a transplant diameter of eight millimeter or more or above eight millimeter that there's a sharp increase in rejection episodes in these cases so um but of course the posterity of topical quality topographic quality of a transplant is directly correlated to transplant diameter so um we try to do large diameters for some time with approximately nine millimeters especially with mushroom keratoplasties which leads to a very good outcome in estimatism but of course you will have more episodes of rejection so uh that is something you just have to to customize to the patient see how large is the wide-to-wide diameter how large can you go with the transplant uh are there any corneal neovascular stations which usually will have to have a smaller diameter of the transplant so that's things that i consider concerning intracorneal implants uh we haven't done pairs today to date um in austria we have a very good contact lens uh fitting so most of our patients are on contact lenses very long and i usually reserve any intracorneal implants for patients who are contact lens intolerated and in these cases um the patients know that they might have optic phenomena after implantation so i usually use uh small implants uh with small optical zones like 5.5 millimeters because these are already advanced cases uh and it's just a step in between uh dark surgery uh and contact lenses in 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 our hands so we receive that changes with cares um i'm not sure i have no experience about that yeah so i'm really honored that i could share the panel with all of you with such an exclusive panel of specialists and i hope the audience had also as fun as i had and i give uh and the final remarks and closing words to philip so thank you very much i would like to thank all the panelists for uh excellent talks and for their time on this saturday morning um or evening for susan so um yes thank you very much i'm looking forward to the next uh the next demo course and i would like to wish everyone a wonderful rest of the weekend thank you thank you thank you thank you thank you thank you